Der junge Mann hat einen schweren psychotischen Schub. Passen Sie auf, dass Sie seinen Zähnen nicht zu nahe kommen. In diesem Zustand ist ein Patient zu allem fähig. Ich bin frei. Gehen Sie aus dem Weg da. Gehen Sie mich verstehen? Hören Sie, Curtis, Sie haben einen psychotischen Schub, klar? Ja, und wir werden Ihnen jetzt helfen. Lof! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 gut, dann nicht hier ist die Küche und hier ist eine Maus das weiß ich noch Blopp, die Maus alles klar, meine Kleine alles in Ordnung du bist eine Schöne, weißt du das? okay, zurück mit dir genau so heißt das Spiel das werde ich nämlich bald auch spielen das habe ich mir vor ein paar Monaten mal gekauft ist genau so exakt so das Spiel, interaktiv mit Schauspielern komplett in einem Hotel so genau gleich nur eben von jetzt und nicht von 94 kann ich das Bild da nicht angucken nix hier sind wir hier Telefon geht nicht kann ich das Bild nicht nutzen und mich angucken oder muss ich da nochmal was ich habe keine Ahnung was ich nochmal machen muss wo man irgendwas nutzen muss ich habe echt keinen Plan das Ende der Kindheit das Haus nebenan Mord am Strand ich habe jedes meiner Bücher mindestens zweimal gelesen das war eine Maus äh, eine Ratte okay ist ja okay wir müssen echt aufpassen also ganz am Anfang wird das noch leicht im Nachhinein müssen wir echt Sachen sehen und merken und zusammensetzen und das wird so schwer dass ich das einfach wieder mal nicht auf die Reihe bekomme man kann schon ach ja man kann auf das Auge klicken so war das post dann kann ich das hier auf das Auge klicken man kann ja mal hier nichts machen ne, oder? warte mal ganz kurz kann man das drehen? ich weiß nicht mehr ob man da was machen kann schon zu lange her keine Ahnung wir haben ja den Trailer gesehen der Trailer war ja in so einem ähm in der Klapsmühle bei so einem wir haben da eine Spritze bekommen in so einem Labor wurden gespritzt naja und dann sind wir aufgewacht war ein Traum oder sag mal wie sieht das denn aus für euch sieht das wirklich immer noch so altbackend aus ich finde das gar nicht klar ist ein bisschen verpixelt aber ein bisschen grisselig alles aber voll gut gemacht immer noch ich finde das immer noch sehr 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 interessant das finde ich auch ist klar Full HD ist was anderes aber voll gut immer noch ich habe keine Ahnung ich habe keine Ahnung ich habe keine Ahnung was wir machen müssen ich habe keine Ahnung wo wir hin müssen ich versuche erstmal alles zu sammeln was wir so finden ich weiß nicht ob wir kombinieren können wir ja nichts äh hat auch keinen Sinn wir können ja mal hier aufbrechen oder so ne geht auch nicht hier so im Spiegel hauen ok hier ist nichts ah vielleicht können wir der Ratte vielleicht einen Snack geben komm mal hier hier ist ein Snack geht nicht ok kann man nicht in die Küche ich glaube ich weiß dass man mal in die Küche konnte es kann aber sein dass wir erst später da rein dürfen wir schalten ja ähm Stück für Stück äh Wege frei die wir dann also man muss genau gucken ich weiß dass irgendwas irgendwas in der Couch war irgendwann aber jetzt noch nicht vielleicht kommt das noch ich habe keine Ahnung Telefon geht auch nicht wenigstens ist der Cursor groß genug dass der dann direkt auf weiß aufkloppt ok der Curtis es braucht glaube ich hier nichts mehr wir gehen mal raus wir können ja auch raus wir können ja auch mal oh man meine Brieftasche ich finde die die Vertonung so gut die Vertonung ist so gut ah ok jetzt das war irgendwas auf der Couch da war es irgendwas war auf der Couch da ist meine Brieftasche Blob hat der gerade Blob gerufen nach der Ratte warum schrauben schraubenzieher kann ich nicht die Couch einfach verschieben muss ich wirklich die rausholen die Maus du bist eine ganz böse Ratte hast mir die Brieftasche gestohlen gib's zu ich muss mal ganz kurz raustappen und muss mal folgendes machen so ich muss so kurz was wegschalten ok dann soll ich mit der Ratte die ich jetzt gerade in der Tasche habe ist ja klar das hat man eben so auf die Couch also gut du kleine Schlange du hast meine Brieftaschen darunter verfrachtet und jetzt holst du sie wieder raus ist das klar ja es ist eine Ratte Lob Lob komm wieder raus da ein helles Kerlchen ist der Curtis nicht der lässt eine Maus eine Ratte eine weiße Ratte eine Albino Ratte darunter und meint dass sie jetzt hol mal hol mal meine Brieftasche da raus komm hier ein Snack bei so vielen Nüssen die da unten drunter waren braucht ihr keinen Snack mehr ich mag aber den Namen da bist du ja das war's ausgezeichnet ausgezeichnet ok Brieftasche haben wir wir tun mal wieder die Ratte in die sonst können wir nämlich nicht raus sonst sagt er nachher wenn wir zur Tür gehen ach ich muss ja noch meine Ratte in den Käfig jetzt gehen wir mal zur Tür jetzt können wir nämlich raus okay äh Wintech Ach daheim und Traum was steht hier oben Traummann Traum 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 also Wintech wird meine Arbeit sein meine Arbeitsstelle Traum Baum Traum 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 Baum ich will auch Braum sagen Traum Daumen ich weiß es nicht ich kann es nicht lesen aber wir gehen mal auf äh auf Arbeit so das ist das ist meine Arbeitsstelle hier sind Türen und hier sind Türen und hier vorne sind Türen ok wir gehen mal hier links oh kann ich mit der wie kann ich die Geldbörse kann ich die irgendwie ach warte da ist er guck mal hier ist er Curtis ich habe hier in diesem in diesem Büro damals in den 80ern 90ern 100 100 Stunden verbracht weil ich hier nicht mehr rauskam also weil ich nicht rauskam nicht mehr weiterkam es war schrecklich weil man kommt immer wieder hier zurück und immer wieder zurück und irgendwie kam man nicht weiter mein Büro war hier das weiß ich noch hier ist es mein Zimmer hier ist mein Kollege und hier ist das sind alles Kollegen ich glaube das ist mein Büro ich müsste jetzt hier draufklicken das müsste hier mein Büro sein ja sehr schön sehr schick vor allen Dingen in dieses tolle Grün ist die Lautstärke gut? hallo guten morgen schwere Nöter was war denn gestern Nacht? hast du dir Mickey Maus Filme angesehen oder deine Briefmarkensammlung umsortiert? ich war früh auf zu deiner Beruhigung meine Ratte hat mir die Brieftasche geklaut ja wirklich sehr glaubwürdig du hast ganz einfach deinen faulen Hintern nicht aus dem Bett gekriegt ich ich dagegen habe ein Privatleben aha ja ich hab gestern Nacht bis zum Morgengrauen getanzt ja ja aber hier bin ich pünktlich wie eine Schweizer Uhr und frisch wie der junge Tag wie der junge Tag da könnte ich jetzt was zu sagen tu es lieber nicht nein tu es lieber nicht wir sehen uns später du böser Junge also ich bin jetzt mal ganz fair auf Englisch ich kenne es also nur auf Englisch ihr kennt es jetzt ihr habt das das erste Mal vielleicht jetzt bei mir gehört das ist alles okay auf Englisch ist das ein bisschen besser ich finde gehört das hört sich auf Deutsch ganz gut an der Kollege jetzt gerade der hört sich eher an oh mein Gott schönes Bild guck mal hier die weiße Ratte du bist so ein hübsches Mädchen Blob Blob das Mädchen Trevor Brains Brains ich Jolie Jolin was sind das für Buchstabe der dritte Josselin Josselin Pau hier ist die Rainbow Pau 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 ist auch dabei äh Therese und Bob die Nummer musst du dir übrigens nicht merken aber du musst diese Nummer noch anrufen die Pau ist auch dabei also wenn ich jetzt anrufe kann ich jetzt die Leute hier anrufen die auf dem Zettel sind am Computer verdammt ich hab mein Passwort geändert wie war das noch ich weiß es selber nicht man man ich weiß es nicht ich echt echt nicht weiß nicht oh blob heißt es bestimmt oder sowas blob was mit P oder mit B blob oder blob mit B ja oder oder Freak! Das war wohl das falsche Passwort. Gib das falsche Passwort ein und du kriegst vom Computer eins aus dem Maul. Was ist das? First Blood. Ja. War aber jetzt logisch, dass das Passwort Blob hieß. Was kann es wohl sein? Der arme Computer dürfen nicht mehr. Hier dürfen wir immer dran. An Blob dürfen wir auch. An das Telefon dürfen wir auch. Wir dürfen aber auch verlassen. Wir verlassen natürlich, weil wir jetzt total ruch ruch sind. Danke Queenie. Und was machen wir, wenn wir husch husch sind? Na, wir trinken erstmal. Ich wollte gar nicht rein. Ich wollte was trinken. Hier gab doch was. Das ist das Büro vom Chef. Ich wollte da gar nicht rein. Wer richtet sowas ein? Ganz ehrlich, ich geh mal wieder raus. Ich geh mal raus. Ich wollte da nicht in das Büro vom Chef. Was ziemlich auch eigenartig ist. Ich wollte... Wie kann man sich denn drehen? Ich geh jetzt mal so. Und dann hier zurück. Hier. Ich... Ich geh jetzt mal was trinken. Trinken. Eins auf die Fresse zu bekommen, muss man erstmal... Ich weiß noch, dass ich das damals 150.000 Mal gemacht habe. Und ich hab mich immer gewundert, wie viel Papier der für einen Schluck immer wieder wegschmeißt. Der hat immer getrunken bei mir. Und weggeknüllt und dann in den Mülleimer. Wasser weggeschmeißen. Das war das gleiche. Soll ich geh mal zu meinem Kumpel und frag den mal, ob der das mitbekommen hat. Hey Trevor. Hey alter Knabe. Was gibt's? Ach du Schande, wie ist denn das passiert, dein Gesicht? Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Trev, ich glaub ich werd verrückt. Wieso? Was ist passiert? Ich meine, hat dich jemand geschlagen oder so? Ich schwör's dir. Ich hab einfach nur an meinem Tisch gesessen. Und ähm... Dann hat mich jemand geschlagen. Aber da war keiner. Das klingt verrückt, stimmt's? Ich bin total durchgeknallt. Nein. Nein. Natürlich nicht. Ach nein. Weißt du noch, als ich die Grippe hatte und dachte... Dolly Parton sitzt im Wandschrank mit der Kettensäge. Vielleicht hast du dir ein Virus eingefangen. Ja, sowas. Wird's wohl sein. Virus haut dich um. Was? Der Virus haut dich um. Also, bitte, keine Virus einfangen. Stell dir mal vor, ihr geht zu eurem Kumpel und sagt... Ich saß an meinem Rechner und da hat mir einer auf die Fresse gehauen. Und ich weiß nicht, wer es gewesen ist. Was würdet ihr denn sagen? Nein. Sagt der dann. Nein. Das ist alles in Ordnung. Dann die Paten, genau. Äh... Ich kann nicht mehr mit ihm reden. Nein. Okay. Trevor will nicht mit mir reden. Trevor. Trevor will nicht. Okay. Hier. Oh, der ist gut. Der ist gut. Warte, man hat ja immer, immer, äh... Auf der Arbeit immer einen, den man nicht mag, oder? Tom? Hm? Ähm, tut mir leid, dass ich störe, aber ich werde heute mit dem Veneman Report fertig. Da dachte ich, du hast vielleicht was Neues für mich. Sekunde. Ja, ich glaube, du könntest dich auf die Dokumentation über Alotaria 9 stürzen. Toll. Danke. Curtis? Gute Arbeit. Hm. Irgendjemand war auf der Arbeit von dem nicht, nicht in Ordnung. Ich weiß nicht mehr, wer das war. Das war nicht Tom. Tom hieß er, ne? Tom. Ich weiß nicht, dass jetzt die Namen nicht angezeigt werden. Ich kann mir sonst die Sache nicht merken. Okay, man kann hier sonst nichts mehr machen. Gibt es hier noch was? Hier ist der Ausgang. So. Äh, hier konnte ich noch was saufen. Ach, hier ist noch. Hier war noch die Kollegin. Ich weiß nicht mehr, wie sie heißt. Weil ich mir sowas nicht merken kann. Ja. Hier ist die Kollegin. Mal gucken. Irgendeiner war ein Arschloch. Das weiß ich. Hey, Bob. Könntest du mir vielleicht die Veneman Dateien überlassen, wenn du sie nicht mehr brauchst? Dem Rattenkönig? Vergiss es. Die nutzen dir sowieso nichts. Wir wissen beide, dass ich befördert werde und nicht du. Also, verpiss dich. Okay. Danke, Bob. Es war mir ein Vergnügen. Wie immer. Also, wir wissen. Bob ist ein Arschloch. Aber nicht der. Das ist der richtige. Das ist der richtige Bob. Das ist ein Arschloch. Okay. Bob ist ein Arschloch. Das wissen wir jetzt. Und jetzt. Auf der Arbeit darf die geile Mieze nicht fehlen. Das müssen wir. Müssen wir uns merken. Also, es gab einen Trevor. Es gab einen Tom. Es gab einen Bob. Das sind die geilsten Namen, ne? Und wie heißt sie? Hallo. Therese. Darf ich dich was fragen? Willst du mit mir gehen? Natürlich. Sieht aus wie Puff da drin bei dir. Glaubst du, dass es Dinge gibt, die die sichtbare Welt übersteigen? Ja. Ich glaube, wir sind umgeben von Dingen, die wir nicht sehen. Oder die wir nur dann sehen, wenn wir anfangen danach zu suchen. Ich weiß. Ich weiß. Ich hatte gerade was. Äh. Hatte wir gerade. Oh. Ich könnte nochmal über die hier reden. Das Büro sieht brutal. Eigenartig aus. Aber echt. Hey, Therese. Könntest du diese GABA-Datei wieder in den Zentralrechner geben? Ich brauche sie gleich. Und was kriege ich dafür? Ähm. Ähm. Äh. Ich habe nur Spaß gemacht, Curtis. Ich gebe sie gleich zurück. Danke. Mensch, Curtis, ey. Ich hätte gesagt, ich kontrolliere gerne die Steckdose unter deinem Schreibtisch. Hätte die auch so. Meint ihr, oder? Kann ich nochmal zu dem Arsch? Okay, Tom. Wir können nochmal mit dem Tom Arsch reden. Ne, Bob. Arsch. So, okay. Also, Bob will nicht. Bob ist... Bob ist für uns tabu. Wir gehen nochmal zu Curtis. Dürfen nicht. Curtis... Nix. Okay, wir gehen mal wieder bei uns. Bei uns das Büro. Das sieht echt gut aus. Schön durcheinander. Ich würde mich aber auch nicht mehr vor diesen Rechner setzen wollen. Wenn du an die Tastatur gehst, dann machst du sowieso. Nicht hauen. Nicht hauen. Okay. Das lustige ist, wir können ja auch Leute anrufen, ne? Also, guck mal. Wir rufen jetzt unseren besten Freund Bob an. 6114. So, jetzt gehe ich ans Telefon. So. 6114. Na klar. Als ob ich mich mit dem König aller Arschlöcher unterhalten will. Ha! Oh Mann, warum denn? Das ist doch... Na komm. Therese? Was? Die zwei wissen wir gar nicht. Ich? Trevor? Wer ist... Einer, der hieß doch Tom. Ich? Wieso soll ich mich denn selbst anrufen? 6100. Ich rufe mich selber. Ist am besten. 6100. Hallo, hier Curtis Crack. Hallo Curtis, du verlauste leckere Kleiner. Ruft euch nie selber an. So. Äh, Therese. Ne, eigentlich Trevor. Warum soll ich eigentlich Trevor anrufen, wenn der neben mir ist? Aber komm. 6125. 6125. 6125. 6125. 6125. 6125. 5123. 5123. 5123. 5123. 5123. 5123. Ich... Ich sollte ihn nicht stören. Ok. Trevor, ich... äää... Wer war das denn hier? 6992. Hier, Jocelyn. Hallo Süße, wie geht's dir? Wenn ich an gestern Nacht denke, dann geht's mir hervorragend. Und dir? Entschieden besser. Ich liebe... den Klang deiner Stimme. Ich liebe dich, Curtis. Ich verdiene dich nicht, Joss. Bye. Wo war ich denn gestern? Ich hab doch gar nichts gemacht. Warum hat die gesagt, das war gestern so toll? Mit wem war die denn unterwegs? Mit meinem Freund Trevor? Also ich war doch zu Hause. Wo war sie denn? Hä? Oder gestern war doch nichts. Ich hab doch eben meinem Kumpel gesagt, dass ich nichts gemacht habe. Und lieber geschlafen habe oder so, ne? Wem haben wir nicht angerufen? Ich, Jocelyn, Trevor, Paul. Das hab ich mir als letztes aufgehoben. Paul, wenn jetzt gleich bei dir das Telefon klingelt. Geh nicht dran. Okay. 6996. Das ist schon mal... 6996 hier. Guck mal, hier hab ich voll die Stellung in. Äh, was war das? 6996. Ja, P.A. Warner. Äh, Sir, hier ist Curtis Craig. Ich... Curtis? Wie geht es dir, mein Junge? Ähm, ausgezeichnet, Sir. Danke. Sie wollten, dass ich Ihnen Bescheid sage, wenn der Budgetbericht fertig ist. Ich hab ihn heute früh ins Netzwerk eingegeben. War eine lange Nacht. Wunderbar, gut gemacht, mein Junge. Ausgezeichnet. Du bist einer meiner besten Leute, weißt du das? Ich werde dich im Auge behalten. Was war das denn für ein Chef? Der ist ja... Der ist ja mehr als... Als eigenartig, der Kerl. Ich werde dich im Auge behalten. Ja, hallo. Na? Oh. Du bist einer meiner besten Leute. Okay, wir gehen mal wieder an die Computer. Ah, das ist immer hier was. Angestellte. Hier kann man die Leute nachlesen. Hier, Arnold... Arnold... So. Okay. Technischer Redakteur. Durchwahl. 6114. Barnes, Trevor. Systemprogrammierer Durchwahl. Bla. Barning, Therese. Ah, guck mal. Benning. Benning und Barnes. Achso, okay. Gab es da einen anderen, der den gleichen Namen hatte? Nee. Okay. Was ist die Öffentlichkeits... Öffentlichkeitsarbeit? Was ist eine Öffentlichkeitsarbeit? Öffentlichkeitsarbeit. Was macht eine Öffentlichkeitsarbeit? Was ist denn das? Nackt auf der Straße rumlaufen oder was? Na egal. Greg Curtis, technischer Redakteur. Revel Tom. Abteilungs... Oh. Abteilungsleiter. Ah, nee. Tom ist okay. Tom war der okay. Was wurde denn der Bob? Wo ist denn der Bob? Der Arsch. Arnold Bob, technischer Redakteur. Okay. Presse. Achso, okay. Wo steht das mit Presse hier? Steht nichts mit Presse. Achso, sorry. Presse. Okay. Öffentlichkeitsarbeit. Warum heißt das nicht? Einkauf? Oh. Jocelyn. Okay, die war noch nicht da gewesen. Einkauf. Was ist das? Die Putzfrau hier. Warner Powell Allen. Stellvertretender Leiter Forschung und Entwicklung. Okay. Passt. Den einzigen, den ich glaube ich nicht anrufen... Ich habe alle angerufen, ne? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Drei, sechs, sieben. Wie komme ich wieder raus? Raus. Wir kommen hier raus. Ah, hier einfach verlassen. Okay, was habe ich hier? System auslocken. Na ja, komm hier raus. Nein. Ganz kurz, ich wollte mal gucken. Es kommt jetzt immer so eine Animation. Wir müssen die Animation bestimmt nachher 5000 Mal sehen. Aber nur gut. So, ich wollte mal hier drauf klicken. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Und da ist, da bin ich sogar mit dabei. Ne, mal mal kurz. Ich bin jetzt gerade mal ein bisschen verwirrt. Also. Ach nö. Ach, ich kann mich hier auch... Ach. Sekunde Angestellte. Bob, wollte man nicht reden mit dem Arsch. Trevor ist mein Nachbar, mein Kollege, mein Freund. Therese ist das nette Mädel von nebenan, die Blondine. Curtis bin ich. Jetzt haben wir schon vier. Tom ist der Abteilungsleiter, der ist nebenan. Den hatten wir aber nicht auf der... Die. Doch, die Jocelyn habe ich doch auch. Ist das nicht die nette Dame, meine Freundin oder sowas? Ne. 6992. Paul Allen. Ne, das war der Chef. Das war Paul. Okay, das war Paul. Paul, ist das? Oh. Die Foto. Verschieben. Nicht schlecht. Viel geschrieben. Ha. Formazeuter. Aha. Formazeutiker. Warum hab ich nicht eigentlich... Als ich draufgeklickt habe, Format, der darauf rumgetackt, getipselt? Oder... Habe ich einen an der Klatsche und schnüffel meine eigenen... meine eigenen Medikamente, die ich selber verkaufe? Okay. Nebenwirkungen sind Nasenblutungen. Okay, das ist auch schon mal interessant. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir uns das durchlesen, weil wir brauchen einige Informationen im Nachhinein bestimmt. Aha. Leichte Halluzinationen. Die mit Insekten zu tun hatten. Okay. Das ist wichtig zu wissen. Hemmungen. Die mit Insekten zu tun hatten wir noch nicht. Das ist okay. Okay. Ach so, okay. Therese. Da dürfen wir nicht drauf zugreifen. Und hier dürfen wir nicht drauf zugreifen, weil das Archiv ist. Okay. Wir haben jetzt erst mal ein bisschen geguckt. Wie gesagt, das Spiel habe ich schon vor Ewigkeiten nicht mehr gespielt. Schon etwas länger her. Gut, dann mache ich erst mal folgendes. Ich gehe noch mal. Okay, wir haben jetzt. Wenn wir irgendwas getätigt haben, irgendwas geschafft haben, dann kann man wieder mit den Leuten reden. Bis dahin. Ach, guck mal hier. Bis dahin. Das war eine Party, erinnerst du dich? Nein, nur noch an einzelne Bilder. Weißer Rum, heiße Musik und verdammt schlechtes Essen. Ich bin froh, dass du immer drauf bestest, zu fahren, Curtis. Ja, ich bin eben der Abstinenzler aus dem Bilderbuch. Ah, ich erinnere mich dann noch an ein Bild, wie Bob auf die Tanzfläche gekotzt hat. Bob hat auf die Tanzfläche gekotzt. Das könnten wir ihm eigentlich nochmal sagen. Weißt du was? Ich gehe mal zu Bob hin und sage ihm das. Aber haben wir noch irgendwas anderes? Was haben wir hier? Hi, Trevor. Sieh mal, was ich gefunden habe. Ich wusste gar nicht mehr, dass ich es hatte. Oh, deine Eltern? Ein nettes Paar. Du gleichst deiner Mutter aufs Haar, weißt du? Die Augen... Was hat er denn falsch gesagt? Du wilder Vollpfosten. Der hat doch gar nichts... Dann zeig ihm doch nicht die Bilder, wenn du nichts hören möchtest. Der arme Curtis, ey. Der arme Trevor. Magritte, danke schön für den Rating. Was war das denn? Voll eingeschnappte Leberwurst hier. Ja, wir erdolchen den einfach. Haben wir den erdolchen? Nein, kann man nicht. Okay. Oh. Hey, Trevor. Ja? Ich weiß, dass deine Sicherheitseinstufung höher ist als meine. Warst du schon mal in einer... In einer von diesen Sperrzonen? Um Gottes Willen, nein. Und ich reiß mich auch gar nicht rum. Mann, da unten züchten sie wahrscheinlich zwei Tonnen schwere Hamster oder irgendetwas in dem Stil. Also, okay, wir haben es schon verstanden. Wirklich, da gibt es Labore, also. Wir sind dann so gesehen nur die Bürohengste. Alles klar. Was haben wir hier noch? Kann man die Geldbörse dem geben? Nö. Das kann man dem auch nicht geben. Nö. Alles andere haben wir gemacht. Nein. Weg. Okay, dann gehen wir mal... Hier. Da können wir doch auch mit den Bildern ein bisschen rumhampeln. Das kann man nicht geben. Geldbörse kann man nicht geben. Kann man sie erdolchen. Nein. Aber das nicht stimmt, oder? Nee, auch nicht. Das hier? Ja. Auch nicht. Okay, wir dürfen sie nicht nerven mit so tollen Sachen. Mit Saufpartys. Mal gucken, können wir dem sagen, dass wir... Äh, dass du auf die... Ja! Dem können wir sagen, dass du auf die Tanzfläche gekotzt hast. Bestimmt! Hey, Bob. Kommst du dieses Jahr wieder mit der gleichen Tussi auf die Weihnachtsfeier? Du kriegst sicher Rabatt. Sie ist ja schon über 60. Oh, das war ja mal echt eine schlagfertige Antwort. Es ist Liebe. Liebe gibt's. Hier kann man das nochmal machen? Nee. Okay. Ich will mit der Blondin interagieren. Ja, aber nicht nur im Spiel, du. Ähm. Wir müssen noch ins Büro... Oh. Ins Büro vom Chef. Die Tür ist jetzt offen. Habt ihr gesehen? Türe offen. Aber wir gehen erst nochmal ganz kurz zu Tom. Zum Abteilungsleiter. Der wird sich bestimmt freuen. Nein? Dem ist das hier den Scheiß direkt, den ganzen Quatsch hier. Ach, hier. Vielleicht kriegen wir ja eine andere Karte. Was wir ganz sicher nicht bekommen. Aber man kann ja mal fragen. Hey Tom, ich wollte mich mal mit dir über meine Sicherheitseinstufung unterhalten. Ich komm nicht mal in die Cafeteria rein. Soll das ein Witz sein? Echt? Nein. Das geht natürlich nicht. Ich werde sehen, was ich für dich tun kann. Gut, danke. Ich komm nicht mal in die Cafeteria rein. Was ist das für ein Lappen? Sorry, Leute. Der kann ja gar nichts. Der darf gerade mal auf Toilette gehen. Wenn überhaupt. Das interessiert ihm alles nicht, ne? Oh. Meine Geldbörse. Tom, tut mir leid, dass ich zu spät gekommen bin. Es klingt blöd, aber meine Ratte hat mir die Brieftasche geklaut. Das ist jedenfalls originell. Du siehst geschafft aus, Kurt. Ist alles in Ordnung? Ja, alles okay. Ich kann nur in letzter Zeit nicht besonders gut schlafen. Ich hoffe, du weißt, dass ich jederzeit für dich da bin, falls du mich einmal brauchen solltest. Du bist ein tüchtiger Mann. Und wenn ich dir helfen kann, jederzeit. Danke. Ich mag den Tom. Tom ist ein guter. Tom ist ein guter. Oh, das ist auch der Abteilungsleiter. Das ist gut, dass wir... Wir haben den auf unserer Seite. Wir müssen mal über Bob reden. Tom, wir müssen mal echt über... So. Wir gehen jetzt zum Chef. Wo ist das hier? Wie kommen wir hier? Ich versuche, irgendwie an den anderen Weg zu wählen. Dann gehe ich mich eben dreimal im Kreis. Jetzt. War die Tür eben auch offen? Ich komme nicht, oder? Okay. Wow. Sehr hübsch. Vor allen Dingen, das Büro ist ja nicht mal größer als meins. Das sind die ganzen gezähmten Tiere. Ich habe einen Schraubenzieher, ja? Vom Paar Zigaretten. Oh, oh, oh. Oh, ich habe ein Schraubenzieher. Oh nein. Ich habe ein Schraubenzieher dabei. Und es gibt einen Schreibtisch, den ich aufmachen kann. Oh mein Gott. Kann ich noch was gucken? Natürlich nicht. Puh, die muss ich nicht aufmachen. Hallo Kurtis. Was kann ich für dich tun, mein Junge? Nichts, Sir. Ich, 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 ich habe nur, ich habe nur nach einem Wörter-Achternbuch gesucht. Ist das alles? Ja, ja, das ist alles. Ich werde das Servicecenter anweisen, dir eins zu schicken. Einverstanden? Toll. Danke. Auf Wiedersehen, Kurtis. Mann, Kurtis, ey. Mann, Kurtis. Du gehst ins Büro vom Chef und fummelst dem am Schreibtisch rum. Und dann denkst du auch noch, oh mein, meine Fresse. Wir gehen nochmal zu ihm rein und sagen nochmal, Entschuldigung. Je seltener ich Paul-Allen-Warner sehe, umso besser geht. Er mordet ihn, komm. Nein, das war was anderes. Wir gehen nochmal ganz los bei uns ins Büro. Gucken wir nochmal, ob wir was machen können. Ey, ist echt, ey. Wer geht da rein und fummelt direkt am Schreibtisch von dem Ding. Ich muss doch hier ein bisschen Schokolade holen. Dann muss man es mal mit dem Schraubenzieher machen. Hier ist Therese. Therese, hi, hier, Kurtis. Hi, was kann ich für dich tun? Äh, könntest du... Ich wollte nur fragen, ob... Ähm... Ich... Es klingt sicher blöd, aber ich weiß nicht mehr, warum ich einen gerufen habe. Das macht doch nichts. Du kannst mich jederzeit anrufen, Kurtis. Ciao. Ja. Kurtis, das ist, äh... Ganz, ganz schwach, sag ich dir. Hi, Pau! Ähm... Ja, hi, hi. Ich wollte nochmal hi sagen. Ne? Tschüss. Und hi. Hi, hi, tschüss. So habe ich übrigens die Pau kennengelernt. Mit hi. Hi, hi, hi. Hi. Ich glaube, wir brauchen nichts mehr, ne? Wir gehen jetzt immer aus dem Scheißbüro. Raus hier. Arbeiten ist scheiße. So, raus hier. Raus. Könntest du sympathisch? Könntest du voll forsten? Kann ich jetzt hier... Ich glaube, darf ich hier gar nicht rein, ne? Ich habe ja nicht mal ein Sicherheits... Oh, doch, was ist denn hier? Ist das der Druckerbereich? Äh, das ist der Kursor von mir. Okay. Äh... Oh, einschreibe dich. Alter Monitor mit nix. Ein Spachtel. Ein kleines Hämmerschen. Ein kleiner Pinsel. Was kann ich denn hier tun? Nix? Nix. Es gibt hier einfach nur nix. Gut, dann gucken wir, ob mir hier ist ein Schreibtisch. Hier vorne geht es raus. Was kann man denn hier tun? Gehen wir mal hier vorne hin. Das kommt so ein kleiner Clown aus der Kiste. Guten Abend. Oh. Das ist, als ob der das wusste, dass ich da hin wollte. Dann werden wir die Kiste auch nochmal auf Seite schieben, bitte. Ich glaube, hier brauchen wir einen Schraubenzieher. Jetzt wusste ich das. Äh, ich komme da nicht dran. Nicht mit den Fingernägeln da rumkratzeln. So. Schraubenzieher. Schraubendreher. Nein. Okay. Hier brauchen wir einen Schlagbohrhammer. Ganz klar. Presstluft. Schlagbohrhammer. Nur mal ganz kurz. Ihr stellt euch einfach mal vor, ihr sitzt auf der Arbeit. Ihr habt irgendwie plötzlich nichts mehr zu tun, weil ihr keine Ahnung mehr hast, was du tun sollst. Gehst in irgendeinem Schuppen, in irgendeinem Abstellkammer bei euch, ob ihr jetzt irgendwo arbeitet, wo es sowas gibt. Und auf einmal fangt ihr einfach an, Kartons auf Seite zu schieben und ihr wollt da rein. Aus welchem Grund will er denn da rein? Das ist so geil. Ich geh jetzt einfach da rein. Ich will da jetzt rein. Warum ist das Ding hier zugeschlossen? Ja, boah. Weil es ist ein Scheißdreck interessiert, was du da rein. Da muss ja nichts drin machen. Für neugierige Nasen, dass du hier nicht reinfummelst. Ach, da schiebt es wieder auf Seite. Okay, ganz nett. Das ist das. Schraubenschlüssel, Schraubendreher, wie man es nennen möchte. Okay, das wird was Interessantes sein. Aber vielleicht komme ich hier nochmal zurück. Kann ich das... Hier, guck mal, hier ist da genug Materialien. Wir reißen einfach alles auf. Wir verlegen einfach... Weiß ich nicht. Wir machen einfach alles kaputt. So, hier ist, glaube ich, nichts zu tun, ne? Ne, okay, wir gehen wieder raus. Na, Curtis, kommt jetzt an jemanden gegen was? Wolltest du machen? Ne, ich wollte einfach hier so eine kleine Abstellkammer in diesem kleinen Luftraumschacht. Tür dazu. Hier geht es ganz sicher zum Labor. Ja, 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 das sieht auch aus wie Laborzeugs. Darf ich nicht hin? Natürlich nicht. Darf ich ihn mit der Karte durch? Der ist auch eine neugierige Nase. Was ist mit dem denn los? Okay. Ich glaube, wir können gehen, ne? Wir gehen nicht mal auf die Arbeit. Wir gehen jetzt einfach weg. Scheiß auf Arbeit. Wir gehen jetzt zum Traumbauen. Was auch mal ist. Wir haben geschlossen. Gut. Und wo kann man nicht auf die Karte klicken? Ich gehe mal wieder nach Hause. Kein Bock auf Arbeit. Ich gehe einfach. Ich gehe einfach. Ich gehe einfach. Ach, ich gehe schlafen. War schon lang, war schon zu viel gearbeitet. Ich habe schon mit Bob geredet. Bob hat mir den Abend, den ganzen Tag versaut. Ich gucke jetzt im Spiegel, das ist alles sehr gut. Ich habe eine andere Idee. Wir gehen wieder auf die Arbeit. Da ist es, glaube ich, besser. Hier ist nicht gesund. Und der muss doch einen an der Schüssel haben, der Kollege. Der hat aber ganz gut reagiert. So. Ich hätte eher ein bisschen wie Jack Sparrow geschrien. Oh, keine Pillen mehr da. Kann man hier auf der Seite auf die Toilette gehen? Nö. Kann ich noch irgendwas mit den Bildern machen? Nix. Okay. Er bewegt sich noch. Er ist noch warm. Okay. Wir gehen mal kurz gucken, was ein Blob sagt. Oh, wir dürfen nicht mit Blob reden. Hier dürfen wir auch gar nichts mehr machen. Nein. Was ist denn das hier eigentlich hier oben? Man weiß manchmal gar nicht, was was ist. Was ist das? Das ist, glaube ich, irgendein... Ach, man kann sich die ganzen Szenen nochmal angucken. Ach, das ist gut. Was ist das? Steuerung. Okay. Hier ist die Karte. Das wissen wir. Und was haben wir hier? Und da kann man nochmal das Inventar beäugeln. Okay. Wir haben hier nichts zu tun, glaube ich. Nö. Scheint, dass wir wieder auf die Arbeit müssen. Ach, nö. Arbeit ist doof. Ach ja, hier ist noch was zu gucken. Telefon. Anrufen Chef. Ich habe irgendwas bei dir im Schreibtisch geklaut oder sowas. Aber nix. Wir müssen wieder zur Arbeit. Zur Arbeit. Auf die Arbeit, wie man es kennen möchte. Hey, Trevor. Ich wollte dir mal was erzählen. Ich bin gerade mal ganz kurz nach Hause gefahren, weil ich eigentlich keinen Bock hatte auf die Arbeit. Und da hing eine Alter in meinem Zimmer, die war noch warm. Die hat mich angeguckt. Aber jetzt bin ich wieder auf der Arbeit. Ist alles wieder in Ordnung. Und sonst so? Wie geht es dir? Wie geht es Frau und Kind? Ich gehe zu Trevor. Ich erzähle das jetzt meinem besten Freund. Trevor ist mein bester Freund. Nee, ich kann ihm nichts erzählen. Eine Alte hängt in meinem Zimmer und er sagt nix. Okay. Nix. Darf ich das nochmal zeigen? Willst du das nochmal sehen? Darf ich dich ermorden? Briefbörse. Karte. Nix. Mein bester Freund ist ein Arsch. Okay. Hier. Ihr. Nix. Geldbörse. Kannst du doch außen was sagen hier? Ich gebe dir heute Abend was aus oder so. Nix. Auch nix. Auch wenn ich mit ihr. Das heißt, wir müssen echt arbeiten. Arbeiten ist scheiße. So. Hier. Bild will er nicht. Okay. Wie komme ich denn? Ja, das ist falsch. Ich würde ja gerne zum Wasser hier hinlaufen. Das ist immer so doof. Also ich muss immer glaube ich erst mal hier laufen, dann wieder zurücklaufen. Dann sehe ich nämlich das, ja? Nix passiert. Mal ab und zu trifft er sich mit jemandem dort. Das ist mal wichtig. Dass man auch ab und zu diese, diese Aktion macht zum Trinken gehen. Dann trifft er sich ab und zu mit jemandem und sagt, ey, hey, du auch hier? Na? Lange nicht mehr gesehen. Nix. Nix. Vielleicht mein... Nix. Nix. Keiner will... Keiner will... Keiner will mal was wissen. Ich will mal mit jemandem reden. Okay. Keiner will reden. Nix. Nix mehr passiert. Oh. Wer ist denn das? Wer wohnt denn da in dem grünen? Das war ja noch ein Zimmer. Wer ist denn das? War es die Jacqueline? Chuck, 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 Jason, Jason? Sonst was? Oh. Oh. Du hast mich erschreckt. Genau wie du mich gestern Nacht weißt, was ich meine. Ja, gestern Nacht das war. Oh, ist so schön. Hm? 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 Joss. Sieh mal hier. Ein Foto von meinen Eltern. Lass mal sehen. Dein Vater ist ziemlich sexy. Curtis? Weißt du was? Du gleicht eher deiner Mutter. Ja. Das war die... Das war so in die Eier getreten, ey. Oh mein Gott. Dein Vater sieht total sexy aus. Aber du gleicht total deiner Mutter. Oh mein Gott. Das war so ein Tritt in die guten Stücke der Familie. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Diese blöde Kuh. Echt? Mit dir bin ich zusammen. Aber schönes Büro. Sehr gut. Es gefällt mir. Pia, bis dann. Hi, Liebling. Hi, Liebling. Pssst. Nicht so laut. Ach, Curtis. Was ist? Was soll die heimlich Tuerei? Schämst du dich wegen mir? Nein, natürlich nicht. Ich mag das nur nicht in dem Laden hier. Das ist alles. Ich will dich ganz für mich allein haben. Ich schlag vor, wir treffen uns nach der Arbeit. Ja, okay. Okay. Das. 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 Das, okay. Joss? Oh. Die Weihnachtsfeier, weißt du noch? Oh, ja. Ich weiß auch noch, was nach der Feier kam. Dass du ein Foto davon hast? Es überrascht mich, dass es dir nichts ausmacht, wenn man uns in der Öffentlichkeit fotografiert. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Der Curtis hat echt einen an der Klatsche. Oh nein. Okay. Hier kann man nichts mehr machen. Nix mehr, ne? Nix. Okay. Oder kann ich dir noch was, noch was interagieren? Man muss immer gucken, man muss ab und zu vorher was aktivieren, bevor man was anderes, also vorher mit irgendwas interagieren, bevor man mit was anderem anfangen kann. Okay, ich gehe mal ganz kurz nochmal zu meinem Kumpel hier, der hat auch nichts mehr zu erzählen. Nix. Okay. Dann gehen wir nochmal in unser Büro. Wir müssen ja irgendwas noch tun hier. Ich habe keine Ahnung, wem soll ich noch mal am Computer rumfummeln? Hm. Ach, das ist meine Post. Okay. Trevor. Kuscheliges Häschen Träume beschränken. Oh. Okay. Von Trevor an Curtis. Kuscheliges Häschen. Wann spreckt das denn weg hier? Wann, wann spreckt denn das die ganze Zeit? Ey! Okay, ich will das lesen. Bleib da. Ey Mann, das springt ja die ganze Zeit. Okay. Ernsthaft antworten, witzig antworten, sarkastisch antworten. Ja, natürlich sarkastisch, was denn sonst? Ja, wir sind das. Okay. So, wir sind in den Quatsch. Was haben wir denn hier? Mit W, Curtis, Ann Curtis von? Ein Wunschtraum. Ah, was ist denn dieses Wunschtraum? Das ist eine Bar oder sowas? Ich denke mal, es wird eine Bar sein, ne? Wisst ihr das noch? Das wird... Was ist das? Wie komisch geschriebene Sachen. Okay. Beschränkter Zugang. Okay. Alle Angestellten im dritten Stock. Okay, wollen wir mal vergucken, was haben wir hier? Wichtig oder nicht wichtig? Mann, das springt immer weg. Bleib doch mal da. Was ist, wir will denn auch schon in den Laboren rumlaufen? Das ist doch ekelig, ey. Soll doch alles zu bleiben, den ganzen Quatsch. Alles gut, wir wollen da nicht hin. So, was haben wir hier? Wir haben... Oh, wir haben gewonnen, nicht die haben gewonnen. Fionnula, wissen Sie, das ist ein... Fionnula Jetta. Aha, sehr schöner Name. Fionnula Jetta. Okay. Ist das ein Witz? Oh mein Gott. Sehr, sehr schön. Sehr, äh, sehr interessant. Curtis von Trevor wieder. Oh, der schickt uns immer Witze. Ich will keine Witze lesen. Okay. Ernsthaft, einfach witzig antworten. So. Wir sind jetzt einfach ein Witz. So, fertig. Was haben wir hier? Curtis von Jocelyn. Okay. Hi, Baby. Oh, oh, ich liebe dich. Oh, ernsthaft antworten. Witzig antworten. Sarkastisch antworten. Äh, ernsthaft antworten. Wie, Mädels da draußen, wie wollt ihr auf so eine, so eine Nachricht, wollt ihr eine witzige Antwort? Mit ein bisschen Scham drin? Oder lieber eine ernste Antwort? Wir treffen uns heute Abend, 18.30 Uhr bei mir, bei Wein und Kerzenschein. Sarkastisch antworten. Oh, okay. 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 so hätte ich als geantwortet na gut dann ernst antwort ernst danke ich wünsche dir auch einen schönen vormittag das ist nicht das ist nicht ernsthaft antworten das ist trocken antworten danke ich liebe dich auch oder ich vermisse dich auch oder deine x schmeckt nach erdbeere das schicke ich jetzt die mädels haben die chat hat gesagt ich soll ernsthaft bleiben danke ich wünsche dir auch einen schönen vormittag senden wo wir die alte wie sieht so system auslocken raus hier mit dem telefon wir kommen noch mal anrufen bob 6114 bob ist mein lieblings 6 ich konnte mich doch noch mal selber anrufen nein nein zu schnell gedrückt was bei den anderen stand das kann ich jetzt nicht mehr sagen das wird jetzt nicht ich ich rufe mich noch mal selber an 1 16 1 60 9 0 6 1 25 6 1 25 ich sollte ihn nicht stören das hier ist die schöne 6 996 und therese 30 38 die hat übrigens die einzige ist die die keine sechsen nummern hat 30 38 warum ich telefoniere gerade mit akku 9 1 1 ich lasse sie lieber arbeiten der hat gerade geladen ich habe einfach mal 666 gemacht guck mal leute der hat kurz geladen der wollte uns bestimmt irgendwie den teufel zeigen oder was habe ich denn sonst noch was gucken hier leute helft mir was soll ich denn hier hier auf den tastatur rumhauen kann ich sonst nichts tun ich gehe jetzt einfach mal wieder zum chef kann ich nicht ok ich habe keine ahnung kann man da vielleicht noch irgendwo anders hingehen hier rechts ich gehe da raus wo gab es was gab es denn sonst noch ich habe keine ahnung wo könnten wir denn noch hin hier müssen wir helfen wir müssen noch irgendwas tun hier können wir nichts machen hier müssen wir irgendwann mal wieder zurück kommen hier müssen wir irgendwann mal wieder zurück kommen hier 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 geht es hier 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 eh wir können ja auchchen hier aber ich habe ein problem mit dem wlan kabel hier durfte ich nicht rein aber wir versuchen immer wieder vielleicht dürfen wir mal irgendwann mal rein da müssen wir wieder auf die arbeit auf arbeit scheiße mensch auf arbeit bob nichts mehr zu erzählen karte nix jocelyn nix jocelyn auch nix wir müssen irgendwas machen dass das dass die uhr weiter läuft ist was ich meine wir gehen doch noch mal zur sie noch mal kann ich auch nichts mehr machen ich kann hier nichts zu tun ob ob ist mein bester bester man okay wir haben nichts mehr zu tun da müssen wir gehen wir nach hause trinken habe ich schon ich sag ja das spiel ist nicht leicht du musst irgendwelches irgendwann habe ich dann ich bin viel weiter gekommen als das stückchen was ich hier das weiß ich mich noch wir haben ja noch gar nichts gesehen was hier noch alles so passiert in dem spiel aber ich habe wieder keine ahnung manchmal weißt du einfach nicht wie du weiter kommst du musst irgendwas tun du hast du kommst du guck mal wieder spiegel spiegel immer gucken spiegel da sind meine eigene hackfresse davon nicht karte durchschieben popmonet hier macht was kann ich die sache weglegen hier kann man nicht mehr da kann man nur man kann man vielleicht was reinlegen warte mal kurz kurz ich mache die musik die ist total entspannt schlafen darf ich nicht auf toilette darf ich nicht dann ist das da war noch etwas dann war ein pfeil war das war noch der fein unten Auch mit Mäuschen kann man nicht reden Was kann man denn machen? Hat jemand noch eine Ahnung? Irgendwas müssen wir machen Was wir machen müssen, das weiß ich gerade nicht Was können wir noch einen Tag Irgendwas müssen wir interagieren Du es Hier Komm jetzt nicht Ah, ich kann das hier reintun Das ist doch die alte? Das ist doch die Mutter Das ist doch die Mutter Die gerade eben bei uns im Zimmer hing Wisst ihr das noch? Das ist doch die Die Post hat mir schon rausgeholt und wieder reingeschmissen Vielleicht muss ich die Post Vielleicht die Post Ah, okay, okay, okay Post Couch So hinsetzen Ah, okay Auf ihn klicken Okay, okay, okay Wir kommen weiter Ich drüben von dir. Ich fühle deine... Ach, Hände. Ich hatte gerade gelesen, deine Härte. Wuhu. Oh. Oh, Gertis. Und wer hat das geschrieben? Oh, das darf... Wenn du ohne Namen einen Brief bekommen hast, ohne Namen, jetzt geh nicht zu deiner Freundin. Das machen wir jetzt. Wir gehen jetzt zu meiner Freundin und zeigen ihr Dankeschön. Du hast alle so eine schöne Karte geschickt. Du wirst jetzt sehen. Ich zeig das der und der haut dir jetzt gleich die nächste Nasen blau-rot. Schatz, danke für die tolle Postkarte, sage ich jetzt. Ja, das ist immer das Beste. Hier, guck mal. So, hier, Schatz, müsst ihr hier sehen, ne? Hier. Hier. Pass auf. Achtung! Oh, das geht nach hinten. So, was? Egal. Ah, ist kalt. Jetzt, jetzt. Hey. Ich weiß nicht, wer sie dir geschickt hat. Jedenfalls ist sie nicht von mir. Wirklich? Tja, dann hat sich wahrscheinlich einer einen Scherz erlaubt. Trevor, ich wette, der war's. Ja. Trevor war's. Das ist gefährlich, Mann. Das ist eine... So, wir gehen jetzt zu Trevor. Trevor, du Arschloch. Du hast hier ganz, ganz klar meine... Hey, Treff. Hm? Sieh mal, ich hab Post gekriegt. Oh. Ach. Ich hab das Gefühl, dass jemand scharf auf deinen süßen Arsch ist. Nein. Hm. Ach, du übertreibst. Hab Mitleid mit dem armen Ding, du alter Casanova. Sie wird sich nach dir nie wieder in einen anderen verlieben können. Soweit ich übrigens weiß, ist der Trevor... Ich weiß nicht, wie das bei den anderen ist, aber soweit ich weiß, ist der Trevor einer der Entwickler vom Spiel. Ich glaub, so war das. Kann ich eigentlich nochmal mit dem reden? Nö. Okay, wir gehen zu unserer Mieze. Danke auf die Postkarte. Hey, Therese. Therese. Ich weiß, du magst diese alten Filmstars. Oh, lass mal sehen. Therese. Hey. Oh. Sieht aus, als wäre jemand schwer in dich verknallt. Naja. Soll ich dir ein Geheimnis verraten? Welches? Nächst von mir. Wie das so rausgeht, so. Boah. Juhu. Tja. Der Kurtis ist schon ein heißer Fäger, sag ich dir. Der Kurtis. Wo kommen wir nochmal? Kurtis. Proponais. Wir gehen essen. Nix mehr. Wir ermorden sie. Geht nicht. Okay, wir dürfen sie nicht ermorden. Okay, okay. Ich geh jetzt zu meinem Kumpel und sag, das ist nämlich von der Ollen. Oh, komm. Das muss ich meinem besten Kumpel doch erzählen. Hey. Trevor. Ich hab hier alle angelacht. Äh. Wie heißt Therese? Äh. Die Jocelyn oder wie die andere heißt. Und Bob. Die wollen alle was von mir. Und du? Äh. Wir gehen nochmal, wir gehen nochmal, wir gehen nochmal, Chef, können wir nicht. Okay. Wir gehen nochmal hier vielleicht, will der was von der Karte? Der will nichts wissen. Wir müssen unbedingt nochmal zu unserer Freundin hier. Das ist eine scheiße Angelegenheit. Kann man nicht. Wir können gar nicht so hier rein. Wir dürfen, wir sagen nicht Tschüss. Wir sagen auch nicht Entschuldigung. Scheiß drauf. Ach man. Ich versuche hier wegzuklicken, aber ich komme immer wieder an die gleiche Stelle. Oh, ich darf nichts trinken. Wir dürfen nichts mehr trinken. Das ist schon mal was Gutes. Wir dürfen nichts mehr trinken. Wir müssen jetzt verdursten. Der hat zwei Miezen, der Curtis und Hengst. Ja, ich wünsche auch. Okay, wir gucken mal ganz kurz nach den E-Mails. Äh. Curtis. Blob. Eingangs, äh, Miles. Das ist ein Freund. Ich mag das. Ich mag sarkastische, lustige Sachen. Ich habe echt gerade gedacht, ich lebe nur, um dich zu amüsieren. Und dachte gerade, das wäre von ihr. Aber das ist ja von Trevor. Oh Gott, Trevor immer. Trevor. Ich will ja Trevor. Das haben wir ja, okay. Okay. Ein Wunschtraum von ein Wunschtraum. Was ist denn ein Wunschtraum? Ich weiß es nicht. Das ist doch, ist das ein Nightclub, wo man Leute kennenlernt, oder was? Beschränkter Zugang hatten wir schon. Trevor nochmal. Ach so, das ist der Witz gewesen, den ich geschickt habe. Okay, okay, okay. Also hier ist nichts mehr zu holen. Außer Schuhe ohne Sohlen. Da können wir nicht rein. Das hatten wir schon gelesen. Das hatten wir schon gelesen. Hier ist nichts mehr zu holen. Kann man nicht einfach nur, ich will nicht, aber auch immer auslaufen. Pass auf. Wartet mal. Bei Bob rein. Bob ist, weiß nicht. Was könnte was bei Bob sein? Passwort. Wenn ich Bob wäre. Sekunde. Wenn ich Bob wäre, ich finde die Mieter nebenan so geil, dann würde ich mich Therese nennen. The Rese. Witz geschrieben. The Rese. Bob. The Rese. Das wird das bestimmt sein, ne? Nein. Okay. Okay, wir haben jetzt... Wir könnten bei den anderen Leuten übrigens auch einen hacken. Ich rufe mich nochmal an. 6100. 6100. Wird nichts mehr passieren. Okay. Ich habe nichts mehr zu tun hier, ne? Ich glaube, wir können gehen. Hier kommen wir nicht mehr rein. Dann gehen wir raus. Ich glaube, wir müssen hier nicht mehr anrufen. Erstmal. Ich gehe nochmal in das Zimmer, wo hier... Gucken, was jetzt hier drin passiert. Also ich würde da nicht mehr reingehen. Die Steckdosen, die bluten. Die... Die... Oh, hi Therese. Wie geht's dir? Ich bin geil. Wie bitte? Du hast schon verstanden. Oh, ein Traum. Oh, ein Traum. Ich finde dich sehr attraktiv. Hör zu, Therese. Ich habe eine Freundin, die... Es ist mir egal, verstehst du? Ich will auch nicht nur mit dir tanzen gehen. Ich will dich ganz. Ich will dein Fleisch. Ich will deinen Speis. Hey! Das Gesicht von dem... Das Gesicht von dem... Das ist einfach zum Reinprügeln. Der ist so... Oh, je. Du musst dir nicht den kleinen Decks im Kinderzimmer vorstellen. Das kannst du jetzt gerne auch im Computerzimmer vorstellen. Heute Abend wird es feucht, sage ich euch. Das geht ja mal gar nicht. Aber ich kann... Was mache ich denn jetzt? Also das war ja wieder eine Szene. Dann kommen wir hier wieder raus. Oh, die Therese. Oh, Therese. Ja, das ist halt eine kleine Maus. So, ich teste mal hier diesen Traum. Der Raum. Was war in dem Raum? Ich gehe nochmal ins Büro. Oh, wow. Ich könnte jetzt gar nicht mehr reingehen. Wenn ich mit meiner Freundin reden würde, würde ich... Hi. 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 Boah, ich gehe jetzt zu Therese. 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 Ich kann nicht mehr ohne dich leben. Therese. Therese, ich habe... ...noch mal nachgedacht über das, was heute passiert ist. Ich mag dich sehr ehrlich, aber ich kenne da jemanden, der... Curtis. Hör einfach auf die Sprache des Fleisches. Ja. Dann weißt du, was du tun musst. Ja. Geh nicht. Geh nicht. Geh nicht. Ich leide. Ich leide mit Therese. Nicht mit Curtis. Und das war es schon. Nochmal hier so. Hier. Ich zeige dir meinen Schraubenzieher. Ich weiß nicht. Hier. Ach man, ey. Bob. Bob, guck mal hier, du. Das musst du nie zu sich bekommen. Nie zu... Oh, okay. Was machen wir? Wir gehen jetzt auf Schuldgefühle. Ich gehe jetzt mal ganz kurz zu meiner Freundin. Ich kann da jetzt gar nicht mehr hin. Äh, Trevor. Ich rede mit meinem besten Kumpel. Trevor. Niemandem. Mit wem rede ich denn dann? Aber wir machen mal so folgendes. Wir gehen ins Büro und rufen sie nochmal an. Damit wir nämlich so... Hi. Du geile Maus. So. Nummer war Therese. 30, 38. Das können wir uns eigentlich mal merken. 30, 38. Ich lasse sie lieber arbeiten. Die arbeitet nicht. Die fummelt an mir rum. Ja, da rufe ich mich an. Damit ich mir selber jetzt befriedige oder sowas. Nein, mach mal. Der Witz ist schon vorbei. Äh, wir rufen die Chef nochmal an. Äh, 6996. 6996. Nein, auch nicht. Was müssen wir denn noch machen? Äh, 9692. Weil ich bin ja so ein kleiner Heuchler und krieg's nicht auf die Reihe mit meiner Freundin zu reden und jetzt schon sorry zu sagen, dass ich mir gerade eben einen auf die Postkarte gezwitschert habe. Äh, 6992. 6992. Ich kann nicht auflegen. Lass ich nichts machen. Ich lasse sie lieber arbeiten. Oh, okay. Nee, Paul habe ich schon angerufen. Paul will nicht. Paul ist gerade mit anderweitig beschäftigt. Ich habe nichts mehr zu tun, ne? Nö. So, kann man hier noch was tun? Nee, ne? Nein, okay. Wir gehen immer raus. Raus. Weg. Weg. Ich kann hier nichts mehr trinken, ne? Nee. Was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Ah, guck mal, mein PC. Stimmt, 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 stimmt. Sorry, Leute. Das ist das. Ich kann, ich kann die Szene ja übrigens immer weiterklicken. Ich finde es immer immer schade, wenn man sowas weiterklickt. Nein, ich will nicht mit dir reden. Du bist gerade jetzt gar nicht mehr interessant. Ich habe nicht eine neue Flamme. Das heißt, ich will mein Fleisch. Mann, Fleisch will sie. Okay. So, pass auf. Wir gucken noch mal auf Ausie E-Mails. Curtis Blob. Das ist übrigens mein Originalpasswort auf meinem Rechner. in box wir haben auch nichts von ihr bekommen kann man ihr eine nachricht schreiben hier gibt es aber auch nichts nix es gibt nichts mehr wie komme ich wieder raus 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 was sie damit im fleisch meint das werden wir bald herausfinden dass ich gehe noch einmal hier rein vielleicht kommt ja doch mal vielleicht liegt ja nackt schon da ach miss so sich eine kartons doch auch mache sehr interessant und spannend warum wird mir eigentlich den ganzen mist hier angezeigt wenn ich hier nichts nutzen darf dann wird bald dürfen wir da bisschen normal mal was rumfummeln und ich mal jetzt nicht der kurt ist er arbeitet ist ein guter mitarbeiter finde ich ist ein der kurt ist ein guter mitarbeiter der ist oft auf zu hause der war taum auf der spiegel nicht ich würde jetzt gerne ins bett gehen mir ein mein zimmer in ordnung machen ich weiß nicht was ich noch tun soll ich bin schon wieder lost was denn ich habe nichts gesagt ich habe nur gesagt ich wollte das noch eine runde dicker schon machen ich weiß nicht was ihr aber denkt was ich sage alles verschweinte verschweinereien ich kann das nicht auf der couch machen hier ich weiß es nicht ich weiß es nicht Kasimir du hast es wir haben es raus hier kann man nichts mehr holen bild kann auch nicht runterschmeißen nix wir müssen wieder raus bist wir müssen auf der arbeit noch irgendwas tun wir müssen die glaube ich doch im arbeitsraum flach legen schweine stream mit alles horrorspiel das wird ein horror wenn wir mal langsam hier weiterkommen karte ich muss eine sicherheitsstufe x haben in die ohren nix 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 borsa nix 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 onn nix 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 mann ich klicke auf das falsche ding so quick treffer aber mensch wir können doch bestimmt noch mal zu ihr hätte zu 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 nein können nicht mist am pc ja ich mir jetzt auch noch gedacht dass wir haben jetzt nichts mehr zu tun ja wirklich ist auf alles geklickt ich glaube wir müssen echt auf den pc klicken irgendwo hier ist so eine thermos kanne und die ist nachher nicht mehr da ich muss nicht in die schieb ich in der seite treffer 1 60 25 den haben wir übrigens noch 61 wenn keine animation kommt wird nichts passieren ich sollte ihn nicht stören ja das könnte ich mal machen 1 60 14 war das wirklich der bob der bob war 1 60 14 ja 1 6 25 hat angerufen 30 38 haben die ganze lang gerufen das bin ich selber 1 60 20 1 60 20 würde ich anrufen mal kommt eigentlich aber ganz normal raus 1 60 20 hier ist kürtis ich wollte dir nur sagen dass ich mit dem veneman report rechtzeitig fertig werde und ich schick es dir dann einfach übers netz ok danke top ist nicht da top ist nicht da top ist nicht da top ist doch da mann wenn er ist nicht da gewesen wäre ich ein bisschen in seinem in seinem büro rum gewurschtelt ich lasse sie lieber 1 60 14 das sagt mir üblich null ne 1 60 14 wir müssen weiter kommen leute kürtis das habe ich alles schon gelesen das archiv darf ich nicht darauf zugreifen 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ich habe keine ahnung ich habe ich gerade keine ahnung treffer treffer können wir nicht mitreden aber auch nichts mehr zu mit dem zu quatschen wenn wir nichts zu tun haben dann gehen wir lieber wasser saufen man konnte auch von der seite hier ans wasser gehen ich guck mal ob ich das jetzt vielleicht so ich kann nicht mehr daran weg ob da habe ich nicht mehr mit dem reden man hier waren wir auch schon wir müssen doch irgendwas interagieren mit der eulen oder nicht wo kommen wir denn sonst noch hin ich weiß es echt gar nicht mehr irgendwas fehlt kannst du noch mal mit dem zum chef nein kann ich leider auch nicht und zum traum bauen kann ich auch nicht der der bericht welcher bericht also zum chef kann ich nicht mehr also ich denke mal gibt es vielleicht noch einen anderen raum den ich nicht kenne ja den bericht hatte ich auch schon durch gelesen ich weiß ich klicke gleich noch mal hin vielleicht muss ich den hier absenden hier können wir nichts machen außer die kartons auf seite schieben ich klicke das übrigens gerade weg ich überspringe das wir müssen irgendwas im büro machen das müssen wir nur anklicken weil da ja die maus ist und damit die leute auch das passwort sehen das muss ich runter scrollen und abschicken ich kann da draufklicken mehrmals draufklicken es wird schon wieder ich komme schon wieder auf die beine es wird schon wieder ganz okay es ist hart weg damit weg damit nein weg damit weg nein 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 oh 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 Sonne! Gib mir mein Sonne! Gib mir die Fähne für die Fähne! Gehört, das ist kaputt. Hallo, Curtis! Du elender, geistesgestörter Hurensohn! Ich bin nicht geistesgestört! Nein, aber deine Mutter ist geistesgestört! Das war nicht immer so! Ja, hast du recht! Sie war nicht immer die gewalttätige, schaffende, lallende Irre, zu der sie gewartet ist! Du hast sie dazu gemacht! Nein, hab ich nicht! Ich war erst sechs Jahre alt! Ja, ein sechs Jahre altes kleines Monster, das deine Mutter in den Wahnsinn und zum Selbstvertrieb... Nein! Freak! Daran kann ich mich noch dran erinnern! Der Bob-Freak! Auch auf Englisch! Freak! Ah! Ich darf nicht mehr auf den Computer klicken! Ich bin so happy! Because I'm happy! Ich geh natürlich jetzt erstmal zu meinem Trevor-Freund! Ja, endlich! Ja, endlich! Trevor! Hm? Entschuldige, ich muss mit dir reden! Ähm... Irgendwas stimmt nicht mit mir! Ich... Ich habe Halluzinationen! Curtis, Curtis! Hör zu! Das wird schon wieder! Lass uns... Lass uns doch ein paar Minuten rausgehen! Ich schicke Tom ein E-Mail, er hat bestimmt nichts dagegen, okay? Okay! Oh, eine neue Location, Leute! Jetzt haben wir eine neue Location! Da können wir jetzt auch immer hinreisen! Das ist ganz cool! Trevor! Trevor, erzähl mir! Also, Kumpel! Ich habe dich in der Falle! Na los, sag schon, was ist heute passiert? Nein, nein, nein! Ich... Ich habe was gesehen, das ist alles! Bloß war das gar nicht da! Das war's schon! Curtis, verdammt, ich bin dein bester Freund! Du kannst mir alles sagen, das weißt du! Ja, ich weiß! Ich habe dir doch erzählt, dass meine Mutter durchgedreht hat und meinen Vater und mich verlassen hat, als ich klein war! Ja! Das ist nicht wahr! Ich habe selbst geglaubt, aber... Vor ein paar Tagen da... ...habe ich mich daran erinnert, dass sie sich im Schlafzimmer erhängt hat! Ach, du meine Güte! Das ist ja schrecklich! Jetzt verstehe ich, dass du ausgerastet bist! Oh! Mh... Curtis, versteh mich bitte nicht falsch, okay, aber... Hast du schon mal daran gedacht, Hilfe zu suchen? Ich meine, das mit deiner Mutter, das ist so hart, damit wird kein Mensch alleine fertig. Ja, ich hab dran gedacht, aber ich will nicht zurück in die Anstalt. Nein, Trevor, da würde ich lieber sterben, echt. Niemand hat gesagt, dass du zurück musst. Ich dachte nur an einen Therapeuten oder sowas. Ja, okay, ich denke immer noch, Trev. Hör zu, außer dir habe ich das noch niemandem erzählt. Du sagst es doch nicht weiter, oder? Spinner, natürlich nicht. Was glaubst du denn, ich bin durch meine eigene Therapie derartig perfekt geworden. Ich verrate nie Geheimnisse. Ich kann nicht mal mehr lügen. Scheißen muss ich auch nicht mehr. Wenn ich aufs Klo gehe, kommen aus meinem Bauch Rosenblätter raus. Okay, ich hab noch jede Menge zu tun. Ich stürz mich wieder in die Arbeit, solange ich noch dazu in der Lage bin. Ich auch, gut, dass du mich daran erinnerst. Also, wie soll ich sagen, auf die Plätze fertig los und schon rauschen wir ab, wir zwei. Und ich kommen jetzt zu mir an die Bar. Ich will jetzt noch einen Ball-Zimmer. The trevor. Ach du? Warum geht man an die Bar, wenn man nichts säuft? Also, wenn es das trinkt. Oh, die Musik ist aber nicht mehr so freundlich wie vorher. ich mag den der treffer ist ein guter das kann nur ungemütlich sein passiert nichts testen wir die mal nein wir gehen wieder auf der arbeit ich gehe zu meinem chef und der soll mich freistellen ich bin überarbeitet vom rumlaufen die will nichts mit mir reden das ist mal der geliebten ob wir mit mir reden ob ich mit mir reden gut ob nicht chef auch nicht beginnt zum top 8 kommt einer einer ich will wieder jemanden drehen keiner wird mit mir reden ja ich bin nicht so viel 30 jubiläser im gas works park ok da gibt es bestimmt irgendwas zu inhalieren keine mutierte salamander danke nicht alien alien vielleicht von wem kurtis an kürtis von der hölle sehr geehrte auch man Asmodeus Asteros Belil in Scratch GmbH, okay, wer steht Aline, okay, und alle Angestellten, okay, mal gucken, wer ist das, das, Nielsen, okay, Jonas Crack, an Curtis Crack, wer ist Jonas Crack, hallo mein Sohn, ach das ist der Papa, nett, 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 die Texte sind ja aber schöner, was ist denn das für eine Mail, habe ich das irgendwie alles falsch gelesen, oder ist die Mail ein bisschen beschissen? Oh Gott, der Trevor, der hat viel zu viel zu tun, der schreibt die ganze Zeit immer hier Witze, und voll viel, Mann, ja auch zu springen, Was ist das für Witze hier, äh, Oh Gott! Ach du Scheiße, das ist gut, lustige Witze soll ich senden, Vögel, 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 Spender. Ich weiß gar nicht, ob diese ganzen Texte wichtig sind zum Weiterkommen, das weiß ich nicht, ich glaube wir müssen die aber trotzdem alle lesen, aber wenigstens schon einmal anklicken. Tierversuche, okay. Joe Cullinger, Abteilung Öffentlichkeitsarbeit an alle Angestellte, Tierversuche. Okay. Ich. Curtis an alle Angestellten. Ich habe mir das geschrieben, wann habe ich denn das geschrieben? Hä? Wann war das? Ich. Hallo da. Habt ihr... Lest den Text. Lest den Text kurz, Leute. Lest euch das mal durch. Da geht's. An wen hat er das geschickt? An alle stand er, oder? Oder an sich selber? Hallo, geh mal nach oben. Curtis Gregg? An alle Angestellte? Okay, ich wollte euch bloß mitteilen, dass ich ein Mörder bin. Ich habe meine Mutter umgebracht. Habe sie dazu getrieben? Sie hat sich aufgehängt, weil ich so eine Missgeburt bin. Weil ich so ein Monster bin. Ihr hättet sie sehen sollen, wie ihre Augen aus dem Gesicht gestirrten, wie faulende Kirschen. Mit ihrer Zunge, die ganz schwarz und lila und fett war und die Pisse, die an ihrem Bein herunter auf den Teppich lief. Was ist das für ein Text? Und jetzt gibt es gleich richtig Ärger für den Text. Und wann habe ich den denn bitte geschrieben? Tom? Hey, tschüss. Das ist das für ein Text. Warte mal, muss ich gerade was antworten? Nee. Sorry. Ich würde mich gar nicht mehr auf die Arbeit trauen, wenn ich so einen Scheiß schreiben würde. Kommt keiner bei mir ins Büro? Nur mal so. Okay, Chef, darf ich nicht anrufen? Auch nicht. Ich lasse sie lieber arbeiten. Das war die einzige Nummer, die ich mir merken konnte. Einmal das hier, schöne Stellungen. Und 30, 38, weil das alles einfach anders. 61,14. Was war das nochmal? Nein, ich wollte nicht an den Computer. Okay. Trapper. 61,25 nochmal ganz kurz. 2,25. 2,25. 2,25. 3,25. 3,25. Okay, okay. Es gibt, glaube ich, nichts mehr zum Anrufen. Es gibt nichts mehr zum Anrufen. Ich rufe nochmal ganz kurz den Chef an. Habe ich schon? Okay. Jocelyn 6992. 6992. 6992. Ne, es gibt nichts. Es gibt nichts. Nichts zum Telefonieren. Ich lasse sie lieber arbeiten. Okay. Wir müssen einfach mal ganz kurz rausgehen oder sowas. Alter, die Musik, ey. Chef, darf ich nicht? Dann gehen wir wieder ins Hinterzimmer. Ich hätte die E-Mail gelöscht. Auf allen Platten oder sowas. Ne, passiert nichts. Darf ich nichts tun, okay? Wir gehen, glaube ich, mal nach Hause. Da ich ja, Crack, ja sowieso den ganzen Tag nichts tue, außer auf der Arbeit ein bisschen mit dem Telefon rumzuburken und von Hause zu sonst was reise. So. Oh. Die andere Location ist nicht gespeichert. Das wird dann nachher noch im Nachhinein noch dazu kommen. Oh. Ach, das ist das. Ah, das ist das. Okay. Wer ist alter Junge? Vermissen dich die anderen Lohnsklaven in der Galerie nicht? Kann sein. Lohnsklaven, ey. Ich bin sogar froh, dass ich eine Auszeit brauche. Das kann ich dir nachführen, glaub mir. Manchmal hätte ich Lust, dem nächsten Arsch da reinkommt einfach ein Cheeseburger reinzudonnern. Ach, du hast echt das Talent einen aufzuhalten. Sag doch hier. Ich wollte was bestellen, du Idiot. Jetzt muss ich den wieder rufen oder was. Nix. Ah, ich muss den. Okay. Okay. Äh. Tee. Tee. Nein, so viel Hunger habe ich nicht. Tee. 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 Bana was macht, so. Tee. 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 Take that, verte Pik. Got a time info. A ATT a time that time. Teeko. Tee. I got sa to save this lesson. Wir dürfen das gar nicht machen. Okay. Reden wir doch mit der Eulen hier nochmal. Guck mal hier. Ich glaub wir müssen nochmal den Rechner. Du was? Was tun wir? Haben wir halt durch? Wir haben nichts zu tun gehabt. Wir müssen jetzt nicht irgendwie bestätigen, dass wir irgendwas drücken mussten, oder? Das hatten wir alles durchgelesen. Das war so geil. Das ist einfach der geilste Text. Das sollten wir uns mal kopieren. Das ist eine gute Bewerbung. Kopiert euch das Leute, wenn ihr ein Bewerbungsgespräch habt. Wisst ihr was ihr machen müsst? Das schicken. Ich wollte euch bloß mitteilen, dass ich ein Mörder bin. Ich weiß nicht mal, was wir hier noch machen müssen. Ich weiß nicht mal, was wir hier noch machen müssen. Das ist ein Mörder aus dem Blumenland für mich. Es ist ein Mörder als Papier. Was ist denn dieser Punkt? Das ist ein Mörder. Ganz schön. Mörder. Klar, Mörder. Das hat man doch gerade schon gesehen. Nein. Wenn das in R kommt, dann ist es das. Nee. Doch. Dem Rattenkönig vergiss es. Wieso kommt denn das immer? Das ist doch mein... Mein... Hä? Das ist doch mein... Mein... Mein Dings. Da taucht doch mal immer ganz kurz was auf. Hä? Was muss ich denn hier machen? Das ist doch meine Datei. Hä? Hatte ich gesehen? Töte mich, stand hier gerade. Kommt da ein Ö? Nee, Ö gibt es glaube ich keins, ne? Vielleicht Mörder? Mörder. Keine Ahnung. Den Rattenkönig vergiss es. Hä? Versteht ihr das? Im Dorf ist alles in Ordnung. Tordale, danke schön. Ich habe keine Ahnung. Kürtis. Könnte auch vielleicht Kürtis sein. Wird auch passen. Wem hattenkönig? Das verstehe ich, aber warum kommt immer der Text dem Rattenkönig? Okay. Da kommt schon. Es. Dem Rattenkönig vergiss es. Suicide? Ratte? Ratte passt nicht. Ratte passt nicht. Ratten. Mother. Ne, passt nicht. Doch, würde es passen. Hm. Der Text verstehe ich nicht. Warum kommt da immer Der Rattenkönig, vergiss es. Der Rattenkönig, vergiss es. Der Rattenkönig, vergiss es. Ich komme kein Haar. Ich komme kein Haar. Ich komme kein Haar. Du schaffst nicht, ne? Ich gebe es kein Haar. Keine Ahnung. Ein Hinweis, ja? Suicide könnte ich vielleicht auch mal... Suicide... Ja, würde das auch passen. Ich gehe mal raus, ganz kurz. Gibt es vielleicht irgendwas, was ich le... Nein. Vielleicht geht es das am Zettel hier. Kann ja sein, dass irgendjemand was hingeschrieben hat. Äh... Ich, 61, 0, 0. Nix. Okay. Killer. Killer. Können wir auch versuchen, ja? Vielleicht Killer. Wenn das geht. Hier gibt es kein Car. Schau mal auf einen D faço. Und das ist von Nicole, Work einsch remot. Tschau zack, Leute,latierach zu machen. Ja, das hat er differences. Oh, das ist Ewa. Weiß ich nicht, gibt kein K. Vielleicht Mutter. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob es auf Deutsch ist. Mutter. Versuchen wir es mal. Wem raten? Dem Rattenkönig vergiss es. Mann! Dem Rattenkönig vergiss es, sagt er immer. Dem Rattenkönig vergiss es. Ich finde es super cool auf Deutsch. Gefällt mir. Haben Sie gut gemacht. Die Mutter hat sich erhangen, ja? Dem Rattenkönig vergiss es. Rattenkönig vergiss es, sagt er immer. Hatte dir schon geschrieben gehabt? Oli hat es auch mal geschrieben gehabt. Ratten. Das habe ich aber alles schon gelesen. Aber ich müsste nur einmal draufklicken. Ich glaube, ich verschwinde. Na toll. Ich glaube, ich verschwinde. Ah, ich glaube, wir sind jetzt endlich raus aus der Arbeit. Kann ich noch mal mit dem... Uh, ich bin keine mehr da. Jetzt geht es los. Das ist schön. Keine mehr da. Keine mehr da. Keine mehr da. Jetzt geht es los. Ich brauche gar nicht raus. Ich kann direkt auf die Karte klicken. Dann haue ich direkt ab. Geh auf die Karte. Geh daheim. Wir sind doch ganz am Anfang, Leute. Wir sind doch ganz am Anfang. Ich weiß nicht, ob ich mal wieder zu langsam bin. Bei allen Spielen. Okay. Wir müssen hier nichts machen. Ich glaube, wir können ein bisschen im Wohnzimmer rumgammeln. Mit der Maus spielen oder so. Ratte. Ratte spielen. Nicht. Küche dürfen wir auch nicht. Ah, nee. Wir dürfen doch in... Ich glaube, in die Bar. Das sind nämlich unsere Kollegen. Oh, Kollegin. Die Olle. Hi. Schön, dass du da bist. So, was darf es denn sein, Monsieur Damme? Das Gleiche wie immer? Sandwich mit gegrillter Peperoni, Honig und Käse für ihn und den vegetarischen Hamburger für die Damen. Eigentlich habe ich gar keinen Hunger. Ja, ich auch nicht. Wie wäre es mit zwei von deinen berühmten doppelten Schokoladen-Shakes? Geht klar, Boss. Was wollte der Peperoni mit... Mit Honig? Was? Gegrillter... Gegrillte... Was? Ein Sandwich mit gegrillter Peperoni und Honig. Und was war da noch drauf? Sehr lecker. Na, Liebling? Wie war dein Tag? Ziemlich viel Ärger. Danke. Weißt du, Curtis... Ich will immer für dich da sein dürfen. Und ich will dir helfen, wenn es dir mal nicht gut geht. Das wäre einfach wichtig für mich. Du bist doch immer für mich da. Ich weiß nur... Ich will einfach... Am liebsten würde ich immer um dich rum sein. Das ist alles. Mann, verstehst du das nicht? Das ist ein Wieb mit dem Zaunpfahl. Okay. Ist egal. Man muss ja nicht alles verstehen. Was ist mit dir, Joss? Curtis... Ich weiß, am Anfang unserer Beziehung... Haben wir uns gesagt, das ist nichts Ernstes. Nichts Verpflichtendes. Und... Und dahinter stand ich auch. Das musst du mir glauben. Nur... Irgendwann hat sich etwas verändert. Ich liebe dich, Curtis. Ich hab nicht vor, dich zu bedrängen oder sowas. Ich will einfach nur bei dir sein. Nur... Ich will einfach bei dir sein. Hey Mann! Du kannst ja jetzt nicht die Rechnung so bringen. Was ist denn mit dir los? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Bianca, danke schön für dein Rate. Ich will hoffen, ihr hattet Spaß. Und ich will hoffen, ihr habt jetzt gleich Spaß bei mir. Es ist ein sehr interessantes Spiel. Bleibt dran. Es ist sehr interessant. Lauft nicht weg. Bleibt hier. Erinnerst du dich noch an den Abend im Park? Mein Gott, war das heiß. Wir hatten altes Brot mitgenommen für die Enten. Und dann sind sie alle zu uns rüber geschwommen. Ich wusste nie, wie viel von den Dingern in so einen Teich reingehen. Und du? Du bist vor ihnen getörnt. Ja, die wollten mich auffressen. Und danach, als wir sie endlich los waren. Das weiß ich auch noch. Dann bin ich der Interest gewesen. Apropos Essen. Durch die Hitze war deine Haut weich wie eine Pflaume. Genau, wir haben uns ein Versteck unter einem Baum gesucht und sind jedes Mal zu Salzsäulen erstarrt, wenn jemand vorbeikam. Ich hörte dich atmen und stöhnen. Junge, Junge, war das sexy. Du warst so erregt, dass du es fast nicht ausgehalten hast. Töte den Uwe einfach. Töte sie genau wie deine Mutter. Für die Leute, die neu dazugekommen sind. Der Stream ist ab 18, bitte, ja? Curtis, geht's dir nicht gut? Ich Tut mir leid, Joss. Ich fühle mich schon den ganzen Tag nicht so besonders. Hör mal. Wenn du willst, komme ich heute Abend zu dir. Vielleicht geht's dir dann besser. Ja. Ja, das klingt gut. Lass uns verschwinden, okay? Wie du willst. Ja, 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 ja. Zu mir, zu mir, zu mir. Keine Rechnung bezahlen? Wir gehen einfach. Ich geh einfach scheiße auf die Rechnung. Wo soll ich denn klicken? Kann ich auf die Karte klicken? Ach, okay, ich muss das propon, nee, nein. Doch. Viel Glück, Curtis. Wenn du wieder mal Probleme hast, ruf diese Frau hier an. Die hat was auf dem Kasten. Passt. Komm rein. Ich habe ausnahmsweise meine Wohnung in Ordnung gebracht. Ach ja? Und wo hast du den Bagger versteckt, nachdem du fertig warst? Du siehst wirklich süß aus, Joss. Ja, du denkst wohl, das weiß ich nicht. Oho. Hehehe. Da war ein Blitz. Ach so, ich dachte, hat hier jemand ein Foto gemacht. Das ist doch nicht das erste Mal, Curtis, Mann. Wir haben das doch schon öfters mit der gemacht. Mein Güte. Komm, die will bestimmt keinen Schokoladenkeks jetzt essen. Was? Woran denkst du, Joss? Du weißt es. An Pflaumen. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Ich glaube, das darf ich gar nicht zeigen, oder? Ich dachte, das darf ich gar nicht zeigen, oder? Das ist ja verboten. Kann ich das wegklicken? Ich glaube, ich kriege Ärger dafür. Das wusste ich gar nicht, dass das kommt. Oh mein Gott. Darf man das wegklicken? Ich glaube, ich muss das wegklicken, Leute. Ich kriege davon, glaube ich, Ärger. Hoffentlich wird das jetzt hier... Das sind Sachen aus den 90ern. Und dann kommt dann sowas. Das war im Schatten. Man hat nicht viel gesehen. Ich habe Panik. Da gibt es Ärger, aber richtig Ärger. Der hat der gerade die Eingeweide rausgekissen. Jetzt haltet euch fest, Leute. Jetzt wird es hart. Ab 18, bitte. Verabschiede dich von deiner Festplatte, du Scheißer. Nebenwirkungen? Wissen Sie noch, die Nebenwirkungen? Nasenbluten. Ich glaube, wir müssen... Ich muss, glaube ich, da... Hallo, Miss Blob. ...ein Bild davor tun. Meine Schöne. Geht, glaube ich, nicht. Du bist die hübscheste Ratte auf der Welt, weißt du das? Aber lass dir das nicht zu Kopf steigen, ha? In die Küche darf ich immer noch nicht. Müssen die alle da hin? Einfach weggegangen. Das Handtuch? Oh, kein Handtuch mehr da? Aber der Spiegel. Oh, kein Handtuch mehr da? Ich habe mir gedacht, das Klappi hört sich so schief an. Ich denke an dich. Liebe und Küsse. Tee. Tee. Tee ist für was? Tee. Trevor. Ich denke an dich. Liebe und Hiebe. Hiebe und Küsse. Von mir kriegst du auch ganz viele Hiebe und Küsse. So mag ich das. Hiebe und Küsse. Wir gehen mal auf Arbeit. Der, habt ihr sehen, der blöde Scheiß Bob, der wollte an meinem Computer, der wollte an meinem Rechner irgendwas manipulieren. Dieser Saupellmann, dieser Saupellmann-Arsch. Danke für eure Kooperation, Leute. Ich weiß, es war nicht leicht. Detektiv Paul wird sich melden, falls wir noch Fragen haben sollten. Der steht so. Schatz. Schatz. Mein Gott, was ist passiert? Danke für die Nix. Treff. Was ist dir los zum Teufel? Oh, Kürtis. Ich, ich war heute früher da und bin in deiner Box gegangen, um zu sehen, ob du schon da bist. Und Bob? Bob lag da. Oh Gott. Komm auf den Punkt, Mann. Bob lag wo? In meiner Box. Dass sie alleine ist, ist schon mal das Beste. Therese, was geht hier vor? Sieht so aus, als ob jemand was gegen Bob hätte. Hier ist ein Verbrechen begangen worden, Sir. Ich muss Sie bitten, den Raum zu verlassen. Ah, die Hintertür. Die Hintertür vom Chef. Ich bin nicht sicher. Ist bereits gespielt. Ja. Das bezweifle ich. Ja, haben wir. Wir setzen uns mal vorne hin. Ja. Können wir noch was anderes machen? Okay. Oh, 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 was liegt denn da? Infektion, Erleuchtung, Entweihung. Ist bereits gespielt. Dass sie sie in Polizei noch nicht gefunden hat. Ja, das ist gut. Ja, das ist gut. Ich habe nicht bemerkt haben, sollten wir untersuchen hier ein Verbrechen. Kommen Sie bitte. Wie heißen Sie, Sir? Curtis Craig. Ist das hier Ihre Box? Ja. Detective Ellie Powell, ich würde Ihnen gerne ein paar Fragen stellen. Miss Ellie, der Schraubenzieher, den ich in meiner Tasche habe, der ist... In welcher Beziehung standen Sie zu dem Ermordeten, Mr. Craig? Er war ein Kollege von mir. Mochten Sie Bob Arnold? Nein. Wieso mochten Sie Bob Arnold nicht, Mr. Craig? Weil er ein Arschloch war. Das ist gut. Ein Schweindetektiv. Ein Schleimer und Intrigant. Ich verstehe. Bin Sie sehr ehrlich. Was sind denn die näheren Gründe dafür, dass Sie Mr. Arnold so verabscheuten? Er hat mir Dateien gestohlen. Lügen über mich verbreitet und so. Und nicht nur über mich, über alle. Fragen Sie doch. Werde ich tun. Wiedersehen. Das war's? Wiedersehen. Curtis, ich habe eine Art... Eine Art außerordentlicher Betriebsversammlung angesetzt. Ich glaube, wir sollten jetzt erstmal hier rausgehen. Ja, okay. Danke, dass ihr gekommen seid. Heute ist etwas wirklich Tragisches passiert. Etwas Tragisches und Furchtbares. Falls jemand von euch Hilfe braucht, um das zu verarbeiten, stellt die Firma euch einen Experten zur Verfügung. Ich weiß nicht, was ich noch sagen soll. Ich hole uns was zu trinken. Das war's. Toll. Das ist so grauenhaft. Ich fass es einfach nicht. Ja. Leute, ich weiß nicht. Ich fühl mich nicht besonders. Entschuldigt mich bei Tom, okay? Tschüss. Das ist ja hier. Das ist ja ein Sechs am Lotto. Zu die Kippe weg, du. Na egal. Das ist richtig, Pau. Die Mördermail, die ich an alle geschickt habe, ist jetzt sehr unpraktisch. Und könnte mir ziemlich den Tag verderben. Jetzt versteht ihr, warum das Spiel ab 18 ist. Ein paar Schmuddelzehen, das ist gar nichts. Ist ja, kriegst du überall in jeder Zeitschrift mehr. Aber jetzt, das war schon damals ein hartes Horrorspiel und war nicht auf dem Index. War nicht auf dem Index. Der erste Teil ja, der zweite Teil, den wir gerade spielen, nicht. Was mich immer gewundert hat. Ich rede natürlich erst mal mit meiner Freundin. Wisst ihr, ich hab Bob nie so gemocht. Aber sowas verdient keiner. Niemand. Niemand, ich weiß nicht. Wie wär's mit Charles Manson? Ich meine, wenn Bob sowas verdient hat, dann verdient das unser aller Charlie auch. Ach. Der ist echt, der hat eine Klatsche. Ist alles in Ordnung, Curtis? Ich find das nicht komisch. Es tut mir wirklich leid, Joss. Kein Wunder, dass ich mich beschissen fühle, wenn ich so einen verfickten Toten in meiner Box gefunden hab. Wunderbar. Ruf mich an, wenn du dich nicht mehr wie ein Schwein aufführst. Jetzt bist du alleine mit ihr. Gut gemacht, Curtis. Du hast die beste Technik. Toll, wie du dich im Griff gehabt hast, als Bob zerstückelt in deiner Box lag. War echt cool. Ja, irgendwie war das ein Wahnsinnsgefühl. Irgendwie abgehoben, als wäre ich gar nicht mehr real. Weißt du, eigentlich tut mir Bob nicht leid. Ich glaube, das war seine böse Fee. Seine böse Fee, das ist nicht schlecht. Und der würde ich lieber nicht begegnen. Ja. Die Dame hat ihm ihre Stöckelschuhe in den Schädel reingejagt. Autsch. Ich glaube, die steht, glaube ich, auf Sadomaso, die alte. Curtis, lass uns offen reden. Ich hab dir gesagt, was ich für dich fühle und du hast dich redlich bemüht, standhaft zu bleiben. Kommen wir zur Sache. Du kommst heute Abend ins Borderline. Borderline? Dieser Club? Da war ich noch nie drin. Hier ist die Adresse. Ich bin um sieben da. Enttäusch mich bloß nicht. Oh, das bloß nicht war aber echt hart. Enttäusch mich bloß nicht. Oh. Wo sind denn die anderen? Ja. Tom. Tom, jetzt müsst ihr selber saufen. Der Tom. Der Tom ist echt langsam. Heute ist was Schreckliches passiert. Ich geh mal was zu trinken holen. Haha. Das ist gut. Ja, Mäusli. Radli. Hey, du kleine Ratte. Ich glaube, du weißt, was zum Teufel hier vor sich geht. Das ist ja wohl klar. Du bist ein Mörder und Psychopath. Wenn Ratten mit dir reden, solltest du, glaube ich, zum Rattenfänger. Oh, oh. Da hat was geleuchtet. Tod erwischt? Blut-Egel-Therapie. Lobotomie ist die Lösung verflucht. Was ist... Au. Zwischenfazit, Leute. Was haltet ihr von dem Spiel? Was haltet ihr von dem Spiel? Was haltet ihr von dem Spiel? Musik. Was haltet ihr von dem Spiel? das spielt übrigens nummer weil es kann eben im chat stand das spiel kann ich problemlos bei youtube hochladen ich kann das problemlos bei youtube hochladen ich muss nur angeben was dort geschieht das wird dann eben eingestuft auf auf rot ansonsten kann ich bei youtube hochladen ich bin jetzt vielleicht noch eine halbe stunde und dann gehen wir auch ins bett und dann machen wir es in der nächsten woche weiter okay damit wir nicht zu lange nachher nachher gehen zu viele leute und die würden das gerne weiter gucken aber die können nicht und dann verpassen die das deswegen machen wir noch eine halbe stunde und dann gehen wir ins bett infektion erleuchtung entweihung das sind passwörter infektion erleuchtung und entweihung hört sich an wie passwörter ich glaube aber hinterher ist schlafen gar nicht ich finde das gar also ganz ehrlich ich das spiel ist gut der horror ist auch gut die splatter szenen sind natürlich auch schon für auch für heutzutage noch richtig gut gemacht aber ich glaube in jedem x-beliebigen film keine ahnung fast and furious gibt es mehr blut und mehr szenen oder sowas und mehr nacktheit also auch alles gut ich hätte jetzt aber echt nicht gedacht dass diese szene da kommt mit den zwei knuddeligen menschen auf dem bett hätte ich nicht gedacht dann habe ich überhaupt nicht mehr ich wusste das gar nicht mehr ich lade das auf youtube hoch ja ich habe niemanden umgebracht natürlich hast du das getan nein weil er nicht du hast ein wasser du hast ein sperma dichtes alibi hast du oder das kondom dürfte jetzt nicht mehr drin sein oder sehr gut drauf aufgepasst oh stimmt mr ricky in der dr ricky harburg phd psychiater okay pass auf ich gehe mal ganz kurz in das wohnzimmer nein die spiegel wohnzimmer dankeschön telefon ja der schraubendreher ist weg ok praxis dr harburg was kann ich für sie tun guten tag mein name ist curtis craig ich habe dr harburgs telefonnummer von jedenfalls wollte ich fragen ob ob ich einen termin haben könnte ja das geht ok großartig bis heute abend mr crack auf wiedersehen das geht schnell sie hat gesagt ich wollte mit ihr sex habe ich verstanden halb sechs gut wir haben termin um halb sechs wir haben auch um sieben im termin mit der rollen an der bar oder an dem club oder wo auch immer genau siehst du ich denke an dich hebe und küsse wo war der zettel der schraubenzieher übrigens aber wir hatten noch einen zettel von der bekommen oder nicht oder auch nicht guck ich nur mal dürfen hier noch was machen da noch was machen nix mehr ok dann gehen wir raus ok raus doch hamburger herr burg oh aber es war erst um sieben also gehen wir erst mal auf den termin aber wir gehen mal ganz kurz mal gucken was hier ist ich werde noch meinen termin mit dr harburg verpassen ich warte lieber noch ein bisschen wie komme ich dazu mein termin ist doch noch gar nicht dran wir haben auch keine ahnung wieviel es zeigt mal eine uhr hier ja mein lieber wirst du nicht unter den ach so grellen neon röhren von winter wir haben heute wegen mordes schulfrei ob arnold ist abgeschlachtet worden wie ein schwein ausgerechnet in meiner bobs nicht wahr hey das ist ja knallhart man darüber ich verstehe nicht richtig sag das nochmal bob ist umgebracht worden so richtig mit einem messer mit einem teppichmesser und einem tucker unter anderem mit einem tucker ach du scheiße da muss ja jemand echt stinksauer auf ihn gewesen sein oh man so gefühlvoll mit einem tucker mit einem teppichmesser das ist doch warum nicht direkt mit dem hammer ja hey ich nehme an du warst völlig fertig als du bob gesehen hast so total zerstückelt hast du gekotzt nein eigentlich habe ich gar nichts empfunden nicht mehr als wenn du eine überfahrene katze siehst ja du hast total unter schock gestanden ja wahrscheinlich ja so ein zugezackert aufgeschlitzter mann oder eine überfahrene katze ja ja das ist nicht in ordnung die katze ok du 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 rein. Ich muss da irgendwas tun. Ich kann hier nichts tun. Ich kann hier nichts tun. Wir müssen hier wieder raus. Okay, Chef ist ziemlich gestresst und wütend. Was haben Sie hier zu suchen, Sir? Ich wollte Arbeit für zu Hause mitnehmen. Sind Sie völlig übergeschnappt? Das hier ist ein Tatort. Da können Sie nicht einfach irgendwas wegnehmen. Verschwinden Sie. Wir gehen noch mal rein. Und gehen in ein anderes Zimmer. Ja! Wir gehen in das Bobzimmer, aber erstmal gehen wir zum Tom. Die muss ja nicht immer alles sehen. Wir können das alles heimlich machen. Okay, wir können hier nicht rein. Shit. Aber okay. Wir gehen zu unserer Ollen. Können hier auch nicht rein? Okay. Wir gehen zu ihr. Die war das bestimmt. Die ist doch voll die Perverse. Auch nicht. Wir gehen zum Tom. Äh, zum... Oh. Oh. Bob. Ein goldener Knopf. Das, dass die Polizei nicht gesehen hat. Ich hätte... Ich hätte Detektiv werden sollen. Statt Sesselfurzer. Geh lieber raus. Ich sehe hier ganz viele Sachen. Ganz viel blau und grün. Und rosa. Okay. Wir haben aber hier das. Und dann gucken wir uns das mal an. Und das sagt mir mal voll nix. Ich gehe mal hier rein. Ich weiß nicht warum, aber ich habe irgendwie das Gefühl, ich kann hier was... Vielleicht... Nee. Ich habe keine Ahnung. Ihr meinte an der Seite die Türe. Ich habe das auch gerade gedacht, dass man vielleicht da drehen kann. Aber warum kann ich... Mit einem Schra... Nee. Schraubenzieher wäre schon das Richtige. Also ihr seht, ne? Das ist das. Aber kann ich auch nicht, ne? Ich gehe nochmal an die Tür vom Chef. Ach, gar nicht nicht. Da hinten könnte ich nochmal lang. Ich... Wir dürfen sowieso hier nicht rein. Wir müssen raus. Wir gehen jetzt zum Doktor. Woher komme ich dazu? Mein Termin ist doch noch gar nicht dran. Ich werde noch meinen Termin mit Dr. Harburg verpassen. Ich warte lieber... Wir gehen jetzt zum Doktor. Ich kann da mich nichts verbinden, ne? Nein, nein. Nein, ich nicht. Nein, nein, nein. Ah, ich ruf mich selber an. Klar, das wäre wirklich schlau. Okay. Dankeschön. Hey, Warner. Hallo, Mr. Warner, hier ist Tom. Wir brauchen Sie im vierten Stock im Konferenzraum. Sofort. Aha. Mir gehört jetzt gar nicht mehr rein, da ist nämlich die Detektivin. Wir brauchen Sie im vierten Stock im Konferenzraum. Oha. Meine Herren. Oh, nur das kann ich lesen. Oh, ich kann hier nichts machen. Ich darf nur das lesen. Das war aber nichts Besonderes. An den Aufsichtsrat. Ja, das war's. Okay. Das war's? Das habe ich jetzt hier drin gelesen und das da? Vielleicht kann ich hier noch was tun? Ah, was haben wir hier? Carpe Diem. Nutze den Tag. Echt toll. Das ist das Passwort, Mann. Kann man hier irgendwie rein und Passwort eingeben? Nichts. Sonst gibt's ja nichts, ne? Nö. Auch nicht. Oh. Sorry. Ich konnte hier aufmachen. Habe ich gar nicht gesehen. Schlüssel habe ich aufgehoben? Was soll das? Ich frag mich, was du während meiner Abwesenheit in meinem Büro zu tun hast, Curtis. Ähm, ich wollte nur... Hör auf mit dem blödsinnigen Gestammel! Du steckst deine Nase in Dinge, die dich nichts angehen, mein Junge. Tu dir einen Gefallen und begehe nicht den gleichen Fehler wie dein Vater. Ich finde es traurig, dich zu verlieren. Verzeihung, Mr. Warner. Wäre jetzt glaube ich nicht die richtige gute Idee, da reinzugehen. Aber wir haben jetzt einen kleinen Schlüssel. Der Schlüssel wird ganz sicher für die kleine weiße Tür sein. Ja, ja, ja. Da gehen wir jetzt auch jetzt mal hin. Aber ich würde jetzt mal gucken, ob wir vielleicht noch da zu uns rein dürfen. Nein, die gleiche Szene. Okay. Äh, da. Ja, okay. Ja, okay. Ja, okay. Ein Vorschlaghammer. Darf ich ihn nicht angucken? Werkzeugkiste? Wahrscheinlich so, oder? Ja. Lass mich in Ruhe! Du... Du Monster! Ich bin nicht das Monster! Das Monster war dein Vater! Nein! Doch! Er hat ihnen getan, dass ein Freddy Krüter davon übel geworden wäre! Er hat sich im Blut gewetzt! Ach, wir haben die Kiste noch dabei. Gut, dann Haube ab! Pfff! Können wir die wieder zu machen? Schlüssel? Nicht! Okay, lassen! Stecken! Alles gut! So! Jetzt kommen wir nämlich hier mit der Kiste bestimmt dran, oder so, ne? Ne! Vielleicht können wir kombinieren mit dem Schraubenzieherkiste öffnen, nicht? Wie kann ich die öffnen? Das muss ich bestimmt mit nach Hause nehmen! Pass auf, wir gehen mal nach Hause! Daheim! Daheim! So! Erstmal in das Wohnzimmer! Ja! Zu Hause kann man immer alles gut aufmachen! Heimlich! In irgendwelchen Sachen rumwühlen! Da ist das Herz von David Jones drin! Ah ne, ok! Liebesbrief! Geheimen Unterlagen! Schwelle! Schwelle! Was ist das Problem? Schraubenzieher! 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 Wir können das nämlich! Wir können das nämlich! Schraubenzieher! 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 Jonas Crank Warum wir übrigens so eine versteckte Kiste in einem versteckten Raum gefunden haben, das müssen wir erst noch rausfinden. Ich kann das echt schlecht lesen. Ich habe echt viereckige Augen langsam. Das ist ja der Direktor, also unser Chef hat das unterschrieben. Paul. P.A. Warner. Okay, wenn wir nachher sehen, wie komme ich hier nochmal raus? Wie muss man das nochmal? Wie schließt man das nochmal? Ich weiß es echt nicht mehr. Ähm... Den Knopf, den haben wir im Büro von unserem Chef gefunden, nachdem Bob ermordet worden ist. Und der Zettel genauso. Ne, den Knopf... Den Knopf habe ich beim Bob im Büro gefunden und den Zettel habe ich beim Chef im Büro gefunden. Infektion, Erleuchtung, Entweihung. Da müssen wir doch wissen... Vielleicht sind das die Passwörter? Das könnten vielleicht Passwörter sein. Ich weiß es nicht. Okay, wir können hier nichts machen. Telefonieren können wir auch nicht. Okay, dann gehen wir mal ganz kurz... Post haben wir auch keine... Aber wir können mal gehen. Wir gucken mal, vielleicht gehen wir mal in den Club. Auf die Arbeit dürfen wir sowieso, glaube ich, nicht, oder? Oh! Ah ja! Wir müssen noch warten auf den Termin. Auf den Termin vom Doc? Ah! Ah, Curtis. Guten Tag, ich bin Dr. Harburg. Sehr erfreut, Doktor. Ganz meinerseits, bitte, setzen Sie sich. Machen Sie es sich bequem. Also, was führt Sie zu mir, Curtis? Na ja, ich... Ich komme in letzter Zeit mit ein paar Dingen nicht so gut klar. Ich gerate in Panik, wenn... Nichts, nichts... Ich weiß nicht, wie ich anfangen soll. Das macht doch nichts. Wir haben Zeit. Sprechen Sie ruhig über irgendwas, was Ihnen gerade einfällt. Jetzt wollte ich gerade die Schokolade aufmachen. So, wie heißt sie denn überhaupt? Es war die Doktor, Frau Doktor, wir hatten noch so eine Visitenkarte von ihr, ne? Äh, Doktor Rikki. Das ist die Rikki. Harburg. Okay. Wir gucken mal. Seien Sie nicht böse, aber ich komme hier irgendwie blöd vor. Sie müssen denken, ich bin ein seelisches Frack oder sowas. Sie sind kein Frack. Es ist heutzutage ganz normal, therapeutische Hilfe in Anspruch zu nehmen. Sie müssen sich vorstellen, dass Ihr Kopf ein Körperteil wie jeder andere ist. Und wenn es da Probleme gibt, dann geht man eben zu einem Arzt. Das ist eine kluge Entscheidung. Und wir dürfen nicht mehr reden. Aber wir dürfen hier hinten was machen. Dürfen wir da hingucken? Ah, wir können uns auch drehen. Aber wir gucken erst mal hier vorne hin. Meine Mutter hatte auch so eine Schneekugel. Ich dachte oft, in ihrem Kopf sieht es so aus wie hier drin. Alles durcheinander. Lauter durcheinander wirbelnde kleine Fleckchen. Was? Als ich sechs war, fing sie an, mich zu hassen. Mach das nur raus, Kotz! Raus! Freak! Curtis, das sind die Probleme Ihrer Mutter. Nicht Ihre. Sie waren nur ein kleiner Junge. Der arme Curtis. Okay, was haben wir hier noch? Nichts. Okay, wir können uns drehen. Der sitzt aber auch so gut da, ne? Das sieht echt aus. Okay. Curtis, was können wir noch mit dir machen? Wir können mit ihr über andere Sachen reden. Vielleicht über ein Stück Stoff? Ja. Mit dem Stück Stoff vielleicht. Das ist schwer. Einige Zeit bevor sie sich erhängt hat, da... ...hat meine Mutter mich als Mädchen verkleidet. Hübsches Kleid. Hübsches Kleid. Ist doch egal. Ist doch egal. Egal, was ich dir anziehe. Du bleibst ein Monster. Ein hübsches kleines Monster. Monster. Curtis. Sie müssen sich vor Augen führen, das war das Problem Ihrer Mutter. Sie waren ein unschuldiges Kind. Die arme Sau, äh... Oh je, Emine. Haben wir noch irgendwas anderes? Mit dieser Ding auf den Kopf werfen? Nix. Jetzt habe ich den Brief. Den Brief kann ich auch zeigen, okay? Sehen Sie, ich glaube, dass die Firma, bei der ich arbeite, ein... ...ein... ...schreckliches... ...und gesetzwidriges Experiment durchführt. Sehen Sie sich das an. Mein Vater hat da tief mit drin gesteckt. Ich muss herausfinden, was es mit diesem Schwellenprojekt auf sich hat. Das kann ich verstehen, Curtis. Es gab da einige große Vertuschungsmanöver in den letzten... In den letzten? Wo ist der Rest vom Text? Das ist übrigens... Ganz wichtig, das Spiel ist normalerweise ein englisches Spiel. Da habe ich irgendwann mal einen Patch gefunden, der das Spiel auf Deutsch macht. Ich bin zufrieden. So, was haben wir noch? Das, das, das... Ah, der Knopf! Es ist mir vollkommen gleichgültig. Da ist nicht das geringste Gefühl. Ich glaube, die hat... Ich glaube, die macht sich Sorgen um sich. Ja, da würde ich mich auch so ein bisschen am Kopf kratzen. Lieber den Typen hier rauslassen. Der hat sie nicht alle... Schlüssel? Nee. Box haben wir schon gemacht. Nochmal. Nochmal. Nochmal? Nein. Das willst du auch nicht haben. Was war das hier? Was war denn das? Popo backen? Was war das nochmal? Achso. Ich denke an dich. Hiebe, aber Liebe. Hiebe und Küsse. Liebe und Küsse. Okay, das ist so ein anonymes Zettelchen, was wir bekommen haben. Es ist mir ja peinlich, aber... Diese Art von Bildern hat mich irgendwie immer fasziniert. Dafür brauchen Sie sich nicht zu schämen, Curtis. Können Sie mir sagen, was Sie an sadistischen Abbildungen fasziniert? Ja. Das ist noch verrückter. Ich... Ich habe das Gefühl, dass... dass diese gefesselten Menschen... durch die Fesseln... aufrechterhalten werden. Und als ob... sie dadurch gewissermaßen vor ihrer Auflösung geschützt wären. Interessant. Das Interessant kam so... Interessant. Wir sehen uns gleich, ja. 18.50 Uhr. Dann haben wir Schluss. Oh. Ich hätte sie beinahe nicht angerufen. Herr Dr. Merrick hat sie mir empfohlen. Er war mein Arzt im Krankenhaus. Ja, ich weiß, Curtis. Möchten Sie über Ihren Krankenhausaufenthalt reden, über Dr. Merrick? Ich will Ihnen keine näheren Fragen über den Grund Ihres Krankenhausaufenthalts stellen, aber können Sie mir sagen, ob es ein bestimmtes Ereignis war, was zu Ihrer Einweisung geführt hat? Das ist es ja gerade, Doktor. Ich... Ich weiß nicht, was los war. Ich wusste... manchmal... wer ich bin und eine Minute später... totaler Blackout. Das ist schwer zu erklären, aber meine Identität hat sich... einfach aufgelöst wie... eine Zeitung, die zerfleddert. Der macht mir langsam Angst. Der Curtis, äh... Curtis hat echt einen an der Schüssel. Mal gucken. Was war das noch für ein Bild? Warum war das so? Ich träume von dir, ich fühle... Okay. Das ist das, ähm... Das ist die Karte, die wir ja geschenkt bekommen haben. Geschickt bekommen haben und dann bin ich zu meiner Freundin gegangen und hab gesagt, ey, das ist aber ein tolles Geschenk, was du mir gemacht hast. Und da sagt meine Freundin, das war ich nicht. Du hast eine andere Verehrerin. Ups. Das war meine Verehrerin-Mitarbeiterin. Ich, ähm... Ich bin heute mit einer Kollegin verabredet. Ihr Name ist Therese. Sie ist unheimlich sexy und... Ich weiß nicht, aber ich habe... Ich habe Schuldgefühle. Sie wissen ja, es gibt noch Jocelyn. Werfen Sie sich vor, dass Sie Jocelyn betrügen? Ja. Das heißt, nein, ich meine... Wir... Wir waren uns von vornherein einig, dass wir keine Besitzansprüche erheben und... Somit habe ich keinen Grund, mich schuldig zu fühlen. Ich glaube, es liegt an Ihnen, das zu entscheiden mit Ihrem... Mit Ihrem Kopf und mit Ihrem Herzen. Aber erlauben Sie mir einen Hinweis, Curtis. Sie sollten sich klar machen, dass Schuld ein sehr, sehr destruktives Gefühl ist. Ich muss ja sagen, also die Frau Doktor Ricky, die ist ja... Vögelst du mit der einen? Vögelst du mit der anderen? Das machen die Vögel auch so. Das ist gut. Die ist eiskalt. Die kennt da gar nichts. Das macht die nämlich auch so. Will die bezahlt werden? Ne. Sollen wir sie direkt ermorden? Nein. Oh. Das waren meine Eltern. Sehen Sie nicht aus wie ein glückliches Paar? Ja. Ja, ich glaube, damals waren sie glücklich, aber... Ich weiß nicht mehr. Das ist irgendwie nicht fair. An... An die guten Dinge erinnere ich mich einfach nicht. Ich erinnere mich nicht, dass sie mich umarmt und geküsst hätten oder... nur an ihren Hass. Und daran, wie meine Mutter sich umgebracht hat. Zwei Jahre danach ist mein Vater von einem Auto überfahren worden. Der Pfarrer war betrunken. Mein Gott, Curtis. Damit wird so leicht niemand fertig. Curtis ist hart im Nehmen. Bob ist ertackert worden. Mama hängt. Papa überfahren. Und dann ist schon... hartes Leben. Na ja, dann... macht man das eben mit den Mädels so. Okay, das haben wir jetzt hier noch. Das ist Partybild. Und das war auf der Weihnachtsfeier von unserer Firma. Ich hatte eine Menge Spaß an dem Abend. Sie sehen jedenfalls ziemlich frohlich aus auf dem Bild. Wer sind die anderen Leute? Das... das ist Trevor, mein bester Freund. Und das ist Jocelyn. Meine... Na ja, meine Freundin. Ich weiß nicht, wieso... ich... wieso ich unsere Beziehung vor den Kollegen in der Firma verstecke. Lieben Sie Jocelyn? Ja, ich denke schon. Aber... Ich... Irgendwie interessiere ich mich auch für Trevor. Und das verwirrt mich. Ich meine, ich habe nie... Ich weiß nicht, wie ich ihr das erklären soll. Ich will sie nicht verletzen. Haben Sie denn schon mal mit ihr darüber geredet? Oh nein. Nein. Es fällt mir ziemlich schwer, mich ihr zu öffnen. Es ist komisch sogar, wenn... wenn wir zusammen im Bett sind, fühle ich... mich ihr nicht wirklich nah. Ich fürchte, ich fühle mich niemandem gegenüber wirklich nah. Hat der jetzt gerade wirklich gesagt Trevor? Oder war das gerade ein Fehler? Hat der jetzt gerade wirklich Trevor gesagt? Trevor ist der beste Freund. Ist das jetzt richtig? Habe ich das selber richtig verstanden? Der ist ein bisschen bi, kann das sein? Oder ist das jetzt... ein Fehler gewesen hier? Ein Fehler in der Matrix? Keine Ahnung. Ich glaube schon. Okay. Hat er. Ich habe so ein bisschen Angst, dass das vielleicht ein Fehler in der Übersetzung war. Aber so wie es aussieht... Gut. Dann war es doch keine Fehler in der Übersetzung. Dann steht der auch auf Männer. Dann haben wir jetzt glaube ich alles. Können wir das nochmal zeigen? Ich muss mal gucken, ob wir noch mehr... Man kann jetzt Sachen zweimal zeigen. Aber wir dürfen hier nichts mehr machen, ne? Können wir jetzt drehen? Kann man hier noch was gucken? Machen, tun? Gehen? Nee. Nix. Okay. Dann gucke ich mal ganz kurz, was ich noch so zu drücken gibt. Das Ding auf den Kopf hauen. Nö. Stoff. Ja. Stoff. Nun gehört es. Unsere Zeit ist um. Aber ich glaube, wir haben noch eine Menge zu tun. Was meinen Sie? Möchten Sie morgen wieder kommen? Ja. Klar. Einverstanden. Wunderbar. Also, ich sehe Sie dann. Okay. Danke, Dr. Harburg. Gern geschehen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Ich Ihnen auch. Hatte ich nicht gerade mit dem Stoff auf Sie geklickt und jetzt ist sie rausgegangen? Nix. Wir gehen zum Traumbaum. So hieß das wirklich, ja? Traumbaum. Mal gucken wir mal, ob da was gibt. Vielleicht ist da jemand? Nö, wir sind alleine. Vielleicht habe ich ja Bock, was zu saufen. Nö. Mit dem wollen wir auch nicht reden. Hier ist auch keiner. Warum darf ich denn überhaupt hier hin? Äh, was war das hier eigentlich nochmal? Hier sollte ich mich treffen mit der Olden, ne? Ich sage, stimmt. Ich sollte mich... Ah, genau. Die alte. Äh, wie hieß die nochmal? Vergessen. Hallo Süßer, komm lass mich rein. Ich bin Mitglied. Lass die Hose runter, zeigst es ihm. Äh. Warte mal, wo ist das Teil? Hier, Dreck am Morgen. Ne, geht nicht. Ich weiß nicht, Jocelyn ist glaube ich meine Freundin war das. War das nicht Jocelyn? Und die heißt doch anders. Oder so, ne? Ich weiß nicht. Ich hau dir das Ding auf den Kopf. Ne. Stoff. Äh? Ne. Hab ich irgendwann... Was hab ich denn? Ach hier. Ja. Das ist der... Invade. Hier. Das hat Therese mir gegeben. Na schön. Kommen Sie rein. Hoffentlich kommen Sie auch heil wieder raus. Ja, zieh die Brille aus. Ja, jetzt wird es hart Leute. Jetzt guckt euch das mal an. Oh wei. Ich glaube ich muss das glaube ich... Das Stream muss wieder gelöscht werden. Ich glaube ich muss da wieder was. Ja. Therese, genau. Wie viel ein und der Endlich. Schade. ular. Ich glaube ich war zuerst mal. Das ist die Saal wear entendeu. Das ist die Saal. Die Saal. Die Saal. Der Brauch. Er bass. Ja. Ich brauche ich. Wir spielen. Ich bin sicher. Wir machen ein Beispiel die Saal. Das ist die Saal. Was was die Saal. Das ist die Saal. Nein, danke. Amateur, Amateur. Leider ist das die Musik zu laut und die Stimmen zu leise. So nach da könnte ich gehen und nach dahinten. Ich gehe erstmal hier. Da kommt er. Jetzt geht es rund. Ich habe ein Opfer gefunden. Hi Therese. Hi Curtis. Schön, dass du hier bist. Voll die billige Absteige. Was ist das für ein Sonderbaracken? Ich finde das ziemlich aufregend. Mach's ab, Babys kommt noch besser. Oh Gott. Ich glaube wir müssen das überspringen. Ich gucke gerade mal, was ich da machen kann. Ich muss das gleich wirklich ausblenden. Trink mich, Curtis. Oh, wie ich Therese liebe. Ich liebe Therese. Therese ist genau die richtige Mitarbeiterin. wie sie sich alle Männer wünschen. Therese. Ich will nicht die Moralapostel spielen. Hey. Bring mir einen roten Gummi. Einen großen. Aber eins verstehe ich nicht. Warum muss man sich wehtun? Um Spaß zu haben. Ja. Hast du jemals ausgepeitscht worden? Ja. Bist du jemals beim Herzen nicht eingewühlt und seitlich immer geschlagen worden? Nein. Und weißt du, es ist nicht so, als ob man sich mit dem Hammer auf den Daumen haut. Es ist die intensivste Art. Trink's nicht, Mann. Oh, das heißt, du bist so am Arsch. Das war so, du bist so am Arsch, Curtis. Der wollte noch mal gucken. Okay, letztes Mal gesehen. Curtis, tschüss. Oh, ich muss auf den Drink klicken. Kann ich nicht auf Toilette gehen? Kann ich mal kurz mein Gesicht pudern oder so? Ich könnte sogar woanders hin klicken. Hm. Ja, die Musik ist ätzend, aber egal. Was soll's? Ich werde nicht dran sterben. Dann brauche ich. Oh. 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 Mein Freund hier hätte Lust. Ech, ich hab dich geklickt. Ich hab Kürtis. Na klar. Wieso nicht? Kürtis, Kürtis, Kürtis. Was kriegst du für Bauchnabelpiercing jetzt? Der weiß gar nicht, wo er hinguckt. Oh mein Gott. Warum eigentlich ein Bauchnabelpiercing? Warum kein Brustpiercing? Aber wenigstens zieht der Handschuhe an, der händerte Kerl. Okay, Elektrostöße von Mama bekommen. Das ist ein neuer Ring. Wenn du willst, kann ich dir auch einen über deinen Schmiedel ziehen. Ich gratuliere. Jetzt wirst du genießen. Alles in Ordnung? Ja. Ich wollte Horror. Horror, hallo. Ich muss jetzt gleich weglicken hier. Ich muss das überspringen. Ich muss das überspringen. Ich lasse mich. Das ist ein komplett Smaller. Ich muss das überspringen. Das ist ein krass. Oh mein Gott. Kurtis A. Kurtis Mann. Kurtis A. Kurtis Mann. Ja. Horror Games, Horror Games aus den alten Tagen. Ich komm ja schon, ich komm ja schon. Wie so ganz gemütlich, geh so. Der Paul klingelt. Hallo? Kurtis, mein Junge. Warum bist du nicht an deinem Arbeitsplatz? Mr. Warner, ich... Ich dachte, nachdem was mit Bob passiert ist, würden... Da hast du falsch gedacht, Kurtis. Also schlepp deine faulen Knochen hier rein. Kaltherziger Hurensohn. Das sind Spiele aus den 90ern. Oh, jetzt hab ich nicht zurück. Doch, ich geh nochmal ganz kurz zurück. Nee, nee, nee. Kann ich mich nicht im Spiegel? Doch, ich kann mich doch mal im Spiegel bewundern. Oh, wie schön das, äh, ja. Piercing? Hallo? Dein Piercing? Willst du das nicht mal sehen? Guck mal, Schublade. Habe ich da noch was drin? Nochmal ganz kurz zu Blob. Blob, meine... Na, guck mal. Meine Ratte. Tja, ich habe eine furchtbare Nacht hinter mir, Blob. Haben Ratten Albträume? Der denkt jetzt nicht wirklich, das war ein Albtraum. Der sollte sich echt mal, äh, im Spiegel bewundern. Post? Mal gucken, was wir jetzt diesmal für Post bekommen haben. Wieder sexy Post von irgendeiner sexy Dame. Bridget Books freut sich, die Autorin Adrienne Delaney willkommen zu heißen. Miss Delaney signiert in unseren Räumen ihr neues Buch, im Kampf mit den Gesetzen. Sie ist hübsch. Der gehört, das gefällt mir. Der gehört, das gefällt mir. Immer... Kann ich das nicht irgendwie mal... Noch irgendwas machen damit? Gehört, das sobald ein Mädel... Oh. Ich kann ja noch was damit machen. Oder kann ich da nicht mehr... Ach nee, warte mal. Ich musste das ja noch öffnen. Wisst ihr noch, man konnte noch den Unterboden hochheben. Wisst ihr das noch? Da, den Rand hier konnte ich doch nicht aufmachen mit dem Schraubenzieher, Schraubendreher oder weißt du gar nicht was. Oder habe ich das jetzt schon gemacht gehabt? Übrigens, die Kiste ist von Bob. Hatte ich ja schon erzählt gehabt, ne? Nee, hier war nichts mehr. Nö, wir können raus. Okay, also wir müssen jetzt zur Arbeit. Nachher müssen wir noch mal zu unserem Heil-Doktor. Ja, geh mal auf Arbeit. Aber Arbeit. Soll man nochmal in unser... ...Cammerschen gehen? Ich gehe nochmal das Kämmerschen. Das Kämmerschen des Grauens. Irgendwas muss doch noch hier drin passieren. Warum? Ich verstehe nicht, warum hier dieser Schreibtisch für uns relevant ist. Hallo? Darf ich da draufklicken? Oh! Warum haben wir jetzt hier einen Hammer? Und warum darf ich den Hammer mitnehmen? Ey, Gürtis, ey. Gürtis, bitte nicht, ey. Nimm den Hammer nicht. Ich habe den Hammer mitgenommen. Fuck. Ich habe den fucking Hammer mitgenommen. Oh mein Gott. Nein, nein, nein. Hier gibt es sonst nichts mehr zu holen, ne? Ne, ich glaube, ich kann hier gehen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Soll ich noch mal ganz kurz von hinten? Also im Hintereingang. Zum Hintereingang von meinem Chef. Ich gehe mal gucken. Ach, 4 zu. Mist. Okay. Geh mal auf Arbeit. Die Produktivität Ihrer Firma ist mir egal, Mr. Warner. Sie haben nicht das Recht, Beweismittel zu vernichten. Ich habe das Recht dafür zu sorgen, dass meine Angestellten ordentliche und sichere Arbeitsplätze haben, Detektiv. Die Erwissungen standen kurz vor dem Abschluss. Ihre kleine Säuberungsaktion dürfte Ihnen eine Anklage wegen Justizbehinderung einbringen. Verstanden, dass wir die Diskussion in meinem Büro fortsetzen, Detektiv. Wie Sie möchten. Die Polizei war ja so schlau. Die haben ja ganze Indizien nicht gesehen. So, das war das. Das war das. Ja. Wollen wir mal. Muss man noch was machen hier in meinem Büro? Ich gehe mal in den Computer. Oh. Wir hatten doch jetzt... Kürtis. Okay. Das ist gut, oder? Überlockt. Mein Passwort. Angestellte. Gibt es hier auch was zu lesen hier? Ne, das war ja das. Ah ja, mein Posteingang. Trevor, mal gucken. Ich kann es nicht fassen. Wir schreiben uns übrigens die ganze Zeit nur hier. Tolle Sachen. König, ich kann es nicht fassen. Untertitelung des ZDF, 2020 Ernsthafte Antwort, witzige Antwort, sarkastische Antwort Also, was meint ihr? Also ich, wie ich den Curtis jetzt kennengelernt habe, würde er eine sarkastische Antwort geben Was würdet ihr antworten? Ich denke mal, so eine sarkastische Antwort ist, glaube ich, das Richtige Ich glaube, das passt eher, passt eher zu ihm Ich denke mal, auch sarkastisch Eine sarkastische Antwort wird besser zu ihm passen Ja, das händen wir Das händen wir Hier Therese Ich bebe noch am ganzen Körper von vergangener Nacht Heidewitzka einmal Was gebe ich denn da eine Antwort? Sarkastisch, na klar, eine ganz ernste Ja, das händen wir Das händen, das passt zu, das passt zu uns Das passt dem Curtis Der ist so Erstmal die Olle poppen und danach sagen Therese, ich glaube, das war keine gute Idee So, Chef Was sagt der Chef? Na, wenigstens gehen wir zur Beerdigung von Bob Wollen wir da überhaupt hin? Wir gehen Jocelyn, an mich Hi Curtis Mein Gott, ganz ehrlich Ihr habt da schon recht Ich habe ja irgendwie das Gefühl, dass das ein richtiger Porno hier ist Der Curtis kann ja poppen von links nach rechts Entweder ist die Therese auf der linken Seite Oder hier die Jocelyn möchte auch mal eine Runde nochmal Ich gebe eine sarkastische Antwort Ich gebe dir Jocelyn Wisst ihr warum? Wisst ihr warum ich eine sarkastische Antwort gebe? Weil meine Freundin Als ich in der Bar saß Und was gesagt habe Einfach aufgestanden ist Und ist weggegangen Jetzt kriegt die Familie eine sarkastische So Das war die Alten, ne? Das war die Alten, ne? Ich mag die Ich mag die Die ist gut, Therese ist gut Das war nur ein Scherz Okay Oh Gott, oh Gott Ich glaube Ich glaube, wir haben jetzt alles hier, ne? Kann ich etwas verlassen Da muss ich den Rechner nicht mal wieder runterfahren Ähm Ich Nee Warte Nochmal Pass auf Ich rufe mal Ich rufe mal den Chef an Aber den Chef darf ich glaube ich nicht anrufen Weil jetzt ja im Moment der Die Die Polizistin Die Detektivin da ist Aber 6996 6996 Ja klar, genau was ich brauche Einen kleinen Plausch mit Paul Warner Paul Paul Warner Okay, wem rufe ich nur an? Ich rufe mich mal selber an 1-6-0-0 Hallo, hier ist Curtis Craig Ich möchte Hallo, Curtis Wer ist da? Tut mir leid, Mann Ich kann jetzt nicht reden Ich bin gerade dabei Jemanden die Haut anzuziehen Der lernt auch nicht, ne? Beim letzten Mal, als er sich angerufen hat Hat er Hat er Eine Faust in die Fresse bekommen Und jetzt Zieht irgendwer Irgendwem Die Haut Okay Ich rufe mal Trevor Trevor, mein Kumpel an 1-6-0-0-0-0-0 Der ist übrigens neben mir in der Box Kumpel Was ist los, mein Kleiner? Äh, nichts Besonderes Ich sitze hier am Schauplatz eines Mordes Und versuche den emsigen Angestellten zu spielen Das ist hart Halt die Ohren steif Ich werde mein Bestes tun Okay Wem können wir noch anrufen? Ah Wir rufen Erst meine Freundin an Oder meine Sexsklavin Natürlich Oh, meine Freundin 6992 6992 Hallo Jocelyn Hi Baby, wie geht's dir? Ich, ähm, alles in Ordnung, Curtis Die Sache mit Bob lässt mich nicht los, weißt du? Ja, ich weiß Joc Mich auch nicht Ich wollte, ich könnte helfen Danke, Darling Der ist so Ja, ich rufe mal Bob an Ich rufe Bob an 1-16 Ne, warte, wir machen erst nochmal Therese Dann machen wir am Ende den Bobby Bob 30-38 Hey, Therese Hi, Therese Na, wenn das nicht mein kleiner Sklave ist Du warst große Klasse gestern Nacht Du hast schauspielerisches Talent Weißt du das? Danke Curtis Wenn du willst Dann können wir zwei zusammen Erotische Abenteuer erleben Von denen du nicht mal zu träumen gewagt hättest Ja, 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 ja Alter, der lügt einfach auf Der lügt einfach auf, ey Meine Herren, ey Einfach so Ja Gut Dann nicht Äh, okay Jetzt machen wir den Bob 61-14 Du hast mich ermordet Das probierstreckt nochmal Oh Hier, Curtis Ich wollte gerade nochmal anrufen Du hast mich ermordet Hier gibt es nichts mehr zu gucken, glaube ich Ich gucke nochmal ganz kurz auf den E-Miles Ne, das war Das war alles Das war der alte Alte Zeug So Hier gibt es nichts mehr zu gucken Dann gehen wir mal raus Wir gehen mal zu Trevor Trevor Alles klar Hey Mann Ich finde es unmöglich, dass Sie uns heute hier antanzen lassen Tja Ja Ihr Zartgefühl ist gerade zu überwältigend Aber dafür durften wir dann erleben, wie diese Polizistin Paul Allen Warner in den Hintern getreten hat Ja Das war ein großer Spaß, nicht wahr? Sie hätte ihm nur noch eine Salve reinjagen sollen Oh Ist das okay? Scheinbar so, ne? Ich gehe gleich mal zu Bobs Büro Das Schönste immer am Ende Na Kumpel? Wie war dein zweites Rendezvous mit dem mysteriösen Jay? Enttäuschend Ein Fehlschlag Ich meine, ich habe hinter seinen sinnlichen Augen und hinreißenden Apfelbäckchen Die falsche Schlange entdeckt, die in ihm drinsteckt Oh, das ist aber traurig Ja, du sagst es Im ersten Teil des Abends hat er an Bella Lugos' Auftritt herumgenörgelt Und danach hat er sich selbst stundenlang in meinem Badezimmerspiegel bewundert Was, er findet Bella nicht gut? Dann kannst du ihn vergessen, Mann Oh ja, allerdings Okay Das habe ich jetzt Jetzt haben wir es rausgefunden Er ist gay, okay Deswegen ist der dann auch vielleicht ein bisschen angezogen an seinen besten Freund Echt, gestern hat das mit Bob nichts in mir ausgelöst Aber heute gehen mir diese Bilder ständig im Kopf rum Wie in einem Horrorfilm, ich sehe überall nur Blut Das wundert mich nicht Es war ja auch hammerhart Sag mal Hast du mit irgendjemand darüber gesprochen? Ja, ich war bei Dr. Harburg Meiner Therapeutin Und heute gehe ich wieder hin Cool Oh, wir dürfen heute ganz viel mit ihm reden Das ist ja schön So Wir gehen nicht zu der Mieze Wir gehen zuerst Ne, auch nicht zu Bob Wir gehen zuerst mal zu unserer Zu unserem Oh, der ist gar nicht da Der Tom Und wir dürfen auch hier nicht rein Okay, Tom dürfen wir nicht rein Aber hier Jocelyn Jocelyn Hätte eigentlich auch Floristin werden können Hi Joss Hallo Curtis Hör zu, es tut mir echt leid wegen Ich weiß, ich war gestern echt fies zu dir Du musst verstehen, ich war völlig fertig Das waren wir doch alle, Curtis Ist schon okay Curtis Ich, ich hab gestern Abend versucht, dich anzurufen Stundenlang Aber du warst nicht da oder bist nicht drangegangen Tut mir leid, Jocelyn Ich war nur Oh, nein, nein Fang nicht an, dich zu entschuldigen Du schuldest mir keine Rechenschaft Du kannst tun, was du willst Ja, ich hatte einfach Eine Schlaftablette genommen Und das Telefonkabel rausgezogen Ich war außer Gefecht Alles klar? Mhm Also Er hat eine Schlaftablette genommen Und hat das Kabel rausgezogen Ist ja eine Wahrheit in der Unwahrheit Er hat eine Schlaftablette genommen Naja, er, er, er eigentlich eine, eine Tablette genommen Und hat das Kabel eingesteckt Statt ausgesteckt Das ist die, die Wahrheit Die volle Wahrheit Okay Hammer? Nee Stoff? Nee Zettel? Nee Schlüssel? Nee Knopf? Nee Zettelchen? Nein Vielleicht interessiert sich das? Ich war mal bei Doktor Doktor Witzig Das interessiert meine Freundin auch nicht Dass ich beim Doktor schon war Oder was? Mann ey Gut Fräulein Ich gehe mal hier was saufen Saufen ist immer gut Okay Dann gehen wir mal zum Zu Therese Hallo Du Sexbestie Hi Therese Hi Das war großartig gestern Nacht Fandst du nicht auch? Ach Allerdings so Ja Du denkst bestimmt jedes Mal an mich Wenn du die Streben hier fühlst Ich finde diese kleinen Szenen immer so gut Dann geht der raus wieder Und jetzt kommt der wieder rein Ich finde das immer so lustig Jetzt gehen wir wieder rein Komm So Und jetzt gehen wir wieder- 'res Ok War hier was? War hier kurz was weißes? Ne Ok Hat der die jetzt gepackt Und das war eine Halluzination Oder war sie ? Ich glaube, der sollte nicht in irgendeine Bar irgendwelche komischen Sachen zu sich nehmen. Der hatte sowieso schon einen in der Schüssel. Wir gehen nochmal da rein. Ah, wir dürfen nicht hier rein. Okay. Und nix machen. Nix. Nix. Okay. Okay, dann gehen wir mal zum Chef. Verwickeln Sie sich in gigantische Widersprüche, Mr. Borna. Ist Ihnen das klar? Nein, 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 Detektiv. Das kann ich alles erklären. Ist das Ihr nächstes Opfer, Detektiv? Das kann ich alles erklären. Nehmen Sie mir Zelle mit Hannibal Lecter zusammen. Das ist gut. Okay, wir gehen nochmal ganz kurz zu uns. Ins Büro. Okay. Das ist gut. Okay, wir gehen nochmal ganz kurz zu uns. Übrigens ein Oskar bitte für denjenigen, der das wunderschöne Büro hier eingerichtet hat. Er ist ein Büro des Grauens. Das ist nicht das Labor des Grauens. Übrigens, wir arbeiten ja für ein Labor. Wir sind ja nur im Bürogebiet hier. Und unter uns geht es dann zu den Laboren. Das ist Blob. Blob ist nichts mehr zu tun, ne? Blob ist Blob. Telefon. Warum gucken wir auf den Chomputer? Keine Sorge, das ist Cybersex-Polizei. Okay, das hatten wir schon. Notiz. Das war das mit dem Passwort. Wie ist das nochmal? Wait. Ich denke mal nicht, dass das die Passwörter sind, aber wir testen es trotzdem. Infektion, Erleuchtung und Entweihung. Falsches Passwort? Falsches Passwort? Das wird doch kein Passwort, aber nie grob. Bin ich drin? Okay, ich habe schon wieder Erleuchtung und Entweihung, ne? Aber interessant zu sehen, Zugang, Energy und Curtis. Wisst ihr, was ich meine? Ah, ich habe schon vorher draufklicken. Das war ja die, oder? Ach, schief. Wie war es nochmal? Hm, denke ich nicht. Ach, Gott. Ich weiß es nicht. Haben wir irgendwas anderes? Da ist nämlich eine Datei Curtis drin. Warum ist eine Datei da drin Curtis, wo ich nicht drauf zugreifen kann? Ah, Carpe Diem. Das könnte man versuchen. Äh, wie schreibt man das denn überhaupt nochmal? Carpe Diem. Nutze den Tag. Archiv. Carpe Diem. Wie schreibt man das? Carpe Diem. Okay. Vielleicht ist das ja interessant. Carpe Diem. Nee. Mit E? Mit I? Hm, ich weiß es nicht. Wir versuchen es mal. Ich habe keine Ahnung. Carpe... Muss man es zusammenschreiben oder auseinander? Das weiß ich nicht. Ich versuche es mal auseinander. Carpe Diem. Nee. Ich versuche es nicht. habe ich alles groß geschrieben ja du siehst nur stern ich habe es mit leerzeichen ohne leerzeichen warum mit leerzeichen habe ich habe es groß gut klappt mit leerzeichen klein geschrieben mit leerzeichen ich glaube das ist nicht das richtige ich glaube nicht oder alle buchstaben groß habe ich geschrieben das kürt ist ja es kann auch so immer für soma kürt ist ich habe vor jedes mal wenn du was falsch schreibt kriegt der chef eine antwort in der e mail jemand hat versucht auf ihre datei zuzugreifen vielleicht blog nein blog kann es nicht sein das ist ja mein passwort blog ist ja das passwort von mir das ist ja auch eine sache von mir kabel die wird schon wird schon richtig sein denke ich mal vielleicht muss ich ja mit groß und klein schreiben ich habe sie groß geschrieben leerzeichen die groß geschrieben als nichts alles groß und alles klein nicht alles zusammen project was das result vertraut ich vertraue ich vertraue ich vertraue ich vertraue ich recht wird gesucht das war jetzt das ganze vertraue ich dokument tja das war's vielleicht das andere auch vielleicht kann ich das kürt ist auch lesen dann jetzt das geht nicht ich versuche es nochmal vielleicht kann ich das mit blog ne okay im archiv war jetzt nichts das ist nichts besonderes das ist nichts besonderes also ich kann jetzt nichts groß vertraut ich vertraue ich vertraue ich aber es ist noch nichts großartiges passiert im bob ding würde ich gerne reden es ist alles ich habe keine ahnung was wir hier noch tun sollen wir machen es mal wir müssen wir haben so sowieso ein ich gehe noch mal ganz kurz zum ne treffer dürfen wir auch nicht dann gehen wir mal ganz kurz auf die karte und gehen zum doc wir haben so einen termin folger mein lieber dankeschön für den raid ich mache mal ganz kurz ähm pipipause ganz schnell ich muss nämlich mal für kleine dexys im oh Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Okay, dann gehen wir zum Doc Wie komme ich dazu? Mein Termin ist doch noch gar nicht dran Okay, was haben wir hier? Ich warte damit besser noch ein bisschen Ich habe noch was anderes zu tun Okay, dann gehe ich nach Hause Gut, dann gehen wir nach Hause Hm, wir dürfen wieder in den Spiegel gucken Jetzt hoffe ich, guckt er sich endlich mal sein Piercing an Mann, du hast ein Piercing, ey Okay Sag mal Mädels, findet ihr den wirklich so attraktiv? Was hat der? So Besonderes? Oder was? Da sieht man doch die Jeans gar nicht Der hat doch einen in der Schüssel, der Kerl Hier ist nichts Kann man ja zumachen Nein, wir sehen Mensch Curtis, ey Was ist mit dir nur los? Hier, Hammer auf den Kopf Ist nichts Ich gehe zu Blob Blob, Blob ist immer Nein, wir dürfen nicht über den Blob reden Okay Hammer Wofür brauchen wir den fucking Hammer? Anders brauchen wir doch gar nicht Warte mal, vielleicht kann ich den Hammer hier draufhauen Oder was Ich weiß es ja nicht Also auf der Arbeit konnten wir nichts mehr machen Oder doch? Oh ja Hau mal druf Hau druf Ne, komm, geh raus Hier ist nichts zu holen Im Regal? Ja, im Regal Da würde ich noch was gucken Mal gucken, was im Regal ist Mörder ohne Maske Einführung in das gestörte Seelenleben von Curtis Craig Hey Ich muss ganz ehrlich sagen dir Hat die coolsten Bücher Natürlich in seiner Fantasie, denke ich mir mal Die coolsten Bücher Ganz am Anfang Er hat ja ganz am Anfang des Streams Hat er die Bücher ja mal vorgelesen Das war ja Ach, nichts Besonderes Keine Ahnung Und jetzt liest er nur Mörder und Totschlag hier in seinem In seinen Büchern Okay, ich glaube wir können wieder gehen Also Traumbaum dürfen wir sowieso nicht Dockt Wir gehen nochmal zur Arbeit Ah, vielleicht können wir ja Scheibe einschlagen Komm Jetzt Hau drauf Auf das Ding Oh, wir dürfen Ne, wir dürfen vielleicht nur mit der Karte mal versuchen Einfach nur mal so Zum Spaß Piep Ja Geht nicht Mensch Curtis Das weißt du doch Jetzt langsam Wir müssten mal die Karte vom Chef klauen Oder Was könnte man mit dem Hammer denn machen Äh, äh, äh Das war das Der In dem Raum war glaube ich nichts mehr zu Ich gehe jetzt einfach trotzdem rein Wer weiß Vielleicht passiert dir ja trotzdem noch was Wir haben wenigstens schon mal einen Hammer hergeholt Können wir vielleicht die Kiste hier Hier abstellen Nö Wollen wir was machen Nichts mehr Meint ihr, ich kann die Kisten immer Ah, was Hä Wer hat denn das da jetzt zugekleistert Wo ist die Tür hin Was zur Hölle Frisch zu tapeziert Dafür hab ich da mal so Um das zu verbergen Ja, ich versuche sowas zu verbergen Los Nimm mal Hammer und da Hau die Wand ein Ach komm Das hast du Dankeschön Äh, da Immer wieder auf der Arbeit Auf der Arbeit Zum Tom dürfen wir nicht rein Warum auch immer wir nicht zum Tom dürfen Tom ist nicht wichtig Jocelyn ist auch nicht mehr so wichtig Wir haben ja eine andere knackige Mieze jetzt Nein, wir wollten nicht zu ihr Wir wollten weiter Dürfen auch nicht mit ihm Aber wir können doch Ich kann ja mal wenigstens Gucken, ob irgendwas noch geht Bei denen Ach, der Knopf, Mensch Was ist denn mit dem Knopf Wo ist eigentlich Tom hin Warum kommt Tom nicht mehr hier Zum Metzeln Okay, ist nichts mehr zu machen Dann gehe ich noch mal ganz kurz Zu meiner Blumenfrau Nein 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 Irgendwas müssen wir noch machen Irgendwas müssen wir noch aktivieren Weil ich denke mal Wenn wir jetzt gleich noch mal Zu Therese gehen Wird da auch nichts mehr passieren Auch nichts Diesmal will sie bestimmt nicht sehen Zettel mit irgendwelchen Sachen Ein Knopf Willst du den Knopf? Nee Schlüssel will sie auch nicht Hier Zettelchen Auch nicht Interessiert sich gar nichts Meine Freunde interessiert sich nicht für mich Nichts Okay, die will auch gar nichts Dann gehen wir noch mal zu ihr Weil er ist jetzt wieder da Eben war sie ja wieder weg Boom auf den Kopf Nix Stoff Auch nicht Für keinen interessiert der Knopf Der Knopf ist denke ich Irgendwas für die Detektivin Ich kann nichts mehr tun hier Ich muss glaube ich noch mal zum Bob rein Aber eben konnte ich nicht zum Bob rein Aber wir haben ja wenigstens im Spiegel was aktiviert Das war wichtig Vielleicht kommen wir dann ein Stückchen weiter Hier kommt nichts mehr Hier dürfen wir nicht mehr hin Nichts mehr zu holen Beim Chef würde ich auch War ich ja eben schon Aber beim Chef gab es nur Ärger von dem Polizisten Ach darf ich nicht mal Ich darf nicht zum Chef Ich gehe noch mal was trinken Mal gucken Nix Ab und zu passiert mal eine andere Szene Nix Dann gehe ich noch mal ganz kurz Ganz kurz noch mal in mein Büro Irgendwas muss hier noch sein So Blop 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 Äh 16 14 Ne Ja klar Genau was ich brauche Einen kleinen Plausch mit Polvo Okay Gibt nichts mehr Können wir nochmal auf den Computer gucken Inbox Nix mehr Hey Mann Auf die Notizen darf ich nicht zugreifen Das geht nicht Auch nicht mit Carpe Diem Ey Mann Sekunde Ne Ja es könnte sein Ja es könnte vielleicht sein Hubs Jetzt habe ich gerade rausgetappt Ähm Wie hießen sie denn nochmal Ich muss mir den gerade schon mal aufschreiben Infektion Ich schreibe die mal ganz kurz auf Ich kann mir das nicht merken Ganz schnell Geht ja schnell Infektion Erleuchtung Und Entweihung Okay So Zugang Dann wollen wir mal Mikrofon weg Ähm Fangen wir an mit Infektion Fuck Stimmt Edward Gain Sicherheitsbearbeitung Abteilung Habt ihr gesehen Also habt ihr gelesen Er will nur die einzige Die einzige Person sein Die dann unten ins Forschungslabor kommt Er hat die Get contournet Ja 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 na ja N ans Ichboo Tlot Til ok ja das andere war erleuchtung ok von immer und an peter ok an peter also unser chef irgendwas vertuschen er möchte nämlich der alleinige der die alleinige person sein die das was zu suchen hat und auch was alle anderen sachen alle anderen mitarbeiter damit nichts zu tun haben dürfen sollten ok das ist nicht so nicht so besonders kürtis genau ja und was war das entweihung warum denn in ok an etwa und auch sicher hat okay alles klar gucken ok du kleiner scheiße was hat er mit mir was hat er gemacht und warum warum gibt es überhaupt eine datei von mir warum bin ich der einzige der überhaupt nicht hier rein darf ich bin also im test objekt oder was ja sehr nett wir müssen unbedingt in den keller ok das ist aber ganz wichtig dass wir es gerade gelesen haben das ist ganz wichtig ich versuche ich mache mal ganz kurz nix ja klar genau was ich brauche einen kleinen ja ok wir dürfen also ich gehe mal ganz kurz vielleicht rede ich ja mit meinem besten kumpel darüber nein oh das türchen ist offen steht da einer steht da einer glaubt nun ich du kannst mich austricksen tom ich warne dich sie haben es vergeicht sie glauben sie können mir drohen der aufsichtsrat wirft sie einfach raus du glaubst du kannst mir drohen du bist ein roter mann und weiß dass sie die spielchen paul ihre zeit ist abgelaufen du bist ein toter mann ein toter mann du bist ein toter mann crack ein toter mann sein vater nein nein ok wo bin ich jetzt hier meiner meiner fantasie da stand übrigens an der an der wand gerade pervers perversen oder sowas die guckt gut aus ok wir fangen natürlich erst mal an logischerweise mit irgendjemand zu reden betelgeuse der sieht aus wie betelgeuse das ist betelgeuse er die ollie und runter nein krank krank und verrückt ich habe dich gesehen als sie dich eingeliefert haben ja ich weiß was mit dir los ist ich weiß es ja sie war das in meinem traum wisst ihr das noch in dem traum wo wir eingeliefert worden sind ganz am anfang das erste szene da kam sie auf uns zu und hat geschrien freak sieht aus wie meine freundin jocelyn schwester wieso bin ich hier wieso bin ich hier ich gehöre nicht hierher das hat mir den tag versüßt halt den mutter wichser halt den mutter wichser halt den mutter wichser das ist so gut ich nehme dir den ball weg pass auf pass auf pass auf jetzt guck mal ich kann auf den ball klicken warte warte jetzt 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 das ist noch mal komm 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 nein schade ich dachte ich kann den supergang auslösen nein nein ball ball meins rutschen rutschen 1 2 3 in die kirchen was bringen die kirchen wo ist meine tante erika mit wo ist die tante erika pizza 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 mama mia pizza wie oft kann ich eigentlich noch auf den klicken hier ist mein ok 1 2 3 ich kann den ganzen arm auf den klicken das ist ein bisschen als ob da helge schneider singen würde ich sag mal deine hände sind kleiner als meine damit kannst du besser in die ecken zu putzen so irgendwie bring ihn zurück aufs zimmer bring ihn auf sein zimmer hey kann ich den ganzen arm auf den klicken oder was aber machen wir jetzt solange wir es können machen wir es auch ich liebe dich baby ich liebe dich da ist mein glanz baby da ist mein glanz baby wieso kann ich so oft auf den klicken das ist glaube ich in seiner star rolle gewesen die hatten echt spaß die das sind einige schauspieler sind ja auch entwickler ich glaube das ist einer der entwickler merkt man sofort ich darf nicht mehr ich darf nicht mehr ich darf nicht mehr hey hör auf damit oder ich lass dich ruhig stellen wollte sie nicht noch sagen du wichser mein schwarze tot soll dich holen das ist für dich du feige ratte mein wiederwärtiges blut für dich hier dring mich dring mich 7 7777 ok ich muss irgendwas auslösen damit ich die tante hier weg schicke ich muss ja den ball den ball muss ich auslösen pass auf komm 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 schmeiß den ball jetzt nein das ist mir ganz egal nein 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 ganz egal nein 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 jetzt kann ich an mir rumfummeln zu spät dann bind den da wieder auf seinen stuhl nein ich hab zu langsam ich werd zu langsam pass auf mein Junge raus hier raus hier sieh zu dass du hier raus kommst ich will dich hier nie wieder sehen hast du kapiert nein ich bin da bei 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 run Curtis du bist ein schlimmer Junge und du musst bestraft werden Was ist passiert? Ich weiß nicht, ich war nicht da. Hast du gesehen, was passiert ist? Nein. Komm zu dir, Junge. Oh, Curtis. Ja, gut so, gut so. Komm schon, Junge. Na, mein Alter, geht's besser? Was machst du denn? Ich weiß nicht, keine Ahnung. Ja, ja, alles in Ordnung. Das hat doch keinen Sinn hier. Es ist mir egal, was Paul gesagt hat. Ihr geht jetzt einfach nach Hause, auf der Stelle. Also. Mir fehlt nichts. Okay. Tom hat recht, Curtis. Du musst nach Hause gehen. Offenbar bist du nicht auf der Höhe. Du siehst schrecklich aus, Curtis. Geh nach Hause und schlaf dich aus, okay? Okay. Träum, was Schönes. Mensch, Curtis, ey. Du hast echt einen an der Schüssel. Wir sind jetzt bestimmt zu Hause. Wir dürfen gar nicht klicken, ne? Darf ich auf die Arbeit? Oh, ich darf nur auf die Arbeit. Ah, ich darf von... Nein, ich darf nur ins Hintertürchen rein. Nein, ich darf nicht mehr rein. Okay. Letzter Test, einfach nochmal ganz kurz hier. Nö, kann man nix. Dann gehen wir nach Hause. Zum Doktor? Wie komme ich dazu? Mein... Oh, Trevor ist im Lokal. Hi. 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 Und die hat schon was bestellt. Das ist schon mal gut. Können wir was bestellen. Nix. Mit mir selber reden. Kellner rufen. Hey, sehe ich da etwa einen Shake? Machst du dir keine Sorgen um die schlanke Linie? Ich versuche nur, meine Sorgen zu ertränken. Ja, ich gebe es zu. Mord an Bob setzt mir doch plötzlich ganz schön zu. Ja. Ich war heute Nachmittag auch ganz schön fertig. Das war der Wahnsinn, auf dem gleichen Stuhl zu sitzen, auf dem er in Stücke zerlegt worden ist. Das sagt er doch mal so. Währenddessen der sein Shake trinkt. Ich finde das so hart, ey. Also der... Ja, aber Trevor. Ich nehme eine Ofenkartoffel. Was ist? Ich habe dir doch von meiner Tante Emily erzählt. Das ist die, die in Arizona lebt, mitten in der Wüste. Ich weiß, die Tierfreundin. Ja, genau die. Sie pflegt ihre Essensreste vor die Haustür zu werfen, damit die armen Waldtiere was zu fressen haben. Die Waldtiere? Ja. Sie wohnt doch in der Wüste. Halt den Mund und hör zu. Jedenfalls einmal, als ich bei ihr war, da wirft sie eine, da wirft sie eine uralte, widerliche, fette, vergammelte Ofenkartoffel zur Tür raus. Und es war unglaublich, Mann. Die Frau wirft wie ein Profi-Baseballspieler. Die Kartoffel fliegt durch die Luft und schon kommt ein kleines Häschen angehoppelt. Kommt angehoppelt und wirft sich in die tödliche Bahn des Geschosses. Oh, doch, unausweichlich. Und schon schlägt die Kartoffel ein, mitten zwischen die Löffel des Kleinen. Ehrlich, ein Moment hat es ausgesehen, als hätte es einen braunen Sturzhelm auf. Ich habe nie gewusst, dass ein Präriehase so hoch springen kann. Findest du das lustig? Ja. Der arme Kerl ist jetzt wahrscheinlich in Therapie. Oh, Mann. Die hat was zu erzählen, ne? Präriehase hier. Treff, ganz im Ernst. Hast du jemals wirklich abartige Fantasien gehabt? Zum Beispiel? Jemanden zu töten. Treff, ich wollte Bob töten. Jedes Mal, wenn er mich ausgelacht hat, wollte ich ihn töten. Na ja. Weißt du, jeder hat manchmal solche Vorstellungen, Mann. Mach dir keine Sorgen, ja? Wenn ihr mich das nächste Mal auslacht, weil ich wieder zu langsam bin in irgendeinem Spiel. Ich will euch alle töten. Alle. Dreimal. Alle. Hey, hör zu, Mann. Ich muss jetzt los. Ich habe eine Verabredung zum Essen. Jemand Neues? Erzähl mal los. Nein. Also gut, sein Name ist Mike und ich habe ihn bei der Nazarene-Ausstellung kennengelernt. Er ist klug und begabt und lustig und ganz einfach süß, ehrlich. Hört sich gut an. Ja. Dann viel Spaß. Ich werde mir Mühe geben. Oh, der Trevor, der trifft sich mit einem ganz lustigen, schönen Kerl. Kommen wir eigentlich hier nochmal zu diesem Modell-Dingsbums. Ich warte damit besser noch ein bisschen. Ja. Ich habe noch was anderes zu tun. Doch, doch. Wie komme ich dazu? Mein Termin ist doch noch gar nicht dran. Doch, ich gehe mal daheim. Daheim. Nochmal Spiegel gucken. Spiegel ist immer... Euer Spiegel zu Hause wird jetzt was ganz anderes werden bei euch. Jedes Mal, wenn ihr jetzt in den Spiegel guckt, denkt ihr an Curtis. Jedes Mal, wenn ihr in den Spiegel guckt, irgendwas passiert. Ja, plopp. Hey, Kleine. Ratten sind tausendmal besser als Menschen. Auf dich kann ich mich wenigstens verlassen. Ich bin tief gerührt, du widerlicher Freak. Okay. Blob ist auch nicht mehr so freundlich zu mir. Ganz ruhig, Craig. Das ist doch nur Blob. Das einzige Wesen, das dich liebt. Okay. Ich glaube, der... Okay, können wir noch was zu lesen? Hier. Nix. Telefonieren. Wir können gar nicht mehr zu Hause machen. Was müssen wir noch machen? Was müssen wir noch machen? Was machen wir überhaupt mit dem Hammer hier, ey? Oh, nix. Hm. Haben wir Post bekommen? Nee. Hey Mann, hast du nichts zu tun, oder was? Die haben uns nach Hause geschickt. Wahrscheinlich haben sie kapiert, dass es die Produktivität nicht fördert, wenn im Büro Leute ermordet werden. Hast du eigentlich Albträume von dem Kerl, den sie bei euch ermordet haben? Nein. Über fast alles, wenn ich von denen. Als mein Hamster Louis gestorben ist, habe ich ständig geträumt, dass er durchs Fenster in meine Wohnung zurückkommt. Allerdings war er dabei so groß wie ein Pitbull. Er hat gesabbert und gesungen, wen liebst du? Ich bin bald gestorben, verangst. Ich glaube, ich wechsle die Bar. Der Hamster in der Pitbull-Größe, der ist doch auch nicht ein... Okay. Weißt du, Curtis, ich würde dich gern mal irgendwann porträtieren. Du hast so etwas Wirrwes in den Augen. Danke, vielen Dank, Max, der Tag ist gelaufen. Ah, jetzt wird nicht gleich sauer. Ich meine, so wie Andy Warhol, nicht wie Charles Manson oder so einer. Ah, okay, ich verstehe den Unterschied. Danke, sehr aufmunternd. Freak, wollte er damit sagen. Was war das? Hammer? Hammer? Kopfhauen? Nicht. Dann gehen wir wieder hier lang. Hier gibt es auch nichts, ne? Hier können wir nichts tun, ne? Ich weiß nicht, was ich mit dem... Also mit dem Hammer kann ich nicht die tapezierte Wand kaputt machen. Guckt mal, Leute. Hier. Hammer? Nee. Geht nicht. Soll ich um Schraubenzieher? Nee, auch nicht. Ich geh mal wieder raus. Vielleicht können wir doch... Ins Büro dürfen wir nicht mehr. Aber vielleicht jetzt ja wieder doch. Wir haben ja jetzt was aktiviert. Also das heißt, wir haben ja mal ganz kurz mit jemandem gesprochen. Vielleicht dürfen wir jetzt ins Büro? Nein. Nicht. Auch nicht. Boah, der Leid ist der Club genau. Ich weiß es nicht. Ich kriege das nicht auseinandergenommen. Vielleicht muss ich das hier machen. Vielleicht zu Hause nochmal. Gehe ich nochmal nach Hause. Ins Wohnzimmer. Kiste. Okay. Und nein, ich wollte nicht verlassen klicken. Nein. Geh wieder auf die Kiste, Mann. Ich kann sonst nichts mehr machen. Ist nichts mehr zu holen. Ich weiß ja nicht, warum ich immer noch auf die Kiste zugreifen kann, aber... Ich weiß es nicht. Was könnte ich denn sonst noch nutzen? Sonst ist nichts mehr da, ne? Der Hammer... Hammer zusammen mit dem... Vielleicht kann ich das zusammen vielleicht was machen. Man kann nicht zusammen kombinieren. Kann man zusammen Sachen kombinieren? Ich glaube nicht, ne? Wir müssen noch irgendwas machen. Ach, Mensch. Oh, ein Bild. Ah, das sind die Entwickler. Die Entwickler. Die Leute haben das Spiel gemacht. Oh, jetzt noch ein Bild. Noch mehr Entwickler. Ich kann nichts kombinieren. Wenn ich wüsste, wie es geht, wird das bestimmt was bringen. Aber ich kann es nicht zusammen... Zusammenbringen. Gibt es hier eine Taste dafür? Nö, nö, nö. Hier ist nichts mehr zu... Ach. Ich gehe nochmal ins Schlafzimmer. Spiel, glaube ich, auch nicht mehr. Ich würde mich ja gerne mal einfach eine Runde hinlegen. Vielleicht darf ich ja mal eine Runde schlafen. Oh, warte, jetzt ist noch der... Hier kann ich auch nichts mehr machen. Pizza, pizza. Hier komme ich dazu. Mein Termin ist doch noch gar nicht dran. Ich warte damit besser. Es muss irgendwas auf der Arbeit sein. Irgendwas ist mit dieser bescheuerten Kiste noch. Ich kann nicht auf das Telefon zugreifen. Leider nicht. Bei mir zu Hause. Leider kann ich da nichts mehr machen. Vielleicht muss ich hier was in dem Zimmer machen. Ich weiß echt nicht, was ich machen soll, Leute. Wenn ihr noch Ideen habt, raus damit. Ich kann nur... Die Kiste kann ich nur ausschließlich nur nutzen, wenn ich zu Hause bin. Und hier verstehe ich nicht, was ich da machen soll. Ich kann das nicht kombinieren, Leute. Wie in Hammer Meister würde ich das schon verstanden, dass ich das gerne so machen würde. Ich kann aber nicht kombinieren. Soll ich mit STRG oder so? Nö. Ich muss noch irgendwas aktivieren, Leute. Irgendwas muss ich aktivieren. Nur was? Doch das Telefon darf ich nicht zugreifen. Ich kann die Sachen nicht kombinieren. Oder vielleicht so? Warte mal. Ah! Yes! Noch eine Zettel. Mein lieber Curtis. Oh, Wintec. Vielleicht hat er es geschrieben. Bestimmt mein Papa. Wenn du das liest, bin ich tot. Musik. Oh, Mann. Und das lest. Und das l Mullü. Ich kann nicht mehr soetwas. колon Brauch. Wir führer mich nicht Rainbowhofer. Okay, da gibt mich Kanste. ok also gesehen auf der arbeit also die arbeit und ganz besonders der paul warner die paul haben meine mein vater auf dem gewissen und und Okay, also mein Vater ist dann so gesehen mit vielen anderen Personen eine Testperson gewesen, die dann eben auch ermordet worden oder getötet worden von dem Projekt und ich selber wurde auch getestet und ja, kann man foltern sagen? Nee, eher nicht, ne? Gut zu wissen. Jetzt haben wir wieder ein ganzes Stückchen mehr Pass auf, ich gehe mal ganz los, kann man noch mit dem Block jetzt reden? Nicht mehr. Jetzt machen wir mal folgendes. Gehen wir jetzt mal draußen und jetzt gehen wir noch mal auf Arbeit in das Zimmer und dann können wir ja mit dem vielleicht mit dem aber ich glaube, wir können diese Wand nicht mehr einreißen, weil die Wand ist hier so unnütz. Wir sind Versuchskanin. Kaninchen, genau. Nee, nee, man kann auch gar nicht dahinter klicken. Nee, okay. Okay, aber wir dürfen jetzt bestimmt was anderes machen. Ähm, ihr dürft nicht rein, auf der Arbeit dürft ihr nicht mehr hin. Ah, guten Tag, Curtis. Wie geht's Ihnen? Alles in Ordnung. Wenn Sie mich belügen, kann ich Ihnen nicht helfen. Ich glaube echt, ich fahre Ihnen meinen verdammten Verstand. Setzen Sie sich. Lassen Sie uns reden. Hm. Wieso wollten Sie mich heute noch mal sehen, Doktor? Das ist doch wahrscheinlich nicht üblich, oder? Nein, das ist nicht üblich, aber wir beide haben noch eine Menge Arbeit vor uns, Curtis. Und ich will, dass das Fundament dafür so schnell wie möglich fertig wird. Ja, das will ich auch. Ja, das will ich auch. Jetzt werden wir ihr den Zettel mal zeigen, ne? Gucken, was sie sagt dazu. Hier, ich habe einen Brief von meinem Vater gefunden. Hören Sie sich das an. Das Schwellenprojekt ist an und für sich nicht unbedingt böse, Curtis. Aber solange es in den Händen von Paul Warner und Wintec ist, kann nichts Gutes dabei rauskommen. Es sprengt den Rahmen. Mein Gott, das muss ein Wahnsinniger geschrieben haben, Doktor. Das glaube ich nicht, Curtis. Es klingt absolut logisch. Ganz ehrlich, ihr wisst ja noch, diese kleine Visitenkarte habe ich ja von dem Doktor bekommen und der Doktor ist ja Mitarbeiter von Wintec oder wie das heißt hier. Und wenn der Doktor mir diese Visitenkarte gibt von dieser Heilsorgerin, bedeutet das, dass die genauso viel Dreck im Spiel hat, dass sie auch versucht, alles zu vertuschen. Wir werden sehen. Sagen Sie mir die Wahrheit. Sind Geisteskrankheiten erblich oder nicht? Es gibt erbliche Geisteskrankheiten, ja, Curtis. Aber dieses Krankheitsbild wird durch Stoffwechselstörungen hervorgerufen und es gibt ausgezeichnete Heilungschancen. Oh Gott. Oh Gott, vielleicht bin ich schon verrückt von Geburt an. Ich habe kaum Erinnerungen an meine Kindheit. Regen Sie sich nicht auf, Curtis. Entspannen Sie sich. Atmen Sie tief durch. Machen Sie Schluss damit, sonst tue ich es. Ich bring dich um, du dreckiger Uhrensohn. Doktor, mein Vater wurde ermordet. Oh mein Gott. Ich konnte mich nicht mehr erinnern, dass ich gesehen habe, wie er tot da lag. Sie haben ihn überfahren, sind ausgestiegen und haben ihn erschossen. Sie haben ihn einfach erschossen. Curtis. Es ist durchaus möglich, dass ein verdrängtes Trauma für sehr große emotionale Probleme verantwortlich ist. Ich glaube, Sie sind jetzt ein großes Stück weitergekommen. Nochmal? Nein. Hammer? Nein. Box? Nein. Kann ich noch irgendwas hier klicken? Im Raum rumlaufen? In Ihrem Hass auf mich hat hat meine Mutter mich nicht nur gedemütigt und geschlagen. Sie hat mich auch gefoltert. Sie hat Sachen mit mir gemacht, wie sie in den Gefängnissen in Chile und Nicaragua vorkommen. auf welche Weise hat sie sie gefoltert, Curtis? Curtis! Komm her, du kleines Monster! Ich will wissen, was sich unter deiner widerlichen, schleinigen Haut verbirgt. Es ist vorbei, Curtis. Es ist jetzt vorbei. Sie ist nicht mehr da. Sie haben es überlebt. Sie sind hier, Curtis. Dieses ausdruckslose Gesicht immer eines Therapeuten. Doktor, ich glaube, dass dieses Schwellenprojekt, was immer es war, vor langer Zeit eingestellt worden ist, aber jetzt wird es wieder aktualisiert. Und zwar mit aller Kraft, da bin ich sicher. Wie kommen Sie darauf? Durch viele kleine Hinweise. Ich habe Akten gesehen, ich habe bestimmte Äußerungen gehört. Ich glaube, dass da etwas Schreckliches passiert, etwas, was noch nie jemand versucht hat. Es scheint mir wichtig, dass Sie in Ihrem Kopf klar unterscheiden zwischen dem, was Sie genau wissen und dem, was Sie sich nur vorstellen. Jetzt denken Sie, ich gucke so oft in die Akte X rein. Was ich übrigens sehr gut finde, achtet mal auf die ganze Kamerapositionen, auf die ganzen räumlichen, alles was da im Raum steht, wie gut das alles gemacht worden ist. Ich weiß nicht, wie teuer das Projekt war, aber das war eine ganz große Leistung, finde ich. Ich glaube, manchmal ich habe Bob getötet. Ich kann mich zwar nicht daran erinnern, wie ich es getan habe, aber ich muss immer daran denken, wie sehr ich ihn gehasst habe. Ich habe ihm so oft den Tod gewünscht. Dass es höchst unwahrscheinlich gehört ist, dass jemand einen Mord verdrängt, kommt praktisch nie vor. Schauen Sie in sich hinein. Meinen Sie wirklich, Sie wären zu einem Mord imstande? Vielleicht. Die Alte! Guck mal, das Gesicht! Ich glaube, es sollte mir jetzt gehen. Das Gesicht! Sehr gut geschauspielert. Sehr gut gemacht. Hat mir echt gut gefallen. Ja, teuerkastlich. Ich war gestern mit Therese zusammen. Ich habe mir den Nabel piercen lassen. Auf der Bühne von diesem Sadomaso-Club. Der Laden war brechend voll mit Leuten. Haben Sie das wirklich gewollt? Ich weiß nicht. Ich glaube nicht. Ich... keine Ahnung. Ich wollte in diesem Augenblick beherrscht werden. Verstehen Sie? Ich wollte, dass Therese mir Schmerz zufügt. Aber danach, da war es dann genau umgekehrt, da... wollte ich Sie beherrschen. was genau meinen Sie damit? Es war eigenartig, als... als ich von der Bühne runterkam, da stand sie da und... und ich habe mich auf sie gestürzt. Ich habe sie genommen und auf die Toilette geschleppt und da haben wir es getan. Ich bin über sie hergefallen wie ein Tier. Und wie hat sie darauf reagiert? Offenbar fand sie es irre. Ich dachte, sie zerreißt mich vor Lust. Curtis, haben Sie sich überlegt, ob nicht vielleicht Therese es war, die sie beherrscht hat? Nein. Aber Sie haben wahrscheinlich recht. Ja, ja. Ich hatte da so ein Erlebnis mit meiner Kollegin Therese. Wir hatten Sex, das war total wild. Waren Sie beide damit einverstanden? Ja. Ja. Aber Doktor, sie erzeugt Gefühle in mir, die mir Angst machen. Heftige, fast ungezügelte Gefühle. Es war als könnte ich alles mit ihr machen, was mir in den Sinn kommt und als könnte sie das auch alles ertragen. Fantasien in deinem Kopf. Das ist so gut. Ich mag die. Frau Doktor ist gut. Frau Doktor hat einen guten Blick. Kann ich überhaupt noch was machen bei ihr? Hier. Nichts mehr, ne? Ich glaube, wir sind jetzt beim Ende angekommen. Das klingt wahrscheinlich völlig verdreht, aber manchmal wünschte ich, ich könnte mit Joss und mit Trevor zusammen sein. Verstehen Sie? Irgendwie weit weg, wo uns niemand verurteilt und wir mit niemand sonst konfrontiert sind. Viele Menschen haben solche Fantasien, Curtis. Dass sowas in unserer Gesellschaft nicht üblich ist, bedeutet noch lange nicht, dass es verkehrt wäre. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass der nicht Trevor sagen möchte. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass die deutsche Übersetzung falsch ist. Ich glaube, der will nicht Trevor sagen. Auch wenn sein bester Freund schwul ist. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass er Therese sagen möchte, kann das sein? Ich habe das Gefühl, dass das nicht stimmt, dass da irgendwas falsch ist. Weil ich habe irgendwie das auch gesehen, dass man sieht auch keine Anzeichen, dass er irgendwie auf seinen besten Freund steht. Keine Ahnung. Aber das wird von dem Foto her passen. Das Foto ist ja da ist ja auch der Trevor mit drauf. Also doch schon. Aber das Foto ist schon richtig. Auf dem Foto hier, was ich gerade in der Hand habe, da ist ja der Trevor und die Jocelyn, also seine Freundin und sein bester Freund drauf. Und da war ja jetzt die Therese noch gar nicht mit dabei. Also wird das schon so sein, dass der auf seinen besten Freund steht? Ich glaube wir haben es. Hammer drauf Hauen schon. Haben wir schon. Ich glaube wir haben hier alles. Müssen noch irgendwas nutzen? Was auf mich klicken oder was? Nö. Hä? Ich darf auch nicht gehen. muss noch ach ja. Nachdem meine Mutter anfing mich zu hassen, da wurde mein Vater unerträglich. Er fing an sich zurück zu ziehen. und die ganze Zeit sah er mich an mit diesen schrecklich traurigen Augen. Hat er sie in Schutz genommen vor den emotionalen Ausbrüchen ihrer Mutter? Er hat's versucht. Aber nicht genug. Sie hat mich geschlagen. Sie hat mich so fürchterlich geschlagen. Gott. Ich glaube, heute sind wir sehr gut vorangekommen, Curtis. Ich würde Sie gerne nächste Woche wiedersehen, aber Sie können mich jederzeit anrufen, wenn Sie mich brauchen. Gut, danke, Doktor. Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Die heutige Sitzung mit Curtis Craig zeigt, dass der Patient unter Wahnvorstellungen leidet, die womöglich paranoid sind. Gewalttätige Schübe sind nicht auszuschließen. Nicht gut. Nicht gut. Nicht gut, mein Lieber. Du bist schuldig. Nix zu machen hier. Wintech, gehen wir auf der Arbeit, dürfen wir auch nicht. Wir versuchen es nochmal hier. Ja, die gehen wieder raus und gehen. Du hast Pech, Junge, Therese ist nicht nah. Egal, ich will trotzdem ein. Dann geh ein. Ruf ich meine Freundin an. So ja. Ich finde, dass in der Yappi-Bar ein doch weiter besser auf dem Jahr Klick. Und du wärst besser in der Kuh oder auf dem Jahr auf berufen. Weißt du was? Ich habe einen wenig an die die Zeit. Ich habe nichts verstanden. Was hat der gesagt? Ach Mann, ist so laut. Lass sie gefälligst in Ruhe, Arschloch. Lass sie gefälligst in Ruhe. Wie? Lass sie gefälligst in Ruhe. Das reicht. Ich ermorde dich. Von dem Hammer. Dem Hammer ist besser. Nee, dürfen wir nicht. Komm später erst. ist. Lass sie gefälligst in Ruhe. Oh, defekt. ist. aus. Ich gehe Wer ist da? Therese. Wie ist die in meine Bude reingekommen? Wie bist du hier reingekommen? Ich bin eine Frau mit vielen Talenten. Komm, Karte, sitz dich zu mir. Bist du schon lange hier? Ich habe mich schon mit deiner Ratte angefreundet. Ein echt süßes Ding. Ach ja, danke. Sie ist eine Frau mit ganz vielen Talenten. Das haben wir schon rausgefunden. Und meine Ratte ist Rattenscharf, sage ich dir. Ich bin echt erschrocken, als ich hier reingekommen bin. Das war mir klar, Karte. Brichst du öfter in die Wohnung und andere Leute ein? Nein. Außer wenn ich sie sehr schätze. Ich will nicht unhöflich sein, aber was tust du hier? Naja. Ich bin nicht hergekommen, um zu reden, Karte. Und weshalb bist du dann hier, Therese? Die schlägt jetzt zu. Die schlägt jetzt sowas von zu. Ich weiß noch nicht, dass ihr finden soll, Therese. Jetzt kannst du Zeug sehen. Ab 18, bitte. Ab 18. Ich finde, das ist etwas heftig, Therese. Oh nein, heftig? Nein, so weit sind wir noch lange nicht, Karte. Bleib ruhig. Therese, ich... Bitte, ich will dich berühren. Du sollst ruhig bleiben, Sklave. Es sollte ein Horrorspiel sein, ja? Wenn du nicht artig bist, muss ich dir eben deinen süßen Mund stopfen. Ah, du willst kein lieber Junge sein. Also, wie gefällt dir das hier? Na, sag schon. Nein. Wag bloß nicht, dich zu moxen. Hast du verstanden? Wag es nicht. Ich glaube, du bist ein braver Junge, Körtes. Ein sehr braver Junge. Ich muss aufrichtig sagen, dass Mr. Warners gefühllose und unverantwortliche Handlungen sowohl das seelische als auch das physische Wohlbefinden von allen Mitarbeitern eines Unternehmens gefährdet. So. Das dürfte genügen, um dich zur Hölle zu schicken, Warner. Ja. Draufhauen. Das hat man damals so gemacht. okay das war jetzt nicht so extrem wie beim anderen mal armer tom der tom tat mir leid wieso es ist wieder jemand ermordet worden verflucht noch mal wer wer ist es oh fuck zieh dir was an das ist detektiv olle zieh dir was an mann du hast trieben am körper wo waren sie gestern abend crack freut mich sie wiederzusehen tja wo warst du gestern abend mit meiner kollegin gepoppt das dürfen sie aber nicht meiner freundin erzählen was haben sie gestern zwischen acht uhr abends und mitternacht getan ich war hier zusammen mit die re-spanning wirklich und wann ist sie gegangen keine ahnung spät ich 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 bin eingeschlafen und heute morgen war sie weg wo ist sie jetzt das weiß ich nicht crack ich habe sie gefragt wo sie jetzt ist crack also ich weiß es nicht vermutlich zu hause aber ich weiß nicht wo sie wohnt ich weiß nicht wo ihre geliebte wohnt mr crack wieso nicht sie ist nicht meine geliebte wirklich dann müssen sie sehr gut mit ihr befreundet sein ich mag die mr crack kennen sie irgendjemanden der tom rabel gehasst hat tom hat sich gestern heftig mit paul warner gestritten die beiden haben sich regelrecht angebrüllt wirklich worum ging es um sie detektiv und darum dass uns vorne am tag noch bobs tot wieder arbeiten ließen wissen sie was crack ich bin der ansicht dass mit ihnen irgendetwas nicht stimmt ich freue mich auf den tag an dem ich sie kriege aber dummerweise habe ich nicht genügend beweise noch nicht sie sind ein wahnsinniger und wenn sie schuldig sind crack dann werde ich sie finden egal wo sie sind egal unter welcher mülltonne sie sich verstecken hallo verstehen sie mich ach verdammt der alte schiene bei dem läuft immer ey in dem zimmer waren wir nicht das ist eine lüge oh gott spiegel ist nicht gut nein kurtis ist ein guter kurtis ist ein vernünftiger kerl mit dem kann man sex haben und piercings und so ich rede glaube ich mal mit blob blob ist wenigstens die einzige die zu mir hält blob ich würde wirklich gern wissen was los ist blob ich weiß du bist meine süße ratte meine wunderschöne ratte hey was ist du da blob siehst ihr an oh lecker ein kleines herzlein hör zu wer immer du bist ich weiß dass blob nicht reden kann und sie hat nie irgendjemand etwas böses getan also lass sie in ruhe das ist gut verteidigt blob bis aufs letzte kommen coole bücher wieder kreative nutzung des elektrotackers köpfe einschlagen leicht gemacht verdammt au das ist nicht wahr du musst doch die streng ins regal hauen mann äh ok ich darf hier sonst nichts tun ne oh das hätte ich glaube ich eben mal machen sollen ganz am anfang als sie das raus geholt hat das ist eine szene als er es aus der kiste geholt hat habe ich nicht gemacht deswegen sieht das jetzt so aus als ob das irgendwie nicht dazu passt oder oder er weint öfters mal ok wir gehen auf die arbeit auge arbeit ich habe noch post das sind die bücher der sind eigentlich gar nicht diese bücher der hat ich glaube der hat einfach irgendwas im kopf der wurde ja äh getestet und 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 gefoltert glaube ich der typ und der hat irgendwas im kopf dass er so sachen selber sieht die bücher sind gar nicht äh mit diesen texten komm heute abend ins borderline curtis diesmal kriegst du 100% wagst du es darling therese auf was habe ich mich da eingelassen auf das richtige mein freund lieber curtis ich hasse dich du hast mich umgebracht deine bloße existenz ist wieder natürlich und ekelerregend dass ich kotzen muss wenn ich bloß an dich wicke ich hätte mich bei der ersten besten gelegenheit töten sollen aber ich komme wieder und diesmal krieg ich dich in den strengen du hast dich du hast dich dann wirst du die du hast deine erstmal geben wir auf die arbeit weiter geht es richtig ab da können wir wieder blut weg waschen keine polizei draußen nur drin ok jetzt müssen wir langsam eine karte klauen hier ist mord geschehen und kein interessiert es sie sind unglaublich im ernst unglaublich was haben sie hier verloren ich arbeite hier detektiv ich habe einfach nur ein paar aufzeichnungen auf tom's schreibtisch vergessen das ist völliger unsinn crack sie sind nicht nur ein verrückter sondern auch ein miserabler und jetzt will ich wissen was sie hier wollen sonst nehme ich sie fest klar einverstanden ich will wissen wer der mörder von tom und bob ist was sie nicht sagen verschwinden sie hier los detektiv das ganze ist eine verschwörung hinter der die firma steckt ich glaube wintec benutzt mitarbeiter für experimente mit halluzinogenen sie sind wirklich ein totaler im vergleich zu ihnen ist charles manson ein einstein detektiv sie müssen jetzt nein ich muss ihnen nicht zuhören wenn ich auch nur den kleinsten hauch eines beweises gegen sie finde nur ein einziges haar von ihnen an toms leiche oder eine ihrer gottverdammten hautzellen dann sind sie geliefert sind sie taub oder nur dumm die firma hat mein vater ermordet sie haben wahrscheinlich auch bob und tom getötet wollen wir wetten ich bin der nächste ich habe mich klar ausgedrückt hauen sie ab oder soll ich lieber die jungs mit den weißen kitteln und den schmetterlingsnetzen rufen ich versuche es noch mal die kommt sofort sofort wieder gehen sie jetzt nach hause oder so und nein direkt weiter und ich darf hier nicht rein nein nein darf ich hier rein nein okay okay wir dürfen glaube ich bestimmt ins büro vom chef hey verschwinden sie hier die rolle ey du bist eine blöde ganz ey ich trinke lieber wasser wasser dürfen wir wasser trinken pfuh 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 Ja, aber ich komm nicht raus. Ich darf gar nichts machen. Hä? What? Ich darf hier nicht raus. Hä? Jetzt geht's? Okay. Egal. Die Scheißtür reiß ich jetzt ein. Und ob... Komm her, Schraubendreher. Hauer? Nee. Schraubendreher. Da! Da! Verdammt! Hauer und Schraubendreher zusammen? Geht nicht. Vielleicht gehen wir mal hier rein. Vielleicht können wir da noch was machen. Äh, gibt's hier jetzt ein Pressluft haben oder sowas? Keine Ahnung. Eine Säge. Vielleicht gibt's hier wieder was Neues auf dem Schrank. Neu! Guck nochmal hier. Hier ist auch nichts. Und dann gehen wir raus und gehen ins Traumhaus bauen. Dings. Hey, Trevor. Der ist auch immer mal was essen und mal was saufen. Hi, Trev. Hi. Die Kalorien in dem Ding würden reichen, um ein Raumschiff anzutreiben. Du bist total geschafft, hm? Ja. Ich hätte Tom sehr gern. Ja, nicht Gertes. Ich hätte ihn auch gern. Gertes, hör zu. Können wir mal ernsthaft miteinander reden, okay? Na klar. Ich finde, du müsstest mal eine Weile weg hier. Es ist offensichtlich, dass du völlig fertig bist. Und ich weiß, dass diese Polizistin dich für den Hauptverdichtigen hält. Es wäre gut, wenn du beim nächsten Mal nicht hier bist. Beim nächsten Mal. Mord? Wie kommst du darauf, dass es noch einen Mord gibt? Keine Ahnung. Durch meinen siebten Sinn vielleicht. Ich mag den Trevor. Trevor ist ein niedlicher kleiner Kerl. Nett, dass du dir Sorgen um mich machst, aber ich kann zur Zeit nicht weg. Ich muss rausfinden, was es mit Wintec und diesem Schwellenprojekt auf sich hat. Okay. Wir alle haben dies und das über dieses Schwellenprojekt gehört. Das ist sowas wie eine Firmenmythologie, aber es mag ja stimmen, dass das was Schlimmes ist. Nur hat es nichts mit dem zu tun, was jetzt vor sich geht. Oh nein, ich bin überzeugt davon, dass alles damit zu tun hat. Ist ja gut. Ist ja gut. Ist ja gut, Curtis. Wenn du glaubst, dass du da durch musst, dann helfe ich dir. Ich werde mich von zu Hause aus ins Netz einklinken und mal ein bisschen umsehen. Danke. Okay, dann bitte uns bestimmt eine E-Mail schicken. Ein Emil. So, und dein Rendezvous gestern? Wie war nochmal sein Name? Sein Name war Mike. Kleiner Bourgeois. Und es war total irre. Indische Küche, Kerzenlicht. Reservoir Dogs of Laserdisc. Was? Reservoir Dogs beim ersten Date? Echt, du bist krank. Klar, und wir haben immer an denselben Stellen gelacht. Es scheint echte Liebe zu sein. Jetzt aber keine Mordtouren durch die Gorsstätte, okay? Hör zu, Curtis. Wir ergründen zuerst das Geheimnis der schrecklichen Schwelle und dann schwingst du dich ins Flugzeug und machst irgendwo Badeurlaub, okay? Ja, das hört sich wirklich gut an. Curtis, ich... Du weißt ja, dass ich dein Freund bin. Und immer sein werde. Ganz egal, was passiert. Also... Hier, ist das aufbewusst, ich noch vom Stuhl hart. Bist ja nur noch Haut und Knochen, Mann. Der schwule, der Trevor. Der ist gut. Was hat er da liegen lassen? Was hat er denn da liegen lassen? Die Rechner oder was? Hä? Hat er gerade Pfeffer? Auf das... Auf den... Hat er gerade Pfeffer auf das Eis getan? Oh, wir können gehen. Hier dürfen wir nicht hin. Okay. Ich warte damit besser noch ein bisschen. Ich gehe mal nach Hause heben. Ich weiß doch nicht, was es da noch gibt, aber... Wir werden bestimmt was finden. Spiegel, Spieglein, Spieglein an der Wand. Da gibt es ein bisschen was zu gucken. Ja. Ich glaube, der wurde gefoltert mit Stromschlägen, der Arme. Äh, der ist ja total weg. Okay. Wir haben, glaube ich, nichts mehr zu tun, ne? Wohin denn jetzt? Wohin denn jetzt? Ich komme hier nicht hin. Der kommt über die gleiche Szene, ne? Ja. Aber der Morte sieht doch einfach. So wie das mit allen gemacht hast. Keine Ahnung. Helft mir. Ich warte damit besser noch ein bisschen. Ich habe noch was anderes zu tun. Oh, ist kein Stuhl mehr. Wo ist der Stuhl hin? Kann ich mal was bestellen? Auch nichts. Nichts zu machen hier. Mit dem reden? Ja. Und jetzt ist der Stuhl wieder da. Curtis, was gibt's Neues? Sag jetzt nur nicht einen neuen Mord. Oh, okay. Dann sag ich's ihm nicht. Aber davon wird er auch nicht wieder lebendig. Ah, hör auf, Mann. Bist du etwa Norman aus Psycho? Okay, wer ist es diesmal? Jemand, den ich kenne? Mein Büroleiter, Tom Revell. Tom? Oh, Mist. Der hat ihm mal so gute Trinkgelder gegeben. Und da war ein hörter Kerl. Nur deswegen. Oh, Mensch. Das war's. Nichts, 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 nichts. Nichts mehr. Okay. Okay. Ich kann mal so gute Trinkgelder. Okay. Ich habe keine Ahnung Leute, ich habe keine Ahnung Hilfe! Ich habe keine Ahnung Hilfe! Im Büro können wir nichts mehr machen. Oder gab es da irgendwas? Wir dürfen in der Büro nicht mehr tun. Wollen wir uns kurz dafür von zuhause? Darf ich telefonieren? Das gute ist an dem Spiel, wenn man übrigens was verpasst hat, kann man hier oben draufklicken und dann kann man sich die ganzen Videos nochmal angucken. Alle Videos. Alle Videos. Wenn ihr versteht, was ich meine, hat nichts mehr zu tun hier. Zu Hause kann ich nichts mehr machen. Spiegel kann ich nicht. Da ist nichts mehr auszuholen. Ja, aber ich weiß nicht, wie ich die Polizisten... Genau das habe ich auch gedacht, dass ich vielleicht mal anrufen kann oder sowas. Irgendwie muss ich die Polizisten ablenken, aber wie? Den Termin beim Doktor darf ich noch nicht. Zeige ich dir? Ich kann nicht draufklicken. Hier kann ich draufklicken. Hier, da, hier und hier. Ne, also hier kann ich wohl noch draufklicken. Ich warte damit besser noch ein bisschen. Ich habe noch was anderes zu tun. Ich darf hier nicht draufklicken. Vielleicht ist das ein Fehler oder so. Ich muss hier irgendwas machen, Leute. Ich darf ja auch hier nicht mehr reingucken, was schade ist. Ich darf auch nicht, ich darf auch nicht mehr hier rein. Nein, gar nicht. Ich darf hier nicht mehr rein. Weil sonst könnte ich ja jemanden anrufen. Das wäre ganz cool. Das ist auch nichts zu tun. Visitenkarte mit dem Telefon nutzen. Ja, kann ich mal versuchen. Ach so. Okay, das könnte sein. Also, versuche das mal so. Die Visitenkarte. Ah, gut. Das ist gut. Ich muss ja einen Termin noch machen für den Tag. Genau, so war das. Geile Telefon. Praxis Dr. Harburg, was kann ich für Sie tun? Ja, hi. Hier ist Curtis Crack und ich wollte fragen, ob Dr. Harburg heute Zeit für mich hätte. Ich habe da ein paar Probleme. Ich sehe mal nach. Dr. Harburg hat heute sehr viel zu tun. Oh, Sie haben Glück. Bei der Nachmittag im Reis ist ein Termin frei geworden. Nee, Sie übernehmen. Glück gehabt. Sehr gut. Curtis. Danke, vielen Dank. Curtis. Mensch, ey. Du hast so ein Glück. Ein Glückspilz. Hepsi-Shatter ist immer da für dich. Gehen direkt über die Karte. Hallo, Curtis. Warum ist das alles so blau? Mein Gott, was ist los mit Ihnen? Es geht mir nicht gut. Was ist denn das für ein Zimmer? Das ist nicht das gleiche Zimmer. Oder doch? Das ist doch eigentlich schon. Ich habe gehört, dass Tom Revell ermordet worden ist. Sind Sie deshalb gekommen? Ja. Das hat mich wirklich mitgenommen. Moment mal, woher wissen Sie das überhaupt? Hat Wintex Sie über mich ausgefragt oder was ist los? Nein, keineswegs. Detective Powell war heute früh hier und hat mich vernommen. Jetzt geht es mir schon ein bisschen besser. Das sieht so aus, als ob der hier drin schweben würde in seinem Zimmer. Curtis. Ich kann Ihnen nicht helfen, wenn Sie nicht vollkommen offen zu mir sind. Gibt es irgendwelche Probleme, die Sie mir verschweigen? Wenn Sie sagen, wir Alluzinationen oder Blackouts haben oder phasenweise orientierungslos sind, dann müssen Sie es sagen. Worauf wollen Sie hinaus? Wenn Sie und Merrick mich wieder in diese abartige Irrenanstalt stecken wollen, dann müssen Sie eins wissen. Eher sterbe ich. Natürlich nicht. Ich habe seit Monaten nicht mehr mit Dr. Merrick gesprochen. Ich versuche nur alles, dass es Ihnen besser geht. Lügler. Du Lügen. Lügentante. Lügentante. Wenn ich wirklich Blackouts hätte oder Halluzinationen, wozu würden Sie dann raten? Ich würde Sie in ein Krankenhaus einweisen, Curtis. Nur zur Beobachtung. Nein, ich gehe nicht wieder nach Greenwood. Eher schieße ich mir eine Kugel in den Kopf. Wer sagt denn, dass es Greenwood sein muss, Curtis? Es gibt auch private Sanatorien. Halten Sie den Mund! Und lassen Sie mich in Frieden. Alter, war Walter. Der Patient Curtis Crack hatte in der heutigen Sitzung einen psychotischen Schub. Sein heftiger Ausbruch ist das Symptom einer schweren Paranoia. Der Patient Curtis Crack hat in der heutigen Sitzung einen psychotischen Schub. Überall. Ja. Ja. Gibt es da was zu tun? Nix. Ich gehe nochmal nach Hause. Spiegel gucken vielleicht. Spiegel ist immer gut. Nix. Vielleicht kann ich die Frau Doktor nochmal anrufen und sagen, sorry, Olle. Ne. Auferabend. Auferabend. Oh. Wer ist da? Ich, Schatz. Jocelyn. War was anderes. Die Knippelbraut. Ich habe ein Gefühl, als ob die Welt auseinanderbricht. Weißt du, ich, ich mochte Tom. Ich mochte ihn wirklich. Er war ein, ein so netter Kerl. Ich weiß, Joc. Ich weiß, ich mochte ihn auch. Und irgendwie macht das... Irgendwie macht das... Wo ist der Rest des Textes? Curtis? Lass uns dieses Wochenende abhauen. Ich... Ich will nur... Ich will einfach nur weg von diesem Ganzen... Das würde ich wahnsinnig gern tun. Echt, aber ich muss einige wichtige Dinge erledigen. Verdammt, Curtis! Warum kann ich nie mit dir über etwas reden, was wirklich zählt? Jocelyn... Curtis. Hör mir zu. Es mag ja falsch sein. Wenn man bedenkt, was alles passiert ist. Aber im Moment habe ich nur das Bedürfnis, dich in mir zu spüren. Jetzt geht das schon wieder los, Leute. Jocelyn, ich... Halt den Mund! Halt den Mund! Du verdammtes Schwein! Geh zu deiner dreckigen Hure! Ich stehe euch nicht im Weg! Hör mir zu... Hör mir zu... Mann, ey! Curtis! Man, Curtis! Einmal mit dem T-Shirt. Kannst du das alle nur anlassen! Man, Curtis! Aber zum Piercing hat sie nichts gesagt Mann, Mann, Curtis Was soll man mit dir machen? Da ist wirklich Alle Weiber stehen auf dem Alle Male Oh, Junge, Junge Nicht mal die Maus will mit mir reden Ach ja Was machen wir nun? Ich gehe mal ins Bett Und mache mal selber Handarbeit Darf ich nicht mal Mein eigenes Bett Handarbeit annehmen Das ist mir jetzt hier zu viel Nein, ich will da So, raus Mann Auf dem Tisch Auf dem Tisch? Was war denn da auf dem Tisch? War was auf dem Tisch? Ein Buch? Das Buch, was immer da liegt Oh ja Stimmt Oh ja Und damit machen wir jetzt Klickiklacki Türe auf Kacki Yeah, Baby Dankeschön für den Tipp Jetzt Das wäre mir zum Einbrecher Was für ein perverses Zimmer Das auch neu ist Ach guck mal Er hat sogar Monitore Auf mein Dings Box Gerichtet Okay Okay Zigarre, ich darf nicht so viel mitnehmen. Nein, nein, die Zigarre. Scheiße, die Heilige Bibel. Die Krämmen, Mann. Vor dem Knast geht es ganz wenig noch einmal rauchen. Ah, ha, ha. Oh, 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 oh. Okay, das war von mir. Unbedingt lesen, okay. Oh, 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 oh. Black Lotus, okay. Black Lotus, okay, aber wo geben wir das Passwort denn ein? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Wo gebe ich das denn ein? Hat mich entdeckt, okay. Security Con Can Word, wo gebe ich denn das ein? Aber jetzt mal raus. So, nochmal neu einloggen. Mann, heute quietscht das ganze Ding hier. Sekunde. Okay. Okay, hier steht dann schon mal drin, dass wir getestet worden sind. Erster Info, übrigens. Anleitung für Patienten? Ich habe aber auf mich geklickt, oder? Ich gucke gleich auf die Schublade. Ich wollte auch ganz kurz am Computer rumfummeln. Also, die Sachen, die ich aus der Schublade holte, geholt habe. Okay. Die anderen kann ich, glaube ich. Das haben wir alles gelesen, okay. Okay, wir gucken mal, was wir bekommen haben. Oh, wow. Ich habe jetzt eine ganze Geschichte hier zu lesen. Geheimcode, ein Kinderspiel. Was ist ein Code? Rosette? Oh. Rosette für was? Also, wenn das unterstrichen ist, was soll ich das nutzen? Ist das ein Passwort für irgendwas, oder wo? Oh. 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 Ja okay, bla bla und blo. weg machen da die kunde konnte ich die sicherheitsstufe am pc ändern habe ich das nicht gesehen da falsch eingegeben noch mal wo kann ich denn die sicherheitsstufe erinnern nee hier name kürtis passwort black lotus komm schon großschreiben oder was du dreckstück jetzt habe ich dich ich sollte den hund auswaschen und zwar mit seife verschwinde lass mich in frieden ok jetzt habe ich es gemacht ja gut muss ich noch was hier machen für was waren das alles die ganzen sachen dankbar ist dankeschön für die mit den sachen die unterstrichen worden sind guck mal hier leute hier waren ja noch sachen unterstrichen 9 oktober welchen das zahlen 919 und so weiter und hier steht nicht donner sondern gebäude verstehe ich die form das alles unterstrichen ist keine ahnung vielleicht können wir das im nachhinein noch rausfinden wir machen aber jetzt folgendes wir machen jetzt die fliege hier haben wir glaube ich alles pass auf jetzt können wir nämlich jetzt dürften wir nämlich mit unserer karte hier rein und hey okay und jetzt die nase juckt weiter mit der karte so leute jetzt wird spannend jetzt wird spannend jetzt wird spannend die zeit wird knapp okay er kann sich daran erinnern ich glaube als kleines geob da liegt auch noch so kittel rum den ziehen wir natürlich an da war doch eine bewegung hintergrund guck mal da war eine bewegung ziehen an schnell oder ziehen doch lieber nicht an das ist eine klaps mühlenjacke das ist der eine pizza pizza oh mein gott verdammt die zeit wird knapp es wird verdammt eng jones los holen sie mal recht er soll uns einen anderen bringen beeilung jetzt haben wir es endlich mal geschafft hier runter zu kommen das hat auch ewigkeiten gedauert dass die zeit von vier stunden war ein bisschen knapp gerechnet wir sind jetzt schon seit bald sieben stunden dabei und wir sind jetzt erst mal hier unten angekommen not bad vor allen dingen die sachen liegen ja genau noch da wie sie vor 40 jahren oder so noch schon da lagen oder vor 20 jahren oder wie lange der schon da ist so 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 wenn man sich mal wirklich überlegt was ich eben schon gesagt habe wie großartig das spiel ist ne und wie viel schauplätze und schauspieler und alles drum und dran und die sind auch sehr gut geschauspieler die ganzen sachen das muss doch ein heiden geld gekostet haben das muss doch ein heiden geld gekostet haben scheiße wo zum teufel ist der zum teufel ist der schweine priester das muss aber auch einfach kommen Oh, was hat er mit mir gemacht? Oh, was hat er mit mir gemacht? Oh nein, ich muss doch noch eingeben. Kommen Sie, Curtis. In Ihrem Zimmer ist alles genau wie früher. Shit. Willkommen in der Hölle, Curtis. Ich habe jetzt gedacht, nein, jetzt nicht alles neu spielen. Oh Gott. Ich habe jetzt die Zahl vergessen. Es wird mir gerade warm. Meine Herren, 91958. Nein. 9. Nein, 1,9. Ach, leck mich. Ah. Kommen Sie, Curtis. Sieh den Tatsachen ins Auge, Curtis. Weißt du was? Ganz kurz, ich muss noch was machen. Ich will das mal speichern. 91958, ne? 91958. Ja, das Ding zu nutzen hier, das ist ein bisschen doof. Na, guck, böse! Auf Wiedersehen, Curtis. Die erste Zahl geht immer auf 1. Und beim dritten Mal geht es auf die 9. Mann. Ach. rem? Das guck. Ach. 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 Nein! Nicht? Kommen Sie, Curtis. In Ihrem Zimmer ist alles genau wie früher. Zeit, zu Mami und Daddy zu gehen. 9, 1, 0? Wieso 0? 9, 1, 9, 5, 8? Wieso 0? Ok, 10 könnte ich wegen Oktober nehmen, aber das wäre eine Zahl zu viel. Das könnte sein. Also, 9, 1, 0, 5, 8. Das passt. 9, 1, 0, 5, 8. Das klicken ist so schrecklich. 9, 1, 0, 5, 8. 20, 0, 5, 9. 10, 1, 0, 5. sag mal, wo haben die denn sowas aufgebaut, dass sie sowas, so, krass, das ist schon echt krass gemacht, was sind das alles für Knöpfe, alles Bierdosen, oh, was drückt der, der weiß doch gar nicht, was das ist, Rosette? Rosette war's. Hä, was soll ich denn darauf antworten, ja, nein, wann, wie, warum? Zwei erlebende, erwachsene Menschen. Was antworte ich? Welcher Status hat der Zwilling, P.A. Warner? Wie war, warum? Wir erinnern alle wie und warum. Ich glaube, wie, ich denke mal, auch mal wie, aber so komisch, nur so, so. Aber ich kann gar nicht, wie kann ich nicht, wie ist das Einzige, was ich nicht klicken kann, alles andere, ja. Lieb der Zwilling, wir. Wir freuen uns, dass der Zwilling lebt. Wie antworte ich denn auf so was, mit ja, nein, wann, wie? Wie antworte ich denn auf so eine Frage mit diesen Wörtern? Was ist Sucht? Ja, was ist Sucht? Nein. Ja, nein, vielleicht, genau, das hätte ich auch... Was ist Sucht? Bitte tritt ein und sprich. Haben wir Zwilling und der Zwilling hat alle Kollegen ermordet. Ich habe irgendwie das Gefühl, weil die reden jetzt immer Zwillinge. Ich glaube, es gibt einen Bruder von mir, der vielleicht gefoltert worden ist. Oder ein Klo, genau, das sind ja Tests. Ich weiß nicht, ob das richtig ist, da draußen rum zu laufen. Ich gehe noch mal rein. Komm noch mal rein. Okay, wenigstens muss ich den Quatschcode nicht noch mal eingeben. So, noch mal. Hier kann ich nicht mehr klicken. Hier? Hier ist... Was kann man hier machen? Hammer drauf! Nee. Hier kriegst du einen Knopf von mir. Ich kriegst einen Zettel schon wieder als... Ich glaube, ich kriegst ein Bild von mir. Hier, so, guck mal. Nix. Hm. Da komme ich weiter. Das kann sein, dass ich nicht der Klon bin. Aber wir können hier nicht weiter. Also ich muss, glaube ich, doch wirklich raus. An der anderen Tür mit der Chipkarte versuchen. Ich teste was. Ich gehe mal ganz kurz zurück. Ich kann da durchklicken. Ich kann da durchklicken. Geht ja schnell. Äh. Ah. Klo, Mann. Scheiße, nicht gut. Klo, Mann, Scheiße, nicht gut. Keine Karte. Mal gucken. Wir müssen eine Karte suchen. Wir müssen irgendwo einbrechen. Oh, ich kann hier nur raus. Aber raus will ich doch gar nicht. Oh, ich kann hier nur raus. Oh, ich kann hier nur raus. Oh, ich kann hier nur raus schieben. Oh, die Karte. Ich lege mich jetzt durch, damit ich ein bisschen schneller durchkomme. Was habe ich verpasst? Die Haarspange, was will ich mit der Haarspange denn bitte dort? Ich lege mich jetzt. Ich lege mich jetzt. Ich habe keine Ahnung. Ich kann den Ort wechseln, bestimmt. Also von hier unten kann ich nicht. Wenn ich draußen bin, ja. Ich habe keine Ahnung. Ich bin gerade... Lost. Kann ich hier vielleicht wieder raus? Ich muss wirklich komplett durchlaufen. Hallo. Ich bin kurz auf Punkt. Ich bin nie gut. Okay,かけれども. Ich bin eigentlich nur noch draußen über die Haarspange. Nu dass es da ist. Na ja. Ich habe schon Abhängen. Okay. Hi. Immer gut gelangt, he? Als Maal. aber wir müssen noch nach hinten durch ich glaube das Stream müssen wir ja nächste Woche weitermachen oh ich hab Gott Kito in meiner Erinnerung Hi wie könnte ich dem einen auswischen hier ermorden hier das Bild von der nackten Dame hier was könnte ich dem wir geben wir müssen noch nicht an die Bar vielleicht oh hi Therese warum bist du so weiter warum bist du so weiter kann man ja wie geht es denn dein Bauchner ist gut zu machen hast du gewusst dass es unheimlich erregend ist auf den Namen hinzuziehen das Gefühl jagt dir einen Schauer an der Bürgelsäule entlang was machen wir heute noch mit Therese du wirst schon sehen ich sag mir was wir machen nein ich sag's dir nicht ich zeig's dir los trink aus du wirst 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 Mannos komm schon Na zu, Therese ist schon hier. Sie hat mir gesagt, es soll nachkommen. Na, da hab ich heftige Zweifel, mein Freund. Sehr freundlich. So, ich bin noch Immuted. Ich hatte gerade eben genießt. Ich war gemütet. Stimmt. Ich weiß nicht, wie ich hier weiterkomme. Ich hab keine Ahnung. Was hab ich denn noch, was ich dem anbieten kann? Hatte ich hier... Was soll's? Lass mich rein. Die Ruiz hat mir das hier gegeben. Das besagt nichts. Du brauchst ne ausdrückliche Einladung. Aber ja. Ganz wenn's! Das war die einzige Einladung, die ich hatte. Ich hatte die Einladung gehabt, ich hatte eine schöne... In Ordnung, du kannst reingehen, hoffentlich überlebst du die Nachtgeleiner. Ja. 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 Gab es da ein Bild, auf dem Bild irgendwas? Ähm... Den Kreis hatte ich doch schon, oder nicht? Hä? Habe ich den Kreis nicht gemacht? Schon zu spät. Oh mein Gott. Ja. Na ja. 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 Aua! Lass dich nicht fesseln, mein Freund. Lass dich bitte nicht fesseln. Aua! 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 Das war's? Das war's? Ja, nachher. Ciao Therese, du geiler Schnäpfe. Oh! Scheiße. Wer ist da? Hallo? Hallo? Jetzt achten wir auf das Gesicht. Komm schon. Wer ist da? Wer ist da? Okay. Tja, in dem Sexclub ist das nicht so schlimm, wenn ihr über uns schreit. Nein, machen Sie die Tür auf. Mach auf! Ja, da kommt die nächste. Ja, da hat auch immer Weiber vor der Tür. Ja. Ja. Ach, hier. Sie können meine Ratte fragen, die kann's bestätigen. Haha. Ich weiß, dass Sie im Borderline waren, Craig. Mindestens 20 Leute haben Sie zusammen mit Therese gesehen. und zwar knapp eine Stunde bevor sie im Bad ermordet worden ist. Das ist aber schon scheiße. Die Theorie ist doch schon eine geile. Das war... Ach man. Ich rede mal mit der Maus. Was suchen Sie da? Ich glaube, meine Ratte ist abgehauen. Finden Sie sie, bevor ich sie finde. Wie bist du aus dem Käfig rausgekommen? Wie hast du das geschafft? Okay. Aber interessante Szene gerade. Okay. Was ist mit dir passiert? Ich bin sicher, das wissen Sie. Verdammt, ich hab's nicht getan. Ich denke doch, Sie Arschloch. Ihre Verhaftung ist nur noch eine Frage der Zeit. Ich hoffe nur, Sie erfolgt rechtzeitig, bevor Sie Ihr nächstes Opfer schlachten. Der Arme, der hat doch nichts gemacht, der hat doch nur gepöppelt. Ich mochte Therese. Ich hätte sie niemals töten können. Niemals. Das erstaunt mich. Sie beide hatten ja eine ungewöhnliche Methode, sich gegenseitig Gefühle zu zeigen. Na und? Bist du neidig? Ich will wissen, was mit ihr geschehen ist. Da wäre eine ganze Menge aufzuzählen. Wenn Sie die Kurzfassung hören wollen, jemand hat sie zuerst aufgehängt und dann gebraten. Und zwar in ihrem eigenen Blut. Ich krieg ihn. Wer immer das getan hat, ich krieg ihn. Ich bin sicher, die braven Bürger werden besser schlafen, jetzt wo Sie das sagen. Ja. Ja. Wenn das Curtis sagt, dann ist das, glaube ich dem das nicht, wenn hier Entendame redet. Hören Sie zu, Sie, gottverdammter Ehre. Wenn ich könnte, würde ich Sie verhaften. Aber wie auch immer, ich krieg Sie am Hintern, Craig. Darauf können Sie Gift nehmen. Oh, jetzt will sie mir am Hintern. Höhö. Die einen wollen da vorne, die andere will von hinten. Höhö. Don't look in the mirror. Wie sagt man, sagt doch immer, wenn ein Zwilling stirbt, fühlt das der andere Zwilling. Man sagt doch sowas immer, oder? Kann doch sein, dass der immer durch die Handlungen seines Zwillings, ich denke mal, da gibt es einen Zwilling oder sowas, aber warum hat die sich denn so erschreckt, erschrocken, die Therese, als die hinter dem Vorhang geguckt hat und die hat auch ziemlich hoch geguckt. Weißt du, was ich gesehen habe? Darauf kommst du nie, Blob. Eine Sekunde lang dachte ich, du hättest dich in ein Ungeheuer verwandelt. Ich hab dich lieb, Blob. Und was auch passiert, ich sorg dafür, dass sich jemand um dich kümmert. Vorsorglich, vorsorglich, vorsorglich zu deiner Mäusle. Hier ist nichts mehr zu gucken, nichts mehr zu machen. Dürfen wir nochmal Frau Doktor Doktor anrufen, nochmal einen Termin machen. Wo ist denn hier? Keine Visitenkarte mehr? Habe ich die nicht mehr? Oh, ich hab keine Visitenkarte mehr. Hä? Ne. Okay. Die Musik. Xylophon. Oh, wir haben Post. Post ist immer sexy. Ja, ich mein gut. Ist die Post? Die müsste längst gekommen sein. Oh, das war ein geöffneter Brief. Ein geöffneter Brief? Geöffneter Brief? Was? 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 Wir gehen jetzt mal zu... Oh! Hä? Oh! Was hat denn? Nein! Geh zur Tür, Mann! Ich wollte zur Tür mal! Was hat er gesagt? Verdammt! Ohne Brieftasche kann ich nicht weg! Warum steht denn meine scheiß Brieftasche schon wieder? Ich geh mal ins Schlafzimmer? Steht irgendwie Schublade? Bestimmt! Aber wenigstens liegt sie da drin! Eine Maus! Wie gibt es sonst nichts zu holen? Wofür kann ich denn bitte wieder mal die Brieftasche holen? Ich brauche die doch nicht direkt holen! Lass mich... Oh! Ich muss das... Okay! Jetzt habe ich nämlich meine Visitenkarte wieder! Praxis Dr. Harburg, was kann ich für Sie tun? Ich... Ich muss sofort mit Dr. Harburg sprechen! Ich... Ich habe große Probleme und ich... Ich verstehe! Einen Augenblick, bitte! Hier, Dr. Harburg! Doktor, hier ist Curtis! Ich... Ich... Ich habe... Ich habe Probleme und ich muss Sie sehen! Es geht um Therese! Sie... Ist ermordet worden und ich... Ja, aber... Um Gottes Willen! Rufen Sie nicht Dr. Merrick an! Der steckt auch dahinter! Die stecken alle dahinter! Und ich... Oh Gott, Doktor! Ich muss Sie sehen! Ich muss Sie! Ist Ihr in Ordnung, Curtis? Kommen Sie gleich rüber! Ja... Ja, gut... Ja... Okay... Kommen Sie gleich rüber! Oh... 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 Tu... Ich... Ja, Dr. Harburg, was ist? Trisha, können Sie den Sicherheitsdienst verständigen? Ein Patient ist auf dem Weg hierher! Er hat eine schwere psychotische Krise! Aber bitte! Hindern Sie ihn nicht daran, reinzukommen! Sagen Sie dem Sicherheitsdienst nur, er soll sich bereithalten! Mach ich, Doktor! Okay! Oh Scheiße! Merrick... Eine Wanse! Du verfluchte Späon! Verdammter Schweinehund! Du verfluchte Späon! Verdammter Schweinehund! Nein! Ahahahaaa! Jaaaa! Buat mal! Oh Meinn Gott! Mist, ich war so kurz Kurz davor, die auch noch zu nageln Eigentlich haben wir alle Frauen genagelt Weiter geht's Nicht auflegen, Mann, das war ja die Frau Doktor Oh mein Gott Oder? Wunderschöne Arbeit, Curtis Einfach spektakulär Der gute Doktor ist wirklich dein Meisterstück Ich war das nicht Es wäre nicht möglich, ich war gar nicht hier Du hast nicht deine Hände benutzt, Curtis Das war nicht nötig Du benutzt deinen Verstand Deinen kranken, verdrehten, mörderischen Verstand Fang es Fang das Ding Oh Mann Oh mein Gott Oh mein Gott Oh Gott Ich weiß, ich müsste was tun, aber ich finde das gerade Okay Okay Okay, ich hätte was vorher tun müssen Ach ne, das sollte ich ja nicht machen Ach Mann Ich mache euch die gleichen Kack Was könnte ich denn sonst noch machen? Äh Was soll ich sonst machen, Mann? Äh Ja, aber ich kann nicht raus Ich kann nichts machen Ich muss auf irgendwas klicken Geh gar nicht jetzt rein Dex, geh nicht rein Wir wissen ja jetzt schon, was passiert ist Wir gehen jetzt einfach Scheiße, äh Sieh den Tatsachen ins Auge, Curtis Ihr sollt alle schreien mir Hammer oder was, ey? Ich kann nicht weg, wegführen Die Tür kann ich nicht hin Sieh den Tatsachen ins Ich will ihn ja nicht ermorden Der arme Typ, der kann ja nichts dafür Also werde ich auch keinen Hammer ja nutzen Ich will das Tuch ins Gesicht werfen Ja, 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 ja Jetzt pass auf Ach Mann Willkommen in der Hölle, Curtis Ich kann nicht zur Tür rennen Ich zeig's nochmal Ach, du, jetzt geht Jetzt geht's Jetzt geht's Jetzt geht's Es wechselt immer Das hab ich nicht gesehen Hey Guter Kondoktor Hey Eigentlich wollte ich nicht auf die Arbeit fahren Da ist ja ganz sicher Detective, äh Superschlau drin Ich darf hier so hier nichts mehr machen, oder? Ah, doch Huh Haha Das war's für heute. Verdammt gut gemacht alles. Ich finde das so ein guter Spiel. Ich weiß nicht, wie ihr es findet, aber ich bin total begeistert immer von dem Spiel. Kann ich doch mal hier weiter? Ah, ich darf mal zu mir. Okay. Das war die Nummer, die ich kannte. Trevor, 6125. Ich kann meinen Boss anrufen. Boss war... Das hatte ich ja schon versucht. Hm. Was willst du von mir? Ich will nur, dass du glücklich wirst, Curtis. Du bist doch schon fast wahnsinnig, nicht wahr? Wäre es nicht viel angenehmer, einfach aufzugehen? In der Anstalt wird man sich gut um dich kümmern. Lass mich endlich in Frieden! Wer bist du? Erinnerst du dich nicht an mich, Curtis? Ich bin ein Teil deines eigenen verdrehten Verstandes. Gib doch einfach auf. Lass mich nur machen. Du wirst sehen. Dann geht es dir viel besser. Es tut nicht weh. Du ein weh. Nein! Nein! Ich bin ein weh. Ich bin ein weh. Boah, die Scheiß-Computer geht mir so auf den Senkel. Wir müssen die Sicherheitsstufe noch was höher machen. Wie war das nochmal? Ja? Wie war das? Äh, weiß ich immer noch mal das Passwort? Black Lotus. Hm. Äh. Ich hab keinen blassen Schimmer, Leute. Grafik. Okay. Okay. Was? Was, das kenne ich jetzt hier? Ich schiff mir raus, nicht. Was war denn jetzt eigentlich das gerade mit der Goldmine? Das hätte ich gar nicht weitergelesen. Ich habe jetzt einfach nur auf Graf... Das könnte sein, dass ich das am Gerät nutzen könnte. Wir laufen mal dahin. Wir haben ja sonst nichts anderes zu tun, als an dem ganzen Ding hier rumzurennen. Los. Ach, gerade wieder. So. Zack. Zack, zack. Ich klicke ein bisschen schneller durch, damit wir die ganzen Szenen nicht nochmal sehen müssen. Okay. So. Vielleicht müssen wir es... Oh. Äh, okay. Wir dürfen wieder in den Computer. Was ist auch immer drückt? Ich finde es gut. Äh. Rosette. Warum auch mal Rosette? Warne? Warne. Wie, warne. 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 wir verstehen nicht können menschen der kombination und absurption widerstehen nein wir haben mit dem mit dem militär zu tun gehabt das kann so dass wir wirklich was mit alien hier zu tun haben ja was soll ich jetzt drücken wo ich die frage ja tritt ein und sprich ach Mist das ist immer noch nicht richtig oder was ich wünsche es jetzt wieder vorbeischieben ist es vorbei ich versuche es trotzdem mal kombiniert vielleicht bis zum nächsten Mal das ist Bedeutung ist ich werde das Ich weiß es echt nicht. Haus kaputt. Wir halten. Komm raus, ne? Komm. Hier. Jetzt muss ich wieder rausrennen. Durch. Fuck. Mann. Ah. Was müssen wir denn noch machen? Was ist das denn hier? Archive. Warten wir uns kurz. Was ist denn das hier eigentlich? Honorgebäude. Warum ist das denn eigentlich angedingst? Welche Datei meinst du denn? Die hier? Das habe ich doch schon gelesen. Zugang. Was müssen wir denn da machen? Was ist denn das Zugang? Zugang wäre ja schon ganz interessant, ne? Zugang. Was könnte das sein? Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Das verstehe ich nicht, warum das hier auch angekreuzt ist. Vergeltung. Ohne Ahnung. Achso. Stimmt. Das waren ja diese Passwörter. In der Infektion war es. Ich brauche die Karte von D. Ich muss auf das Archiv, in das Archiv komme ich nicht rein, was ich sehr scheiße finde. Äh, Blub. Ne, Blub, Blub. Okay. E-Mails. Gehört es ich an mich selber? Okay. Okay. Guck mal hier. Bevor dich jemand umbringt. Familientreffen. Oh, Mama von Curtis. Luna, danke schön für den Raid. Du Mörder, du Mörder, du Mörder, du Mistgeburt. Ich beiß dir den Schwanz. Was? Den Schwanz. Der Schwanz. wir haben schon so viel warum hast du mich umgebracht so okay das haben wir schon gelesen ich habe keine anworte was wir noch machen können hier ist nichts mehr zu holen ich weiß es nicht leute ich brauche hilfe kann man hier noch irgendwas holen nach hause irgendwas muss noch mit der mauer passieren meinst du das muss was mit der mauer passieren wir können gerne noch mal zu der mauer zurück aber ich habe null ahnung was wir jetzt noch machen müssen wem kann ich das denn zeigen mit wem können überhaupt noch reden wir sind alle tot sorry Leute oh Oh. Curtis, die haben schon früher Morde begangen. Oh mein Gott. Ich, ähm, ich verständige die Polizei. Das ist der Job nicht wert. Aber Curtis, ich möchte, dass du dich da raushältst. Ich will nicht, dass dir was zustößt. Curtis, du weißt, ich liebe dich. Oh, oh! Oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh. Nein! Nicht Trevor! Ihr verdammten Schweine! Trevor ist tot. Jetzt fehlt nur noch Jocelyn. Jocelyn ist die Einzige, die noch nicht gestorben ist. Aber Trevor hat eine Karte gehabt und die Karte bringt uns ins Ziel. Trevor! Trevor! Der arme Trevor. Der war der Beste. Der Mann, der der Karte macht. Nicht rein in Karte. Du siehst ihn, Nina! Mit gestärktem Radk. Kubac in der Nase. Und mit Blaschmittel der Schnauze. Hä? eine marionetten figur angeflogen kam aber treffer kommt immer die karte mann dankeschön treffer ok jetzt können wir aber ich denke mal jetzt können wir runter oder kommen wir versuchen uns jetzt können wir treffer karte ist überall rein ja treffer karte ist einfach top wir haben doch auch stufe klasse 3 gehabt warum hat das nicht funktioniert ich klicke jetzt nicht durch lassen das spannend wie er alle türen öffnet ok ich glaube wir müssen noch mal mit dem blöden computer aber wir müssen nicht mehr mit dem computer reden ok jetzt können wir aber direkt die karte kommt treffer deine karte ist es der ist hier was habe ich das gemacht ok war richtig und 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 Jetzt haben wir doch schon so oft gelernt. Ich habe das Gefühl, dass ich das Gefühl habe, dass ich das Gefühl habe, dass ich das Gefühl habe. Wir müssen nicht an dieses komische Gerät. Hallo, Paul Borner. Wir waren nicht erfolgreich beim Versuch, die erforderlichen Bestandteile synthetisch herzustellen. Wir brauchen kleine Mengen lebendigem Gewebes. Je mehr umso besser. Mehr bitte. Pfft! Keine Bewegung. Ich wünschte so sehr, es wäre nicht so weit gekommen, Curtis. Wer war das, der da eben mit mir gesprochen hat? Kreaturen aus der Dimension X natürlich. Genau, aus der Telefonie. Wir wollen natürlich mit ihm reden. Bitte jetzt nicht direkt drauf loshauen. Sie haben meinen Vater getötet, nicht wahr? Er wurde zu einem Sicherheitsrisiko. Nicht jeder von uns verkraftet, es menschliche Wesen für wissenschaftliche Experimente zu verwenden. Rekiges Schwein. Weißt du, dein alter Herr hat nie erfahren, dass er seinen Jungen nicht wiederbekommen würde. Ich glaube, das war gut so. Sonst hätte er bestimmt noch früher die Nerven verloren. Wovon reden sie, Warner? Erinnerst du dich nicht mehr? Ich habe den armen Kleinen da reingetan. Und er kam nie wieder raus. Was rauskam, warst du. Du bist ein Imitat. Du bist eine Nachbildung deiner selbst, dass die Wesen auf der anderen Seite zusammengebaut haben aus Schleim und toten Ratten. Dazu ein klein wenig Hirngewebe von Curtis. Und deinem Vater habe ich irgendwas von einem schrecklichen Unfall erzählt. Und er hat mir geglaubt, weil er mir glauben wollte. Nein. Doch. Ich fürchte, so ist es. Vor einem Jahr hast du angefangen, dich zu erinnern. Deshalb haben wir dich ins Irrenhaus gesteckt, um dich zu überwachen. Ich sollte wohl sagen, um dich noch besser zu überwachen. Schließlich haben wir dich immer überwacht wie ein Versuchskaninchen. Von dem Augenblick an, als dich jene Wesen über die Schwelle gespuckt haben. Wo bin ich? Und wo ist er? Erlauben Sie bitte, dass ich mich vorstelle. Curtis Crane. Steht es zu dienst. Hahaha. Sorry Leute. Die gefällt mir. Ist wenigstens noch höflich. Hat sich vorgestellt. Mein Gott. Das ist unmöglich. Du lächerlicher und erbärmlicher Protoplasma-Klecks. Was du hier siehst, ist eine Manifestation. Eine Verkörperung des Hasses und der Verachtung, die ich für dich empfinde. Das hier ist mein menschlicher Körper. Sieh ihn dir an. Eine widerliche, verklumpte Masse, die das Leben aus den Körperteilen von Leichen gesogen hat. Diese abstoßenden, groben, amorfen Glieder. Er stehend aus lebendigen Zellen, die sich von selbst erneuern, sich zu beliebigen Formen kombinieren lassen und sich mit den perversen Aufgaben beschäftigen, die Warne ihnen gibt. Und niemand hat mich je berührt. Oh Gott, das tut mir so leid. Ach ja, tut es dir leid, dass mein Körper eine ekelerregende Missbildung ist? Tut es dir leid, dass ich seit 20 Jahren nicht mehr geschlafen habe? Ich war wach, Gertes, und hab dich beobachtet. Ich hab Kräfte aufgebaut, um dich zu zerstören. Du hast mir das Leben genommen, und jetzt nehm ich mir deins. Oh. Hau, ha, 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 ha. Nee. Tja, was machen wir so? Dich? Es war nicht mein Fehler, ich hab dir das nicht angetan Ich bin selbst ein Opfer Oh, Miss Baby, deine Pein wird bald zu Ende sein Sobald dein Geist zerweicht, gehört dein Körper mir Ich hatte dich schon fast, damals in der Anstalt Ja, fast Nein, nicht Es ist Zeit für dich zu gehen, sag deinen Verstand an mir Jetzt bin ich jetzt Was ist denn? Wo bin ich denn jetzt hier? Auf Alien Planet X? Jetzt wird es komisch. Jetzt wird alles freaky. Das Spiel ist voll freaky. Oh mein Gott. Was machen wir? Sachen habe ich nicht mehr. Die sind jetzt alle gedingst. Was machen wir? Das ist ein Spachermann. Ach, wir können weitergehen. was läuft denn da ist er geil okay wir nehmen hier grübsche zeugs mit jetzt wird es jetzt total wöre starbos lässt grüßen so 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 siehst du nein ich will nicht da hin ich bin weg hier ich muss sie irgendwie holen so 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 schade eigentlich wenn man sich mal so überlegt die story war ja bis dahin eigentlich richtig spannend jetzt sind wir gerade ganz woanders so 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 hier muss ich noch diese diese muss ich irgendwie finden hier kann ich die fangen so 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 ich brauche den doch ich weiß nicht wie ich das hier bekomme ich brauche vier teile kann das sein was muss ich überhaupt hier machen oder muss ich das hier einsetzen keine ahnung was ich hier machen muss ich habe keine ahnung was ich würde jetzt auch gerne schluss machen das problem ist ich weiß nicht mehr ich bin bestimmt schon beim ende das ist ja doof wenn wir schon beim ende sind das ist meine wir müssen bestimmt nicht mehr viel das ist ja das ist meine das ist so ein bisschen doch wissen wir jetzt einfach aufhören glaubst du nicht geht noch weiter wir können aber so machen wenn ich das anfassen dieses blitzende ding aber man kann das und das anfassen sind beide zwei verschiedene sachen hier ist was anderes hier ist das andere ist okay was bringt das nichts das gleiche haben wir wirklich aber nichts damit gemacht haben wir hier etwas mit dem ich habe diese zwei ich habe jetzt hier einige aliens schleimige dinge aufgesammelt ich weiß aber nicht wie ich diese zwei bekomme einer flüchtet sofort und den anderen darf ich nicht anklicken das kann man nicht verbinden vielleicht das hier mit dem das hier mit was sauber ist die dürften sich nicht verbinden oder was das hier vielleicht mit das hier andersrum vielleicht dass sie mit dem hier ich kann das andere nicht nutzen das ist eine animation da kann ich nichts zu okay wie das ist nicht das falsche aber wir dürfen was wir dürfen irgendwas machen ich weiß nicht was ich hier machen müssen aber hier draufklicken dann einer ist aber weggeflogen einer ist rechts weggeführung vielleicht kommen wir den wir haben irgendwas verpasst irgendwas müssen wir noch machen Oh, die kennen wir noch nicht. Hallo, ihr kleinen Glubschies. Ah, das waren die gleichen, die wir gerade eben gesehen haben. Die haben hier an diesem Ding hier rumgelutscht. Der muss nicht aufheben. Habe ich was aufgehoben? Ah, wie komme ich da dran? Kann ich das hier rüberschieben? Das hier rüber? Was ist das hier für ein zweiges? Alien was? Alien-Futter. Habe ich was aufgehoben? Habe ich gar nicht gesehen. Kann man gar keine Animation. Ich glaube, wir haben das schon aufgehoben, ne? Ja. Habe ich das irgendwie mixen mit dem Alien-Futter? Aber was auch, vielleicht kann ich das Alien-Futter in dem Loch da hinten bei den anderen zwei nutzen. Wir drehen uns. Da sind sie. Ich bin so gespannt, was da so weitergeht. Jetzt pass auf. Wie es weitergeht. Ja. Gut, 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 gut. Und? Die man wie man wie man wie man wie machen. Und jetzt? Äh, 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 das? Das? Wie, 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 wie packe ich denn das Ding jetzt? Hilfe! Nein. Achso. Einfach draufklicken. Hält. Das hier kombinierend vielleicht mit... Mit dem? Mit dem? Mit Glibber? Auch nicht. Okay. Ich habe keine Ahnung, was ich überhaupt damit machen soll. Hat jemand ne Ahnung, was man mit dem Glibber Zeugs und den Aliens machen soll? Wir gehen mal wieder zurück zu dem Portal, wo wir hergekommen sind. Vielleicht gibt es da irgendwas zu gucken. Wenn wir an das Portal rangehen, gibt es ja irgendwie... Irgendwelche Slots. Kann ich da was reinkleben? Nee, gar nicht was. Kombinieren kann ich das aber auch nicht. Okay. Was kann man hier mitmachen? Was haben wir als letztes jetzt bekommen? Kombinieren kann man da aber auch nichts. Wir haben keine Ahnung. Ich bin total, total lost in dieser Welt hier. Ich habe keine Ahnung, was ich hier tun soll. Was gab es hier? Ah, hier, stimmt, da gab es ja noch dieses Ding. Ich habe keine Ahnung. Was soll man das denn machen? Ich habe keine Ahnung, was man hier machen soll. Kann ich das vielleicht mit irgendwas kombinieren? Ah, das hatten wir eben schon, ne? Die wollten es sich nicht. Okay, vielleicht damit? Wow. Look, leck, leck, leck. Voll die Animation. Willkommen in den 90ern. Oh, ich glaube, das wirkt was. Irgendwas passiert. Was auch immer, aber irgendwas passiert. Alien 6, was ist denn das hier? Okay. Was mache ich jetzt damit? Kann ich das jetzt vielleicht kombinieren mit dem? Oder mit dem? Ne, okay. Was mache ich jetzt damit? Kann ich sie irgendwie einfurzeln? Und mehr kombinieren? Ne. Okay, keine Ahnung, was ich jetzt damit mache. Ich gehe mal ganz kurz zum Portal. Kann man hier was machen? Oh, ich bin so lost hier in dieser Welt. Ganz ehrlich, ich weiß hier in dieser Welt, ich weiß nix. In der anderen Welt waren wir wenigstens in unserer Welt. Da waren wir wenigstens ein Büroangestellter. Jetzt sind wir plötzlich hier in Alien-Dings. Mensch-Typ-Dings. Was kann man sonst noch tun? Ist hier weg? Jetzt wird es ein Portal. Oh, hier was weiß. Oh, was ist hier? Oh, erst du? Was ist das hier? Wo bin ich überhaupt? Oh, ich weiß, was ist das Ding in dieses Portal? Oh, ich weiß nicht. barriere da wo der kürze gerade hinguckt da da rein da drauf oder so ihr müsst mir helfen hier muss ich das ding bestimmt drauf schmeißen oder ja jetzt wird er wirklich da hoch es ist echt eine harte kante der hat traut sich was oh gott wo komm ich jetzt hier hin hier hin skracki blieb mir ab wir sterben ach krass ich muss ganz ehrlich sagen was ist das ich wollte ganz sagen bei euch im stream auf dem bild sieht das besser aus als bei mir bei mir sieht es gar nicht so toll aus also nicht so scharf sieht sogar bei mir weil es ein bisschen größer ist ein bisschen unscharfer aus hallo mr alien willst du das essen muss ich diese teile eigentlich aufsammeln wenn ich damit nichts mache jetzt kommt gleich dieser hier tönte mich tönte mich das bin ich das war ich das war kürtis ich verrate ihnen meinem eigenen schweren und im geheimen ach nee schon wieder ein traum oder was ooooooh wir sind im krankenhaus also dann ooooh Kann ich das? Kann ich auf ihn? Pass auf, wir reden mal mit ihm. Lassen Sie mich bitte gehen. Bitte, ich habe nichts getan. Nichts. Seine bloße Existenz ist schon ein Verbrechen. Alter Verwalter, ey. Wir wissen ja immer noch nicht wirklich, ob das alles in unserem Kopf ist. Wir sind ja irgendwie aus der... Oh Mann, warte doch! Ich bin tot. Zeit zu Mami und Daddy zu gehen. Ja, ich versuch's nochmal. Mann, ich wollte doch noch was tun. Schnell, auf irgendwas zugreifen. Das nimm dir. Shit. Curtis, du bist ein schlimmer Junge. Nein. Und du musst bestraft werden. Dann bist du schon wieder tot. Auge, Curtis. Was denn sonst? Das? Spritze. Ja, 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 ja. Spritze, Spritze. Hahaha. Ich liebe dich, Curtis. Auch wenn du mich mit Terris betrogen hast. Ich liebe dich. Jussi. Ich liebe dich zu sehr, um dich je wieder loszulassen. Fuck. Äh, äh, bestell was. Äh, Kellner. Oh shit, ey, ich bin schon wieder tot. Oh Gott. Das ist die Welt, wo wir eigentlich herkommen. Und irgendwie ist, glaube ich, in deinem Kopf. So viel den Tatsachen ins Auge, Curtis, so ist es doch viel besser für dich. Und du dachtest, es könnte nicht mehr schneller kommen. Der hat immer Sätze. Der hat immer was Neues. Nochmal, äh, äh, küssen. Was soll ich sonst machen? Fuck. Ich hab was, nichts. Bestellen? Oh. Oh, die ist voll schnell, ey. Die spielt bestimmt Handshowdown. Ich liebe dich, Baby. Sieh den Tatsachen ins Auge, Curtis. So ist es doch viel besser für dich. Und du dachtest, es könnte... Die Jocelyn, das ist die Jocelyn, das ist meine Freundin. Ich hab sie betrogen mit, mit den geilsten Sexspiel-Sachen. Ähm, die ist die Einzige, die nicht gestorben ist von meinem Freund um mich herum. Weglaufen darf ich nicht. Oder dich. Wo kann ich denn sonst hin? Hey, ich kann sonst nicht... Also ich darf nicht auf sie klicken? Ich darf weglaufen? Ja, das machen wir schon mal. Was soll ich denn sonst machen? Nochmal auf sie klicken? Da schießt sie mich doch wieder über den Haufen. Ach, Mann. Siehst du? Hä? Hatte du eine Idee? Ich muss das schnell machen, sonst ist das wieder weg. Die Zeit läuft. Was? Da? Hier? Äh... Was soll ich sonst machen? Äh, schon wieder tot. Auf die Waffe? Hatte ich doch schon... Hatte ich nicht auf die Waffe schon geklebt? Ach. Oh, der ist sowas von... Der ist sowas von bearbeitet, der Kerl. Der nimmt so viele Drogen. Der ist sowas von der Waffe, der Kerl, der Kerl, der Kerl. Oh mein Gott, wer ist das denn jetzt schon wieder? Ich hab mich schon gefragt, wann du endlich deinen faulen Arsch hier herschlämmst. Mein besser Freund. Trev? Hörte es? Trevor nicht! Äh, ich will jetzt endlich einen Kuss haben, Verstappen. Ha! Ha! Oh, oh, Musik heißt weglaufen. Oh, fuck. Wer liegt denn daneben hier? Tom! Nicht Tom, Bob! Oh, shit. Oh mein... Tom! Oh Gott. Sleepy, danke schön. Äh, hau auf die Fresse, hau auf die Fresse! Oh, nee, lass mich in Fäden! Komm schon, komm schon! Curtis! Da ist die Tür! Äh! Lauf! Oh, der arme Bob, ey! Der musste schon den schlimmsten Tod erleiden. Oh, ab 18, Leute! Ab 18, bitte! Oh, das war heiß, Baby! Oh, der hat echt einen in der Schüssel. Ach, dieser Tod, stimmt. Der guckt ja euch die Augen an. Also, das läuft alles in seinem Kopf, Leute, übrigens gerade. Äh, hier, komm, auf die Alte. Mein Herz gehört mir, Curtis. Das war zu allen Zeiten so. Ah! 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 Das war ja voll der Fatality-Move von Mortal Kombat, ey! Das war Kitana! Kitana wins! Fatality! Hahaha! Was ist das? Okay, okay. Äh, 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 was hast du auf Kopf? Auf mir ist heilt? Lampe? Was ist sonst? Ach, Mann! Das war zu... Ha, ha! Was soll ich denn sonst klicken? Das ist ja wieder auf den Kopf hauen, oder? Ha, hey! Okay, ich bin tot. Hm. Das ist immer das Gleiche, ne? Ich hab vielleicht gedacht, da kann ich auf die Beine klicken und sie runterschmeißen. Haha! Den Schlag so geil! Haha! Wie sie guckt! Wie sie guckt! Das war zu allen Seiten so... Zeit zu hamieren! Was denn sonst? Ach, hier ist ein Hebel! Hier ist ein Hebel! Also normalerweise lief das alles in der normalen Welt. Das ist nicht so freaky, aber das ist... Der arme Kurtis, der ist gefoltert worden von seiner Mutter. Ich hab da was für dich! Oh, ich hab den Hammer! Oh, fuck! Ich muss den kleinen Kurtis spielen! Der hat das Messer! Ich muss weglaufen! Ja! Ach, das ist das Messer! Ich hab den... Nee! Der hat gerade dem Kind den Kopf aufgeschnitten! Ich hab dich lieb, Mami! Oh! Versuch's mit Liebe! Oh, Kurtis! Du bist so ein Lieber! Oh nein! Ja, 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 lass fallen! Oh! Oh! Das ist schön! Mit Liebe! Liebe! Love! Oh! Das ist doch auch so viel Entertainment! Alien Mensch! Haha! Sieh so kacke aus! Aber lustig! Das mach ich nicht! Ich geh lieber zu meinem Klon! Das bin ich übrigens! Das ist mein Klon! Ich bin der Klon, ja, oder so, bestimmt, ich bin der Klon. Und dasras sind hier schnell und so, genau, ja. Eine Tüte zu, die anderen Tüte auf. Ich will den Klon aber mitnehmen, kann man hier da was mitnehmen? Ich glaube, es sollte laufen, ne? Nix mehr, muss laufen. Run! Run! Warum habe ich dem Klon das Gesicht aufgerissen? Wenn der mir sowieso nichts, der geht so cool so. Alles brüchts zusammen. ich muss da sterben ich gehe jetzt mal zum portal aber das portal ist geschlossen irgendwas ist machi pratschen das ding hier rein das jetzt oh ja jetzt kann ich das ihn wieder aktivieren wie aktiviere ich das ding überhaupt hier an dem human was zum aktivieren Brain? Kann man hier so ein Brain? Was macht man hier auf diesem Ding? Nichts. Hier kann man nichts suchen. Da muss ich hier noch was zu verbinden mit dem Ding. Hier durch kann man nicht. Können ich wieder zurück? Aber zurück, was soll ich denn da? Das muss irgendwie aktiviert werden. Wie aktiviere ich das? Also viele Leute, die jetzt ganz neu dazu geguckt haben. Das ist nicht so freaky gewesen. Ich glaube, der ist immer noch in seinem Kopf irgendwo anders. Ich traue dem Ganzen noch nicht. Der ist bestimmt immer noch. Ah, jetzt muss ich... Was habe ich aufgenommen? Schleimiger Glibber. Okay. Ja, war das eben nicht da. Hier, es war eben schon da. Gut, das war auch fast nicht nicht. Aber es ist ja öfters so. Wo muss das hin? Hier rein? Hier rein? Nee, ich bin hier drauf, oder? Auch nicht? Was ist denn das jetzt? Glomb. Was soll ich hier was machen? Was soll ich hier was machen? Wie kann ich nicht zu tun? Auch mit dem Glib-Gligi-Gligi-Gligi-Gligi-Chleim nicht. Hier gab es auch nicht mehr so wohl. Das habe ich ja schon gehört. Nein. Ich bin hier noch mal besprochen. Wo muss ich hier drauf? Ich bin hier drauf. Ich bin hier drauf. Da bin ich hier drauf. Da bin ich auch noch. Ich bin hier drauf. Da bin ich ja drauf. schon wieder was zu holen? ist das hier irgendwas eingkleistert oder was? wo muss ich denn hier draufklicken? ich hab keine ahnung ist hier irgendwas? seht ihr hier was? wo muss ich denn hin? hier muss ich hier was tun wo was? vielleicht will der Knoll auch im Piercing wir haben ein wunderschönes Bauchnabel-Piercing in dieser Folge gemacht keine Ahnung hier muss man irgendwas tun gute Frage nächste Frage war es da, wo ich den Schleim aufgehoben habe, Sleepy? ich glaube, den Schleim hatte ich vorher irgendwo aufgehoben also irgendwie obendrauf, oder nicht? und ich da drunter, wo die Hand war ich muss hier irgendwas machen hier war auch noch was stimmt, was war hier? ich bekomme gar keine Animationen mehr jetzt habe ich irgendwas zugemacht mit dem Schleim ich weiß, dass da keine Animationen dafür kommen sonst kann man so schöne Animationen beim Laufen oder beim zukleben und tun und machen ist jetzt hier vielleicht irgendwie jetzt alles offen? ah, jetzt leuchtet es ok, let's go back to the ok, let's go back to the oder so oder dann kann ich was nutzen hier fand ich nicht dr dr mario ist das hier pass auf nein sie geht doch mal raus wo muss ich klicken dass es losgeht ok ok hier kann man ausdrehen hier alles draufklicken ich weiß es nicht was kann man hier noch so klicken das kann man klicken das muss aber die andere richtung glaube ich oder nee das muss umgeleitet werden wo kann ich noch so klicken was noch den kreis auf roten kreis hier meinst du und das hier ja ich gehe weiter ok dann ja 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 wo will das denn rüber also das schießt hier so rüber aber irgendwie muss der hier noch weiter geführt werden oder pass auf wir suchen uns einfach mal alle farben aber ah irgendwo ist das passiert ich muss ja wohl in diese richtung klar oder ach der geht automatisch rüber pass auf ja ja wer sich das ausgedacht hat echt ja irgendwas muss er hier weiter geführt werden durch der rote nach in die ecke aber irgendwie kam ja auch kein blitz oder so man kann auch sonst nichts klicken also man kann hier klicken hier klicken hier klicken und da klicken das war es und die paar knöpfe das telefon spielen kabel verschieben kann man was verschieben meinst du nein ich bin raus ok also wenn ich jetzt so schieße passiert nichts andersrum dann auf ich versuche irgendwie was zu beschieben oder zu tun nein ich darf dir an den rand klicken ok erst rot dann gelb zuletzt blau aber was heißt rot gelb blau die hier die hier so was ist hier angekommen so ich muss das machen währenddessen der das aufblinkt oder was ist es halt noch nie nicht die kabel auch nicht ansteckt und das planting die frustier Nee, ich hab die Wurst, die Kabel... Ah, jetzt geht's! Ah, doch! Das ist orange. Hä? 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 Na, ich weiß nicht. Wasp blinker. Das ist ein wasp blinker. Das ist aber nicht genormt. Jetzt müssen wir nur wissen was wir mit dem dreieck hier machen jetzt den kreis wieder drehen meint ihr jetzt wieder anders umdrehen darum ach so einmal so aktivieren oder was eigentlich läuft hier eigentlich alles na Ich habe das noch nicht verstanden, was es mit dem Dreieck auf sich hat. Die Kabel. Ne, hier kann ich nichts drücken. Ach so. Das wird angezeigt gelb, rot, blau. Gelb? Rot, so vielleicht, blau, ne, oh nein, noch mal, gelb, rot, blau, nicht so, am blauen Ding, am blauen Ding? Mit dem blauen Ding? Die Kabel anders anschließen. Wie denn? Also ich kann die Kabel von hier nicht drüber nehmen nach da drüben, guck mal, die gehen nicht. Die kann ich nur hier anschließen. Den Blitz auf der Dreieck lenken, okay. Könnte man jetzt auch machen, weil das ist ja eigentlich alles aktiviert, ne? Ach so. Sag mal, wie war es nochmal die Farbe? Rot. Rot, gelb, grün. Rot. Gelb. Ja, blau, nicht grün. Oder so. Glaube ich nicht. So wie es oben rechts und mittig angezeigt wird, was heißt das jetzt? Die Kabel in einer anderen Reihenfolge anschließen. Blau auf rot? Wieso? Wieso blau auf rot? Leider. Meinst du, das müsste verbunden sein, oder? Hä? Da, wo ich nix klicken kann, ist die Vorlage. Ach, das ist die Vorlage, oder was? Oder wie? Also den Orangen, wollen wir uns kurz... Den Orangen, was habe ich denn jetzt hier genommen? Grün auf rosa. Ach so, das ist die Vorlage. Ach so. Das müsste mir mal jemand erklären. Blau auf... Blau auf rot. Komm her. Komm her. Okay, und das ist das... Ist das richtig, oder ist das falsch? Und das ist die Vorlage da unten, oder was? So, was habe ich jetzt hier? Orange. Orange auf grün. Und dann... Grün auf... Dings. Okay, und dann den... Na, den hier, so. Jetzt habe ich den Dildo angeschlossen. Das ist aber echt auch alles ein bisschen freaky, ne? Okay, okay, okay. Und jetzt drück ich mal mal auf Knopf und guck mal, was passiert. Das habe ich immer nicht verstanden, das Dreieck hier. Ja, ich habe es immer nicht verstanden. Das muss bestimmt so rum, oder? Das ist doch diese Richtung, oder nicht? Ne, falsch? Was ist ne, falsch? Blau... Blau an Rot. Blau an... Habe ich noch Blau an Rot. Blau an Orange ist das. Guck mal, Blau ist an Orange. Und Orange ist an Blau. Und Grün ist an... Das. Und der ist an Grün. Ist doch richtig. Die Oben sind falsch. Grün. Orange, klar. Dieses hier gegen Grün. Und Orange. Ist doch richtig. Hä? Am Kopf. Welchen Kopf? Gibt es hier noch was anderes, ich drehen muss? Du hast Orange an Grün. Ja, ist doch okay. Orange an Grün. Ist doch das hier. Guck mal. Orange an Grün. Ist das nicht diese Vorlage hier? Oder ist das hier oben? Also, mal ganz kurz. Ganz wichtig. Also, jetzt ganz kurz. Ist diese Vorlage die Vorlage von dem hier? Und diese Vorlage ist die Vorlage für den hier? Ja, da habe ich das doch richtig gemacht. Ja, ist das doch richtig. Guck mal. Also, nochmal zusammen. Orange. Orange Stecker. Ach so, ich habe das andersrum gemacht, glaube ich, ne? Ich habe das andersrum geguckt. Guck mal, ich habe von unten nach oben geguckt. Nicht nur von oben nach unten. Guckt euch das mal andersrum an. Guckt euch das mal andersrum an. Dann ist das richtig. Ich habe das falsch rum gesehen. Also, der Nippel ist so rum. Okay, dann nehme ich mal orange. Orange kommt dann an den hier. Und dann kommt der hier an Grün. Und dann kommt der an den. Okay, jetzt ist es richtig. Jetzt ist es für von der anderen Seite. Ich habe das nicht gesehen. Ich habe das andersrum gesehen. So. Und jetzt? Und jetzt? Was mache ich damit? Ist hier eine Vorlage auch für irgendwo, was ich nicht sehe? Und jetzt? Wir sind immer nicht weiter. Wir sind immer nicht weiter. Ich verstehe dieses Dreieck nicht. Falsch mit Mist. Den offenen Kreis nach rechts drehen. Habe ich gemacht. Okay. Das Ding, meinst du? Das kann ich nicht nutzen. Ich kann auch nicht hinschießen. Unter den grünen blinken ja jetzt was. Unter den grünen blinkt jetzt etwas. Wo? Welchen grünen? Da gibt es viel grünen. Auf das Blinken in der Mitte klicken kann ich nicht. Auf das kann ich auch nicht klicken. Das Dreieck drehen. Ja, aber... Sinnverstehend, was das Dreieck ist. Nein! Tja, aber gute Nacht. Okay, also gucken wir uns mal an. Rot, gelb, blau. Wie immer. Dreh ich um. Rot, gelb, blau. Dreh ich wieder andersrum. Rot, gelb, blau. Das ist immer die gleiche Reihenfolge. Das Ding habe ich auch nicht verstanden, wie rum das sein muss. Ich verstehe auch nicht. Also, ich tue das Teil, wo ich gerade den Mauszeiger habe, hier, kann ich nach links, dann mache ich den kleinen Ventilator an. Ich mache das nach oben rechts, dann mache ich dieses andere Ding an. Aber jetzt, wie der jetzt auf dieser Position ist, was passiert da? Was passiert hier? Nein, ich komme wieder zurück. Nein, das ist diese blöde Kabel, die kriege ich nicht wieder dran. Dreh mal so blau nach oben. Im Dreieck, blau nach oben, okay. Kannst du die grüne Kanone klicken? Grüne Kanone. Ich kann hier nichts mehr klicken, nein. Das ist immer das Rätsel. Und ich verstehe den Sinn nicht. Also, ich verstehe... Okay, die Vorlage habe ich nicht gesehen. Aber hier? Der Schalter dreht sich um und dreht sich um. Guck mal, pass auf. Zack, und er ist auch umgedreht. Warum dreht der um? Der schießt hier irgendwas rüber. Mach mal den Pfeil am grünen Laser nach links. Das habe ich gemacht und dann springt er gleich wieder um. Achtung, und er springt wieder um. Lila Kanöppel? Was meinst du mit dem Lila Kanöppel? Was ist ein Lila Kanöppel? Was ist denn der Lila Kanöppel? Wo ist denn so ein Lila Kanöppel, Mensch? Habe ich schon versucht? Habe ich schon versucht? Rot, gelb, blau. Wo kommt das her? Ah, da kann man draufklicken. Habe ich nicht gerade eben auf alles geklickt? Okay. Äh, äh... Blabl... Muss das denn richtig... Ähm... Der schießt auf den Roten. Dann trifft er den Gelben und dann den Blau. Äh... Hör mal, der schießt hier hin. Und dann geht der Schuss hier rüber und dann geht er hier hin. Und dann? Aber jetzt? Und was? Muss das nicht so rum? Ne, okay. Der schießt auf den Roten. Der schießt auf den Roten. Irgendwas fehlt hier noch. Pasiertert. Bistzyć. Okay? Aber gut, was macht die denn hier, was macht die denn bitte hier, ich traue dir nicht, die hat uns eben erschossen, im Traum. Ich weiß, ich weiß, wer du bist. Ich liebe dich. Bitte, bleib bei mir. Trau dir nicht diesen Alien, ich schwöre es dir, diesen Alien. Diesen Alien, das ist das Alien. Hallo, Paul Borner, das Portal wurde beschädigt. Wir glauben, dass es instabil wird. Wir wollen den Zwilling. Er soll zurückkehren, er gehört nicht auf eure Seite. Boah, die ist sowas von der Systeme. Die ist sowas vom falschen Mann. Mann, spring doch mal ins Portal. Komm, wir reden mit der, wir sind wie so tot. Kannst du dir vorstellen, dass ein hohes Tier wie Paul Borner all diese Leute geklärt hat? Na, kann ich das. Diese Managertypen sind doch alle verrückt. Wo wird er jetzt wohl sein? Na, der sitzt in Panama und frisst Leber mit dicken Bohnen. Und ich habe ganz starke Sonnencreme gekauft, weil ich weiß, wie schnell du verbrennst. Oh, es wird wundervoll. Blaues Mittelmeer und sonniger Sandstrand. Du wirst es nicht bereuen, Curtis, das weiß ich. Nein, ich konnte noch mal auf das Portal klicken. Oh nein. Nein, ich hätte gerne auf das Portal noch geklickt. Es sind übrigens voll viele Deutsche dabei. Das Spiel ist alt. Das Spiel ist von 1994. Ich kann nicht laden. Ich kann nicht wieder dahin laden auf diesen Punkt. Ich habe da keinen Safe gemacht. Es gibt zwei Enden, ganz sicher. Schade. Ich hätte gerne noch mal auf das Portal geklickt. Hätte ich gewusst, dass es zwei Enden gibt, hätte ich gerne gesaved. Ich wusste jetzt nicht, dass wir einfach rauskommen. Ich habe gedacht, ich rede noch mal mit der Alten. Kann man die Szenen noch mal spielen? Ich weiß es nicht. Wir werden es testen. Das Spiel ist einfach ausgemacht. Ja, das Spiel ist einfach geschlossen. Das ist gut. Pass auf, pass auf. Ich schalte das Spiel noch mal. Ich kann nicht auf die Person klicken. Das ist ein Fake. Jetzt. Ich finde das Spiel so gut. Ich kann es immer wieder sehen. Der Bob, ich kann es immer wieder und immer wieder sehen. Der arme Bob, der hat einfach den geilsten Mord. Wie hieß die noch mal? Wie hieß die noch mal? Therese. Die Therese war super. Liebe. Liebe. Mama. Geh weg. Liebe wollen wir. Oh Gott, ich weiß nicht mehr. Ah doch, okay. Oh mein Gott. Ich krieg jetzt schon Horten. Also, lass mich überlegen. Ähm, äh, äh. So, wir machen immer die Kabels. Jetzt, worum war das nochmal so, so. Okay, da war es so. So und so. Und der kam an grün. Und was ist das für eine Farbe? Was habe ich jetzt? Orange an blau. Ach man, das geht einfach nicht. Der ist echt schwer zu bekommen. Den kriegt man irgendwie nicht draufgeklickt. Jetzt, okay. Okay, das ist grün an rot. Und der hier an grün. Und der muss dann. Nee, was habe ich denn gesagt? Hä? Das ist das hier. Der muss hier hin. Nein! Ah! So. Das war richtig. Und der grüne muss an. Okay, jetzt ist es richtig. Hehehehe. So. Ähm. Ventilator anmachen. Okay, 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 okay. Ähm. Wollen wir nochmal die Farbe? Rot. Mach ich nicht so. Aktiviert. Noch nicht aktiviert. Müsst du hier einmal draufschießen noch, ne? Okay. So. Und dann war es so, ne? Okay. Yeah. Okay. Okay. Das hat immer immer voll lange gedauert. Was war jetzt noch? Was habe ich vergessen? Irgendwas habe ich vergessen. Ist irgendwas vergessen? Aber irgendwas haben wir vergessen. Wir sind noch nicht fertig. Irgendwas stimmt noch nicht. Irgendwas stimmt nicht. Rot, Geld, Blau an dem... Habe ich was falsch gemacht? Was ist das? Was ist das? Irgendwas falsch gemacht? Irgendwas falsch gemacht? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was? Was ist das? 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Jetzt warten wir noch, jetzt kommt noch eine tolle Szene Und wenn es die gleiche Szene ist, dann seid ihr es schuld, dass ich das alles nochmal neu spielen musste 24 Stunden Stream habe ich jetzt hinter mir 24 Stunden Das ist so geil Es ändert alles Ja, jetzt haben wir noch mehr Fragen Ich habe irgendwie das Gefühl, da ist so mehr Da ist noch sowas Hey, wir wollen noch den dritten Teil machen Oder Phantasmagoria 2 2 Das haben die 24 Stunden gemacht Ja Dodo willst du das noch wissen Das wurde rausgeschnitten Die 24 Stunden Sex Dream Der schmeißt mich Der schmeißt mich immer aus dem Spiel raus Du hast es geschafft Raus jetzt hier Ja